Hallo, ich betreibe professionell YouTube und ich soll in den Bauch atmen und ihr seid jetzt hier beim Crusader Kings 3 Tutorial, bei dem ich allerdings nicht alleine bin, deswegen sehe ich auch so unfassbar professionell aus und habe in den Bauch geatmet und während ich weiter in den Bauch atme, haben wir die Evraldes noch dabei, mit der ich dann Crusader Kings 3 spielen werde und der ich das dann beibring. Ich will nur sagen, das gucken ein paar tausend, also ein paar Leute kriegen das auf jeden Fall mit. Hallo, Grüße, sag Hallo, sag Hallo Evraldes. Hallo, hallo an Rangers Zuschauern, ich möchte sagen, du siehst wirklich heute sehr professionell aus und dein Regal ist immer noch professionell schräg im Hintergrund. Wir machen Tutorial, wir spielen in Großbritannien, nein spielen wir nicht, wir spielen im Irland, ich werde das so machen, dann hast du es auch jetzt einmal gehört, wir werden jetzt gleich einmal grundlegend, wenn wir im Spiel selber drin sind, über das sprechen, was hier überhaupt ist, das heißt, da musst du dann ganz viel mitschreiben, der Chat muss auch viel mitschreiben. Ich muss schreiben? Ja, klar, wir machen hinterher einen Test, ist ja wohl logisch, das ist ja ein Führerschein, dass sie auch nicht einfach so bekommen, ne? Oh, in Bielefeld. Bielefeld gibt's nicht! Und in dieser imaginären Stadt, ja, werden wir uns alles angucken, werden nach und nach durchgehen, wir werden gucken, wie wir aus dem Stammbau im Kreis machen, wie Krieg überhaupt funktioniert, gehen dann nochmal auf die kleinen Details ein, das heißt, wenn ihr jetzt auf Twitch oder auf YouTube nicht wisst, wie Crusader Kings 3 funktioniert, dann bekommt ihr das vielleicht mit und nebenbei werde ich die ganze Zeit Senpai Area genannt, ja? Haben wir alles? Sie freut sich einfach so sehr, dass sie mich so nennen darf. Ich freue mich riesig und ich werde dann jedes Mal wieder sagen, Oh, Sam. Okay. Wir beginnen. So. Also, wir lassen das jetzt erstmal hier im pausierten, äh, pausierten Modus. Wo hast du eigentlich deine Kamera? Das ist schon mal eine der wichtigsten Fragen für Content Creatorinnen und Content Creator. Äh, ich bin unten links und habe den Plüschi auch noch dort. Soll ich alles umziehen? Äh, zieh. Ich verdecke mein Porträt. Ja, zieh dich mal in die Mitte, entweder Mitte unten oder Mitte oben. Mitte oben habe ich mich jetzt hingepackt, dass es aussieht, als wenn ich irgendwo, ähm, irgendwo oben hängen würde. Aber in der Mitte oben finde ich mich so... Das sieht nicht ästhetisch aus, ich weiß, aber da, sonst, du wirst ein bisschen Krieg führen im Munster hinterher. Aber ich möchte mich, also das ist so unangenehm, da guckt mich jeder an. Was? Bin ich so offensichtlich in der Mitte? Okay, dann gehst du unten in die Mitte rein. Unten in die Mitte. So, genau in die Mitte am besten reinsetzen. Aber, oh Gott, das wird mir aber nicht genau die Mitte angezeigt. Das ist ja ungünstig. Mach das so prima. Nee, ich gehe nach oben. Halt einfach deine Hand einmal an. Okay, ja. Ich glaube, das passt so. Okay. Ja, ja. Okay. Okay, so, du, du machst jetzt folgendes. Und wir gucken jetzt so erstmal unten links hin, ja? Da ist ja dieser lustig grinsende Douglas Arthur oder wie du ihn auch immer genannt hast. Ihn hast du so genannt? Der heißt so, das ist ein historischer Charakter. Der hat da wirklich gelebt vor tausend Jahren. Okay, okay, okay. Respekt hier gegenüber dem Douglas Mac, wie heißt der? Murschett Mac Donchett. Donchett, ja. Von Munster, 39 Jahre. Hast du da draufgeklickt auf das Porträt? Ja. Dann siehst du jetzt die komplette Übersicht. Das ist die wichtigste Übersicht, würde ich schon sagen, die es in Crusader Kings 3 gibt. Da siehst du den Namen von dir. Da siehst du deine Dynastie. Dann siehst du da drunter auch zum Beispiel, dass du das bist. Es ist relativ wichtig zu wissen, dass du das bist. Und du siehst auch... Ich bin maßvoll. Was bist du maßvoll? Und du siehst auch deine sexuelle Orientierung. Die ist auch wichtig. Warte. Ah. Genau, da. Ja, weil wenn du heterosexuell bist, dann fällt es dir leichter, hinterher Erben zu zeugen. Ich bin übrigens 62, fällt mir gerade auf und ich habe keinen Erben. Doch, ich habe einen Erben, Gott sei Dank. Sonst wäre ich vielleicht schon aus dem Spiel raus gewesen. Das wäre ein bisschen schwierig. Aber es ist doch mit 62 bestimmt noch möglich. Ja, aber mein Erbe ist auch schon 44. Das wird eine Partie werden. Ich freue mich jetzt schon. Darunter siehst du die Eigenschaften. Jeder Charakter hat immer drei Eigenschaften, die er so von Natur aus bekommt oder die du hinterher auch beim Erben festlegen kannst. Das ist jetzt bei dir in dem Fall... Äh... Maßvoll. Maßvoll. Zornig. Und ungeduldig. Ja, super. Ja, perfekt. Ja. Das, was grün umrandet ist, das ist eine Tugend in deiner Religion. Das heißt, du hast da einen Vorteil. Was es bringt, siehst du, wenn du da drüber gehst mit der Maus. Da ist so ein riesengroßes Viereck dann. Mhm. Das erschlägt vollkommen am Anfang, aber da kannst du immer schnell raufgucken. Ja, dass ich nachgucken kann. Okay. Ja. Dann danach, rechts daneben, siehst du die Eigenschaften, die deinen Herrscher ausmachen. Also zum Beispiel, dass der hier der kriegerische Typ ist. Mhm. Kräger Taktiker und aggressive Angreifer. Okay. Genau. Das sind so die Eigenschaften, die sich im Laufe deines Lebens verbessern oder auch mehr werden. Das wird beeinflusst durch das schräg unten links, diese fünf Attribute, die es da gibt. Ja. Diplomatie, Kriegsführung, Verwaltung, Ränkespiel, Bildung. Da gehen wir hinterher nochmal drauf ein. Das ist so der Rollenspielansatz. Da verteilst du hinterher auch Punkte, je nachdem, wie du möchtest. Ja, okay. Was ich dann gerne mache, weil ich ja nicht so ein Hardcore-Stratege bin, weil ich ja Roleplay einfach liebe, ich gehe immer mit dem, was die für Eigenschaften haben, dementsprechend werde ich hinterher auch Entscheidungen treffen. Also wenn der maßvoll ist, dann wird der nicht auf einmal anfangen, Reichtum anzuhäufen und sowas. Aber da bist du vollkommen frei, ob du das dann so machst. Das heißt, ich könnte entweder direkt Roleplayen, so wie er mir gegeben wird und das auch machen oder auch, aber dann darf ich zornig sein und ungeduldig. Ja, und kannst einfach dann zum Beispiel alle Leute töten, wenn sie dann ankommen und dich zu lange vollquatschen. Oh, sehr gut. Okay, dann muss ich einen Ehepartner finden, Erben zeugen und kann dann meine Frau töten, wenn sie nervt. Ja. Also in dem Spiel, nicht in... Ja, in der Realität ist es, da sollst du den Olli vorwarten in dem Fall, aber hier drin kannst du es machen und dass du halt direkt schon weißt, wie du das machen kannst, ist auch echt auch schon gut, dass du es weißt. Also, na gut. Also da steht Ehepartner finden, von daher gehe ich mal davon aus, dass es ganz gut wäre. Ja, und dass du mehr morden kannst. Ja, ja. Neben deinen Eigenschaften ist das Kampfgeschick. Kampfgeschick ist der Wert und die Stärke, die der hinterher in Kämpfen selber hat. Also wenn du den als General irgendwo mitschickst. Ja. Und dann kommt die Religion von denen, das ist bei dir Inselchristentum, da kannst du auch draufklicken, dann kommt aber wieder ein neues Fenster, das erschlägt dann komplett, brauchst du jetzt also nicht. Daneben steht dann einmal die Religion und die Kultur. Jemand, der in derselben Religion ist oder jemand, der dieselbe Kultur hat, die können sich halt eher riechen. Und wenn das beides noch stimmt, dann mögen die sich sogar noch mehr. Okay. So, darunter hast du dann einmal deinen höchsten Titel, deinen größten Titel, das Kleinkönigreich vom Munster und die drei Titel, die du sonst noch besitzt. Dass du Earl von Thurmond und Earl von Ennis bist. Das sind so zwei Grafschaften. Es gibt insgesamt die Ebene Grafschaft, danach kommt Herzog, dann kommt König und dann kommt Kaiser. Einfach, dass sich das so aufteilt, je nachdem, wie viel Gelände du hast. Darunter siehst du dann Anspruch, Königreich von Irland. Das bedeutet, du hast Ansprüche auf alle Earl-Tümer hier in diesem Bereich und könntest dann hinterher der König von Irland werden. Das wird auch dein Ziel dann so ein bisschen verfolgen. Also einfach nur Tod und Hass und Schrecken über alle bringen. Oh, okay, super. Krieg ich hin. Das ist so, wie wenn man mir keine Süßigkeiten gibt in regelmäßigen Abständen. Ja, so ungefähr. Der hat auch keine Süßigkeiten gehabt damals. Ja, so fühlst du dich. Das erklärt vielleicht auch, warum er zornig ist. Schrecken gibt es dann auch direkt, das passt dann schon. Neben deinen höchsten Titeln siehst du so eine Faust. Das ist Schrecken, das du ausüben kannst. Das kann dir Vorteile bringen. Ja, noch null. Aber maximal kannst du 100 haben und du kannst dann hinterher so skillen, dass du, wenn du viel Schrecken hast, sehr gute Bonisse bekommst. Aber deine Vasallen hassen dich, wenn du schrecklich bist. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber, also selbst wenn sie mich hassen, aber versuchen sie mich vielleicht im Hintergrund umzubringen, aber sie folgen mir, weil sie Angst vor mir haben, oder? Ja, aber sie versuchen vielleicht trotzdem dich umzubringen. Ja, dann muss ich ja nur dafür sorgen, dass ich Vorkoste habe und dass ich genügend Wachen habe, die auch auf meiner Seite sind, bestochen sind und Co., oder? Woher weißt du das schon? Ich gucke gerade die Serie Rain. Da ist das schon. Wie kann man so ein Naturtalent in diesem Spiel sein? Das ist ja unfassbar. Das sind genau Mechaniken, die es hier in diesem Spiel gibt. Was? Was? Okay. Okay. Wir müssen das trotzdem hier langsam machen. Nicht überfordern jetzt direkt. Dann kommt die Legitimitätsstufe. Die Eigenschaft, oder das ist mit einem der letzten Updates reingekommen, habe ich mir selber noch nicht genau angeschaut. Wird auf jeden Fall jetzt einfach Legitimität dargestellt. Muss ich mir auch nochmal insgesamt angucken. Ich glaube, das hat was mit der Legendenbildung oder so zu tun, aber habe ich mir auch noch nicht, äh, ja, bla. Dann kommt dein Gold, dein Prestige und deine Frömmigkeit. Die siehst du aber auch oben rechts. Gold, klar. Ja. Für Soldaten. Prestige ist halt, wenn du irgendwie Titel ausgeben möchtest oder so. Und Frömmigkeit, ja, wie, je nachdem, wie das Oberhaupt der Religion, der Rest von der Religion von dir denkt. Okay. Und dann siehst du auch noch, das siehst du auch oben rechts, deine militärische Stärke. Das ist immer wichtig, dass du guckst, wenn du jemand anderen angreifen willst, dann sollst du meistens mehr haben als der. Und dann, wenn du den auf den Kopf hauen möchtest. Mhm. Dann unten, ganz unten, das ist relativ schnell erklärt, da siehst du deine Eltern, Großeltern, Nebenehepartner, wenn deine Religion das zulässt, deine Kinder und deine Geschwister, also deine Familie einfach. Die sind eigentlich alle tot, bis auf ich habe ein Kind. Ja, und das ist im Regelfall dein Erbe. Ja. Ja, steht auch gerade drin, Spielererbe. Okay. Ja. In dem Spiel ist es übrigens so, äh, historisch, wenn du jetzt eine Tochter als Erbe hättest, dann hätte sie es deutlich schwieriger und würde wahrscheinlich dann auch, äh, eine Rebellion einheimfallen. Außer du hast es dann hinterher kulturell geändert und religiös geändert. Das sind aber so Challenges dann eher. Okay, da steht einiges an. Ja. Okay, dann kannst du das schließen. Weil, dann können wir jetzt einmal kurz über den Rest gucken. Oben, oben rechts haben wir ja drüber gesprochen, das ist so deine Armee, deine Einheiten, die du hast. Bekanntheit gibt es da noch, das ist so ein Dynastiebaum insgesamt, äh, da gucken wir auch nochmal hinterher drauf. Und du siehst oben rechts Domänen. Also eins von fünf habe ich zum Beispiel bei mir. Ja, ich habe zwei von vier. Das heißt, du kannst insgesamt vier Domänen selber direkt steuern und bekommst aus denen das Volle raus. Weil sonst musst du das in Vasallen geben und der Vasall gibt dir nur einen Teil davon ab. Ah, da nimmt sich sein Teil, okay. Ja, ja. Sozusagen 25 Prozent und der Rest geht an mich. Genau. Und da kannst du dann zum Beispiel in deiner Hauptsiedlung hinterher Gebäude bauen, bla bla. Äh, dann da drunter das Menü. Das ist auch besonders wichtig. Da gehen wir jetzt aber einmal schnell durch. Da haben wir einmal das Reich. Das ist so ein, äh, so eine Zusammenfassung von all deinen Besitztümern, von allen Vasallen, die du hast und auch wie die Nachfolge bei dir im Land geregelt ist. Samt Lebensautorität. Da drunter hast du dann einmal Militär. Das brauchen wir. Kann ich ganz kurz was fragen? Ja, klar. Wenn da steht zum Beispiel, mein Regent ist selbstlos, kann ich dem trauen, was dort steht oder tut er nur so, als wenn er selbstlos ist und ich kann ihm nicht trauen? Wenn der, wenn da steht, dass der selbstlos ist, dann kannst du da im Regelfall, äh, erstmal drauf vertrauen. Okay. Das sind so die Eigenschaften, die du von dem kennst. Aber der kann trotzdem Geheimnisse haben. Und, äh, trotzdem irgendwie gegen dich vorgehen. Hm. Dann, ähm, gibt's da drunter Militär. Das ist das rote Schild. Militär müssen wir nochmal drauf gucken, wenn du hinterher andere Sachen erobern möchtest. Ja. Dann gibt's einmal da drunter den Rat. Das sind deine Posten, die du besetzt. Einmal Ehepartner, religiöses Oberhaupt bei dir in der Region. Und dann nochmal aufgeteilt auf Kanzler, Verwalter, Marschall und Ratsspitzel. Ja. Den kannst du hinterher verschiedene Fähigkeiten zuordnen. Das Wichtigste hier in dem Fall ist, dass jeder Posten immer besetzt ist. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Mhm. Dann haben wir danach Höflinge. Da siehst du einerseits die Hofämter. Das, was du gerade schon gesagt hast. Also, dass du einen Vorkoster hast. Da kannst du aber auch einen Karawanenführer haben. Einen Hofarzt haben. Jemand, der für dich persönlich antritt. Wenn du Kämpfe machen musst. Eine Arme. Alles, was du in der Serie gesehen hast. Einen Hofnarr. Einen Hofnarr gibt's auch, ja. Du könntest rein theoretisch auch, wenn ich dein Vasall wäre, könntest du mich zum Hofnarr machen. Und dann krieg ich ein Hofnarr-Kostüm. Oh, wirklich? Lass das. Das gefällt mir sehr. Oh Gott, warum hab ich das gesagt? Aber Senpai Area, das wär doch großartig. Du wolltest es so. Ja, meine Schülerin. Aber du musst daran denken, wie das Wasser fließt, so der Schmetterling fliegt. Wir warten ab. Mal gucken, was noch kommt. Vielleicht brauchst du irgendwann meine Hilfe. Dann gibt's noch Höflinge oben in dem Reiter. Da siehst du alle Personen, die bei dir am Hof sind. Im Regelfall die Leute, die halt für dich arbeiten. Aber es können auch Gäste da sein, die besondere Sachen mit sich bringen. Und du siehst da deine Gefangenen, die du dann auch hinterher foltern und töten kannst. Ich weiß, dass das für dich wichtig ist. Deswegen hab ich's dir jetzt schon mal direkt gesagt. Dankeschön. Ja. Wo kann ich meine Bräute einladen? Machen wir gleich. Okay. Wir gehen ein Ränkespiel danach. Das ist so, wo du deine Komplotte planst. Wo du jemanden töten möchtest oder auch jemanden die Beziehung verbesserst. Dann gibt's danach Fraktionen. Das sind Fraktionen, die gegen dich geschaffen werden, wenn dich jemand vom Thron schubsen möchte. Entscheidungen. Das ist so ein bisschen... Da kannst du dir so ein paar Missionen raussuchen. Entscheidungen sind einerseits, können dir Vorteile geben. Aber auch wichtige Entscheidungen. Da kannst du zum Beispiel irgendwas Besonderes einfach... Aber das kannst du ja auch erstmal außen vor lassen. Ja. Dann gibt's Aktivitäten. Das ist ein DLC. Da kannst du dann bestimmte Sachen durchgehen. Zum Beispiel Universitätsbesuch, dass du dich zum Gelehrten hin bildest. Oder Festmale veranstalten, dass die Leute von dir besser denken. Bejagd veranstalten. Kann ich mir alles nicht leisten. Das kommt auch... Das ist mehr so Mid-Game-Content, würde ich sagen. Und dann gibt's hinterher noch den Königshof. Der passiert aber erst ab König, leider. Okay. Da sind noch ein paar Sachen. Gut. Okay. Jetzt haben wir das angeguckt. Das heißt, wir gucken jetzt oben in der Mitte. Da sind ganz viele rote Rauten bei dir. Ja. Wir gucken mal ganz links da drauf. Da müsstest du wahrscheinlich keinen Lebenswandel haben. So drei Pfeile, die nach oben gehen. Warte, warte, warte. Du meinst drei Pfeile, die noch umgeben? Ich suche gerade. Zeig mal drauf, damit ich sehe, wo. Hier. Achso, hier ist meine Kamera drüber. Wow. Hier. Achso, ah, da. Kein Lebenswandel ausgewählt. Ja, klick mal da drauf. Mhm. Und hier, das ist jetzt dein Fähigkeitenbaum, sag ich mal. Okay. Und jetzt müsstest du gucken, irgendeine Fähigkeit davon, da kriegt deiner 30% mehr Erfahrung. Wahrscheinlich bei Kriegsführung. Kriegsführung hat da Vorzüge. Ja, 8 von 27. Und in der Mitte müsste so ein schwarzer Kasten stehen durch eure... 30. Ja, genau. 30% mehr Erfahrung. Das heißt, das nimmst du dann am besten erstmal. Mhm. Ach, du grüne Neune. Und dann hast du den Fähigkeitenbaum. Das kannst du ja alles hinterher in Ruhe durchlesen. Das teilt sich in drei Bereiche auf. Das kommt auch so ein bisschen... Da kann ich jetzt wenig sagen. Das musst du noch ein bisschen durchlesen. Da kommt dann... Ja. Links musst du jetzt einen Lebensschwerpunkt auswählen. Da kannst du dann zum Beispiel bei dir sagen, Schwerpunkt auf Strategie, auf Autorität oder auf Ritterlichkeit. Also Ritterlichkeit ist, wenn du selber kämpfen möchtest. Strategie ist, wenn du die Armeen anführen möchtest. Und Schwerpunkt auf Autorität ist so ein bisschen, wenn du deinen Schrecken hochhalten möchtest. Das willst du wahrscheinlich, ne? Ja. Das passt am besten, wenn ich halt auch zornig bin. Das ist, dass die einfach Angst vor mir haben. You know? Gut gerettet. Ja, gut gerettet. Dann heißt du, du wählst einen Schwerpunkt auf Autorität aus. Genau, dann gehe ich auf Auswählen. Ja, genau. Okay. Ich muss was anderes in der Zeit wählen, weil ich einen anderen Schwerpunkt habe. Dann hast du das schon mal gemacht. Jetzt hast du danach wahrscheinlich so zwei Ehringe ganz oben. Auf der Hauptkarte. Ja. Das heißt, du bist nicht verheiratet, da klickst du drauf. Und jetzt kannst du hier eine Heirat veranstalten und dort dich irgendwo reinheiraten. Du kannst dann einmal in der Mitte... Hier ist 16. Das ist das Alter, in dem es losgehen kann in Crusader Kings 3. Okay. Ja. Du kannst in der Mitte, in der Mitte links befindet sich so ein kleiner Filter, so ein Lupe. Mhm. Da kannst du draufklicken und dann könntest du dir quasi deine perfekte Frau so ein bisschen zusammenschustern und dann würden nur Leute angezeigt werden, die damit diese Fähigkeit haben. Okay. Was ich dir da so ein bisschen am Anfang empfehlen würde, wäre, dass du... Gesund? Ja, dass einfach nur Fruchtbarkeit fruchtbar ist. Das ist das Wichtigste. Ja. Fruchtbar und gesund ist doch ganz gut, oder? Danke schön für deine Zeit im 7. Monat. Fruchtbar und gesund, ja. Das ist so... Das passt am besten. Okay. Dann wird dir... Unten rechts siehst du zum Beispiel, wie viele Charaktere, die hier angezeigt werden. Bei mir sind es 1.286 von 1.362. Oh mein Gott, das sind ja richtig viele. Ja. Deswegen musst du das auch ein bisschen nachschauen. Was bei dir Sinn ergeben würde, weil du Irland erobern möchtest, wäre zum Beispiel Bündnismacht. Das heißt, wie stark würde die Familie sein, in die du reinheiratest? Wo sehe ich die Bündn... Ach, das sind diese... Genau, das ist ja... Genau, sortieren nach. Nee, ähm, rechts neben der Lupe ist sortieren nach. Genau. Klickst da drauf und dann kannst du auch... Fünf! Hier ist fünf! Neun! Oh Gott! Dann nimmst du 45-Jährige. Nein! Die ist zu alt, die stirbt doch bei der Geburt. Ja, also du musst dich jetzt entscheiden. Willst du viel macht? Das ist hier zum Beispiel der, äh, William, der Eroberer ist das aus der Normandie. Der hat 7.500 Truppen. Willst du jetzt viele Truppen haben oder willst du glücklich in der Ehe sein? Oh mein Gott! Fünf! Zwei! Gertus, zwei! Ja, aber... Die vollziehen den Akt der Liebe erst, wenn sie 16 ist. Ja, aber dann bin ich tot. Du bist doch erst 39. Ja! Oh Gott! Okay, warte mal. Ich hab nach Bündnismacht zu tätig. Wo, äh, wo sehe ich das? Ist das minus 11? Was dort in meinem Porträt drinsteht? Oder was ist das für eine Anzeige? Äh, in dem Porträt ist die Meinung, die die von dir haben. Wenn du da drüber gehst, dann siehst du, wo durch die kommt. Die hassen dich meistens direkt, weil zum Beispiel, äh, andere Kultur... Wie keiner grüßt dich. Äh, für mich war Crusader Kings kurz davor zu sterben. Also ich würde halt gucken, dass ich eine finde, wo man halt relativ... Also im besten Fall suchst du eine eierlegende Wollmilchsau, die eine sehr gute... Die ein sehr gutes Bündnis hat, in das du reinheiratest. Und volljährig ist. Volljährig. Und vererbbare Eigenschaften hat. Das kannst du, wenn du auf die Lupe klickst, nochmal sehen. Da kannst du draufklicken. Und dann kannst du nämlich bei Eigenschaften vererblich auswählen. Und dann siehst du nochmal zusätzlich Eigenschaften, die vererbbar sind, die dann an die Kinder potenziell übergeben werden könnten. Okay. Habe ich mal mitgenommen. Genau. Oh, guck mal. Mezina Lopez. Wann mal, jetzt weiß ich aber nicht, ist wirklich nach Brinders Macht so tätig. Ja, anscheinend. Äh, 31 Jahre. Das sieht doch ganz nett aus. Ja, ist schlau. Ist ein guter Trade. Schlau ist einer, der... Ist ruhig und faul. Ja, gut. Man kann nicht perfekt sein. Aber die ist auch maßvoll. Ja, das passt wenigstens. Ich glaube, das wäre doch gar nicht so verkehrt, oder? Äh, Greinrock, wir gehen langsam erstmal rein. Ja, das ist doch gut. Ja, 31. Passt auch perfekt. Das heißt, ihr könnt direkt Kinder zahlen. Ne, Odet. Odet ist 21, ist rachsüchtig, demütig und ein religiöser Eiferer. Ich glaube, die gefällt mir ein bisschen mehr von den Eigenschaften. Ja. Was hat die für ein Bündnis? Mit Friesland. Ja, 519 friesische Truppen. Warte mal, wo siehst du das jetzt, dass die 519... Ähm, ich kenne... Du klickst hinten auf dieses mögliche Bündnis drauf und dann siehst du den Vater oder Bruder oder wer auch immer das ist und dann siehst du rechts die Truppen dann in dem kleinen Welt. Ah, okay, da. Ja. Guck mal, also ein Porträt sehen wir beide sehr gut aus, muss ich sagen. Chat sieht's nicht, weil ich's genau bedecke, das tut mir leid. Aber wir sehen wirklich sehr gut aus. Sie hat minus 47, reicht das für eine Ehe? Wie meinst du minus 47? Meinung? Das entscheidet ja nicht sie. Wir kommen in der alten Zeit. Das entscheidet der Graf Lutschbert von Friesland. Ja, das ist die Zeit, wo die auch noch gucken, ob wirklich auch die Ehe vollzogen wird und daneben stehen, oder? Ja. 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 Also, man muss so die ein oder andere Sache, die wir aus der heutigen Zeit kennen, über Bord werfen, damit man am Anfang sich dann die Kultur aufbauen kann. Ja, es steht auch da, er wird annehmen. Ja, dann nehmen sie, auf jeden Fall. Okay, dann muss ich irgendwie noch Prachthochzeit oder sowas brauchen wir gar nicht. Prachthochzeit ist ein Event, da kriegst du noch ein bisschen Prestige raus, kostet aber am Anfang zu viel Geld. Und matrilinear würde bedeuten, dass halt die Familie in die Ehe der Frau reingeboren wird. In die Familie der Frau reingeboren wird. Ah. Das willst du natürlich nicht, du willst ja deine eigene Linie. Also einfach Vorschlag absticken, dann passt das. Okay. Ich werde mir hier die 31-Jährigen nehmen. Vorschlag abschicken. Aber die ist auch hier älter als du mit deinen 21-3-Vierteln. Ja, mein Charakter nicht, ne? Verlieben kann man sich später noch. Das stimmt, deine Charaktere sind auch nicht verliebt am Anfang. Also die können sich verlieben hinterher im Spiel. Was hast du noch für eine rote Raute bei dir jetzt oben? Warte mal, ich muss mal deinen Stream aufmachen. Ähm, Prachtturnier. Na ja, kannst du einen Rechtsklick drauf machen? Ist weg. Warte. Und ich habe zwei Fragezeichen jetzt noch. Da bist du. Äh. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie ich das hier... Halt, stopp! Ich muss... Halt! 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 Ich muss hier... Was? Ja? Gott! Was tue ich hier? There is an update available. Cancel! Oh Gott! Was passiert hier? Halt, stopp! Warte, ich muss dann... Boah, ich merke, nur zwei Bildschirme ist doch ein bisschen zu wenig. Bade. Aber ich habe jetzt drei und ich genieße es sehr, weil ich hatte sonst immer die, die ich zugeschaut hatte, noch extra immer auf dem Handy. Oh Mann. Oh, ich könnte dich auf dem Handy packen. Stimmt. Aber nee, da muss ich immer runtergucken. Ich lasse dich jetzt da. Ich sehe dich jetzt da. Ich sehe jetzt gerade... Habe ich ja noch zu trinken? Das ist mein Kaffee. Möchtest du mir meinen Kaffee verwehren? Ich habe hier so einen Fertig-Kaffee. Ich weiß, ich bin... Ich bin ein schlechter Mensch. Was fährt... Wir haben eine Siebträgermaschine und wir haben neue Kaffeebohnen. Ich muss gerade sehr viel Kaffee testen. Das ist super schade. Oh Mann. Ich will auch. Super schwierig. Oh, da fällt mir was ein. Warte mal, ich muss dich mal ganz kurz allein lassen. Ich bin sofort wieder da. Okay. Hallo, Schätz. Jetzt sowohl Chat bei Iwraldis als auch Chat bei mir. Habt ihr Fragen zu Crusader Kings? Ich kann nicht viel im Leben, aber Crusader Kings kann ich. Falls ihr Fragen dazu habt, dann sagt einfach... Hey Ranger, ich habe eine Frage. Und dann sage ich... Ja, mache ich ungefähr so. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag an alle bei mir im Chat. Einen wunderschönen guten Tag an alle bei Iwraldis im Chat. Jetzt mal hier ordentlich winken. Hallo. Einmal winken. Ja? Einmal winken, bitte schön. Jetzt muss einmal jeder winken. Hallo. Ich winke auch. Oh Gott sei Dank. Entschuldigung, ich hatte nur was im Auto vergessen. Hab irgendwie Olli Bescheid gesagt. Okay, okay. Ich dachte jetzt gerade, du musst noch einen Kaffee aufbrühen. Oh Gott, das würde viel zu lange dauern. Ja. Aber fertig, Kaffee schmeckt auch. Der ist zwar sehr süß. Schmeckt ja wie ein Kakao, aber... Aber es ist doch nicht... Also du hast was Süßes, ist doch auch gut. Ja, aber eigentlich will ich eher, dass er mich wach macht. Aber ich war jetzt zu faul, die Maschine nochmal anzumachen. Ich hab aber so eine Espresso-Maschine, muss ich auch dazu sagen. Ja, aber es geht doch dann schnell. Ich mach doch alles für dich. Ich hab eine Frage, warum wäre Crusader Kings 3 für dich fast gestorben? Oh, da muss ich hinterher, wenn wir mit einem Tutorial weit genug sind, weil da kann ich einen Monolog von einer Stunde drüber halten. Das will ich jetzt Ivraldes nicht zumuten. Deswegen machen wir das hinterher. Aber wir lauschen dir gerne, also... Nee, 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 das machen wir wirklich hinterher. Okay, okay. Zu anderen Paradox-Spielen kann ich das auch machen, ja. Machen wir mal was anders. So, äh, okay, warte mal. Deine Kakao ist da drüber. Mach mal die Fragezeichen mit einem Rechtsklick weg. Dieses Tutorial brauchst du jetzt nicht. Dafür will ich, ich bin dein Tutorial. Ich bin dein Tutorial-Boss. Sind weg. Okay, mehr hast du tatsächlich nicht. Nö. Dann geh mal auf... Geh mal, wir holen. Ähm, geh mal auf Rad. Rechts. Dieses, äh, dieser türkise Stuhl. Ja. So. Äh, boah, hast du gute Charaktere da drin. Nee, der eine mag mich nicht, aber der Rest, der ist bei minus zwei. Das finde ich ist okay. Ähm, das ist quasi... Das ist dein Hofstaat von den Vasallen und den Personen, die bei dir am Hofe sind. Das ist eine Ehre, da reinzukommen. Das heißt, wenn du die da reinpackst, dann verbessert sich automatisch die Meinung von denen um, ich glaube, plus fünf, plus zwanzig. Nee, plus zwanzig. Und da hat er trotzdem minus 41. Wie sehr hasst der mich denn? Der hasst dich, glaube ich, sehr, ja. Ähm, und, äh, du siehst aber auch, welche Fähigkeitenstufen die haben. Die siehst du oben rechts. Beispielsweise bei deinem Ratskanzler ist eine 14. Ja. Du willst dafür sorgen, dass einerseits die Mächtigsten da drauf sitzen, damit kein Vasall gegen dich aufgebärrt. Hm. Und, dass da trotzdem welche sitzen, die auch gute Werte haben. Ja. Damit du das herausfindest, gibt's einmal die Punkte, erstmal würdest du jetzt die ganzen Charaktere hier kontrollieren. Also würdest auf die draufklicken und gucken, haben die irgendein Haus oder haben die irgendeine Armee. Bei mir sind sie alle, bei mir hat keiner eine Armee, weil ich halt kleines Land bin, aber ja. Du würdest jetzt gucken, was, was die für eine Macht haben, wie stark die sind. Mhm. Und, wenn du dann sagst, okay, hier sind welche, weil die, äh, finde ich nicht ganz so gut, weil die haben schlechte Werte, da muss ich jetzt einmal kurz bei dir eben selber gucken. Beispielsweise dein Marschall. Der hat eine 13. Dann würdest du auf die beiden, ähm, auf die beiden Pfeile, die den Kreis bilden, klicken. Links neben dem Namen. Ja. Und da könntest du jetzt, da siehst du jetzt alle Personen, die bei dir am Hof sind. Und bereit sind, eine Position bei dir einzunehmen, die sie dann auch dort ausfüllen können. Und das kannst du dann zum Beispiel sortieren, indem du auf die Schwerter klickst, weil das ist ja der Ratsmarschall und die dann nach dem Wert Kriegsführung hier sortieren würdest. Mhm. Und da würdest du dann halt irgendeine Person nehmen. Bei mir gibt's einfach gar keinen Mensch. Du bist ein zu kleines Reich, oder? Ich bin die Isle of Man, da wo immer diese krassen Motorradrennen stattfinden. Kennst du die? Äh, nee. Ja, die sind, also, das ist so wie, wie, ähm, ach, wie heißt das denn nochmal? Diese, äh, diese ganz engen Autorennen, bei dem auch ein Ansager daneben ist. Nur, dass du da mit Motorrad alleine über, durch Dörfer und Hecken und sonst was durchperst. Und wenn du halt einmal verlängst, dann knallst du in den Tod. Ach, du grüne Neune. Ja, die ist schon, das ist schon ein krasses Rennen. Also, ich glaub, da sterben auch regelmäßig die Leute dann dabei. Oh je, oh je, warum will man dann daran teilnehmen? Ich bin sehr sicherheitsbedürftig, hab ich das schon mal erwähnt? Ich würde da auch nicht dran teilnehmen. Ja? Ich hab mir ja schon beim Fahrradfahren beide Arme gebrochen, also von dem her. Was? Hab ich dir das noch nie erzählt? Nein, was hast du gemacht? Das war auf einen Ausbildungskurs als Sportleiter und da war irgendwann nochmal Fahrradfahren einfach so als Disziplin dran. Und das war ein Bereich rund um Warendorf, so Münsterland, also eigentlich ganz gutes Fahrradgelände. Aber dann sind wir durch so einen Waldweg gefahren, wo auch sogar noch ein asphaltierter Fahrradweg war, aber irgendwo ist eine Wurzel dadurch gebrochen. Und dadurch ist so ein Riss in der Asphaltdecke gewesen. Und wir sind aber so ein enges Feld gefahren, dass ich das nicht sehen konnte. Und auf einmal weicht der vor mir aus, ich sehe nur noch diesen Riss und dann stellt sich mein Lenker quer und dann bin ich da drüber geflogen. Ach du grüne Neune. Dann hab mir dann beide Arme dabei gebrochen. Bin aber noch 33 Kilometer weiter Fahrrad gefahren, weil das Adrenalin so hart gekickt hat. Ach du grüne Neune. Ja. Seitdem hab ich Schrauben im Ellbogen. Ich hab mir noch nie was gebrochen. Ich bin... Wer ist das doch gar nicht so krass eigentlich? Adrenalin ist halt viel, ne? Also ich muss sagen, ich hab mir noch nie was gebrochen. Ich bin aber auch wirklich sehr, sehr sicherheitsbedürftig. Und co. Das verrückteste, was ich gemacht hab, ist mich selbstständig zu machen, mich innerhalb von einem Jahr dreimal tätowieren zu lassen. So. Let's go. Und das alle mit Mitte, alles mit Mitte 30. Wart mal ab, bis du in das Alter kommst. Dann wirst du nochmal richtig durchflippen. Ich bleib auf ewig 21,5 Sextel. Da geht nur noch der Bruch dahinter, geht nur noch nach oben. Mir hat grad gesagt, Ragerius ist hart im Nehmen. Respekt. Das ist echt wild. Erst recht, wenn beide Arme gebrochen sind. Wie gehst du auf Toilette? Wie ziehst du dir deine Hose hoch? Du bist ja immer auf andere angewiesen. Ja. Kannst dir auch vorstellen, wie dankbar ich meiner Frau in der Situation war. Weil da war ich Pflegefall in dem Moment. Also ging nicht anders. Ja, da passt kein Blatt mehr zwischen euch. Ich konnte nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Blatt Gott sei Dank noch. Aber das ist wirklich Liebe. Ja. Sie musste mich auch füttern. Ich konnte ja auch nicht mehr essen. Ich hab ja so einen rechten Winkel in den Arm dann reinbekommen, dass sie quasi, ne? Und konnte mit der Gabel nicht mehr zum Mund. Ich glaube, ich glaube, ich hätte mir Spaß gemacht, irgendwie so einen Löffel an den Tisch irgendwie so geklebt an die Kante und immer wieder auf den Löffel dann Essen drauf gemacht. Dann hätte sie sich dort doll Sinn bewegen müssen. Du grausames Wesen. Wallakai, danke schön für dein Zappel. 18 Monate. Oli lässt sich von mir nicht pflegen, wenn er krank ist. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ich hab das normalerweise auch nicht so. Aber, äh, ja, da ging es nicht anders. Ja, verstehe ich. Ja, mein Respekt. Ja, das, äh, also, äh, du merkst halt durch das Adrenalin nichts, ne? Ist jetzt nicht, boah, guck mal wie krass ich bin oder sonstiges. Du bist halt einfach bis oben hin, weil der Körper so viel ausstößt in dem Moment, dass du halt wirklich über ein, zwei Stunden überhaupt nichts mehr merkst, ne? Und dann irgendwann hab ich's gemerkt und das war wirklich furchtbar, weil ich dann nämlich das Fahrrad nicht mehr anheben konnte und mir dachte, hö? Ja, das stimmt nicht. Ja. Ui, ui, ui. Also vorsichtig sein und I love man, deswegen sind da so wenig Leute, weil sie sich alle umbringen. Ja, und deswegen fahren wir auch kein Fahrrad mehr. Mhm. So. Verstehe ich. Ähm, die sind alle schlechter bei mir. Der erste, das Möglichste hat 11 Kriegsführung und der, die ich jetzt gerade habe, der hat 13. Ja, aber dann lass den doch. Also das, wenn, wenn, wenn die, wenn die besser sind, dann passt das. Und jetzt gibt's oben noch so ein Mosaik, da ist bei dir eine rote Zehn drin. Ganz oben. Ich nenn's mal Mosaik, so ein Kirchenfenster. Ja. Da klickst du drauf und dann wird dir, das ist so eine Erleichterung, das sieht jetzt erstmal viel aus, aber das ist so, da wird alles angezeigt, was irgendwo in deinem gesamten Reich passieren könnte. Das erste ist zum Beispiel, dass du keinen Hofarzt hast. Ich weiß nicht, warum das wichtig sein sollte. Nö, ist auch eigentlich nicht so wichtig. Nö. Du könntest trotzdem Hofarzt suchen gehen, das heißt, du klickst da drauf. Mhm. Und dann siehst du alle Leute, die bei dir am Hof sind und wie die Eignung von denen dafür ist. Die sind alle schlecht und schrecklich. Ja, also du kannst dir einstellen, das Problem ist, die können dich auch töten als Hofarzt, wenn die schlecht sind. Ja, die sind alle schlecht und schrecklich. Dann gehst du jetzt mal unten rechts auf Entscheidung, auf diese Feder. Warte, das suche ich jetzt gerade. Das ist rechts im Menüfenster. Ah, da. Hm. Und da kannst du dann einen Arzt suchen klicken. In der Mitte ist es ungefähr. Und dann beginnst du eine Suche. So, okay. Benachrichten mich, wenn das verfügbar ist. Soll ich das anklicken oder brauche ich das nicht? Ähm... Ich hab das immer an. Also dann plocken Event automatisch auf. Ich weiß nicht, ob das Event dann einfach nicht aufplocken wird, aber das passt dann. Okay. So, dann kannst du nämlich diesen Hofarzt erstmal mit einem Rechtsklick rausnehmen. Dann kommt... Was kommt danach? Das sehe ich nicht. Nicht von eurem Bischof gebilligt. Okay, da klickst du auch drauf. Und dann kommt schon Komplottschmieden wahrscheinlich. Ja. Schließ das noch einmal. Weil dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Bereich, der Crusader Kings 3 dann so richtig interessant macht. Geh auf deinen Hofbischof und drück mal mit der rechten Maustaste auf den drauf. Warte mal, wie finde ich jetzt meinen Hofbischof? Der ist links bei dir angezeigt. Der ist links einfach nach vorne. Ich hab ihn gerade beschlossen. Moment. Da, okay. Ja. Äh, Rechtsklick auf den drauf. Auf den Charakter selber. Hm. Heiratarrange. Oh mein Gott, ich kann ihn wegheiraten. Ja. Aber darf ein Bischof überhaupt heiraten? Äh, vielleicht mit deiner Religion. Dieses Inselchristentum da. Wer weiß, wie das da ist bei denen. Hä? Ja. Das ist das Interaktionsmenü mit allen Charakteren. Also mit jedem Charakter, den es auf der gesamten Karte gibt. Kannst du Rechtsklick drauf machen und dieses Interaktionsmenü raufholen. Und da können hinterher sogar noch mehr Sachen drauf sein. Darüber machst du einen Mordkomplott gegen die. Darüber kannst du die einkehren lassen, wenn du der Meinung bist, die müssen... Ich kann ihn verführen. Du kannst ihn verführen. Du kannst auch Liebesdinge mit ihm machen. Du kannst, äh, darüber auch deine Frau beschlafen. Was du jetzt als erstes machst, ist beeinflussen. Das ist quasi die Meinungssteiger. Und dann Komplott schmieden. Und dann hast du jetzt einen Komplott, der läuft. Ich hab einfach raufgeklickt. Sehe ich irgendwo, dass der läuft, oder... Äh, du musst... Runden in der Mitte musst du auch nochmal auf Komplott schmieden drücken. Ach da. Ja, okay. Das sind so viele Fenster. Ich muss immer erstmal gucken. Ähm. Die Meinung erhöht sich um 25. Oh, dann würde er uns mögen. Ja. Das wäre richtig gut. Je besser der... Je besser die Meinung vom Bischof ist, desto mehr Geld bekommst du von der Kirche und desto mehr Truppen bekommst du von der Kirche, wenn Krieg ist. Sehr gut. Okay. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du zum Beispiel mal rechts im Menü am Rand wieder auf Ränkespiel klicken und dann wird dir jetzt angezeigt, dass dort ein Komplott ist. Das hast du jetzt einfach als Übersicht. Das ist ja leider ein Brief. Ja. Da hast du dann immer eine Übersicht. Ja, gut. Erfolgschancen sind aber nur 65%. Ja, das steigert sich mit verschiedenen Events. Das ist, wenn wir das Spiel... Wir haben das Spiel noch nicht mal gestartet. Also Paradox-Spiele sind halt einfach erschlagend. Deswegen wird... Jetzt wird Zeit für ein Wortwitz. Ähm, wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Was macht eine Sicherheitsfirma in der Nudelfabrik? Die passt da auf. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ähm. Mist, jetzt fällt mir nichts ein. Ähm. Hast du nicht eine Liste, von der du abliest, oder? Ja, ich hab die mir einigermaßen gemerkt von dem Podcast, weil wir ja immer mit einem Flachwitz beginnen. Ja. Es ist nicht nur ein stolzter Moment, aber es ist halt ein Moment. Community von Ranger. Wie stolz seid ihr auf ihn von einer Skala von 1 bis 10? Oh, ne 10. Ne 10. Der Ton ist an, oder? Ja, 10. Minus 5, minus 16, ganz arg. 12! 7, 8, guck mal. 42. Ja. Solide 3 siebte. Bin im Ranger-Stream, hol mich hier raus. Ach du Scheiße. 7, 5,6. Und dann ist da dieses 1%, was irgendwie... Äh, zu... Was? Oh Gott, nee, das ist was anderes. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Ja, das ist meine Community. Ich bin stolz auf euch. Finde ich gut. Ähm. Ich bin leicht zu begeistern. Deswegen mag ich ihn wahrscheinlich auch. Gott. Ja, aber irgendwie muss man das ja... Das ist halt... Also du musst dir das so vorstellen, Paradox-Spiele ist eigentlich eine grafisch hinterlegte Excel-Tabelle. Und das wird erst so geil, wenn du dir selber die Geschichten erzählst. Aber so trocken das am Anfang ist, wenn du hinterher die Geschichten hast, dass du auf einmal irgendeinen zu einer Hexe erklärst. Und auf einmal wollen alle diese Hexe verbrennen und alle rennen der ganzen Hexe hinterher. Und plötzlich ist deine Schwester, deine Mutter, deines Vaters, Sohn... Dann wird es halt... Dann wird es interessant. Dann wird es cool. Also ich finde es gut. Ich mag auch sowas halt, dass es erstmal ganz... Sozusagen ganz Standard ist. Und gefühlt diese Excel-Tabelle, wie du sagst, ich bin gelernte Sozialversicherungsfachangestellte. Ich kann das ab. Das ist okay. Na gut, das stimmt. Ich bin leidgewohnt. Von daher... Ich als ehemaliger Soldat kann sowieso nur mit Excel arbeiten. Wir haben sogar noch in der IT mit Excel-Tabellen gearbeitet, um Serienbriefe rauszuschicken. Aber erzähl das keinen. Okay. Okay. So, jetzt... Fortschrittliche Krankenkassen. Du willst gar nicht wissen, was wir bei der Bundeswehr in Excel-Tabellen hatten. Deswegen sage ich es... Ich sage es jetzt lieber nicht, bevor mich hinterher einer anschmerzt. Ja gut, wir reden weiter. Kriegsvolk-Regiment. Ich bin nicht von unserem Bischof gebilligt. Kann ich das wegklicken? Das kannst du wegklicken. Ja, das ändert sich hinterher. Jetzt müsste Kriegsvolk-Regimenter stationieren kommen. Moment, ich... Oh Gott. Oh Gott, wie peinlich. Eigentlich dürfte das hier... Ich erzähle es trotzdem. Ich habe jetzt bei mir in OBS geguckt, ob du das bei dir siehst. Und dachte, ja, das sieht ja genauso aus wie bei mir. Aber ich habe natürlich nicht gemerkt, dass meine Kamera da drüber ist, anstatt deine Kamera. Ja, du, wir sehen uns ja auch so ähnlich. Zwei Schönheiten nebeneinander. Ja. Ja. Ich habe... Ich kann... Okay, ich wusste nicht, dass dieses Wort existiert. Ich kann den Earl von Schießmichstod von Desmond vasalisieren. Ich kenne Vasallen als Namen, aber vasalisieren ist mir neu. Ja, dann machst du ihn zum Vasallen einfach nur. Ja, ich wusste nicht, dass das als Wort existiert. Das ist... Gut, wann benutzt man auch mal das Wort im normalen Sprachgebrauch? Ich vasalisiere dich jetzt. Ja. Können wir das nicht umbenennen? An egal. Okay. Jetzt will ich wissen, in was. Nein, 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 ist okay. Bei Paradox, das ist eine der Ausnahmen, da darfst du fast alles im Stream sagen, weil du den Disclaimer dabei hast. Wann muss ich den auch bei mir reinmachen? Nee, ich glaube, das machen die Moderatoren nur immer, weil ich im... Du weißt doch, wie ich Roleplay mache. Ja, ja, stimmt. Du weißt doch, dass es da manchmal, wenn man den Disclaimer nicht dabei hat, dann geht's auf einmal... Ja, bei mir würde dann einfach nur stehen, ihr könnt doch, Anna. Ja, der Earl ist der Graf, ne? Der niedrigste davon. Du kannst den vasalisieren, wenn du den... Wenn das bei dir jetzt angezeigt wird. Sollte ich das? Ja, also da musst du dich halt selber nicht um diese Regionen kümmern. Ähm, warte mal, welchen Earl würdest du hier synchronisieren? Welchen... Den vasalisieren. Äh, der Earl... Redak, Mac, Kartach von Desmond, heilige Grüße. Kartach. Kartach. Äh, äh... Oh, warte mal, ich such den mal kurz. Das Mittelfenster kann man nicht verschieben, das ist sehr ärgerlich. Mal? Redak. Äh, Malreda... Ich find den nicht. Von welcher? Desmond? Von Desmond, okay. Desmond. Ja. Ach, der hier. Ähm, Muridek, Mac, Kart. Von Desmond. Ja, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das... Da musst du gegen den keinen Krieg führen, sondern der gehört dann zu dir. Ähm, das Einzige, wo du bei dem dann drauf achten musst, das wird ein mächtiger Vasal werden. Das heißt, der wird auch ein bisschen versuchen, an deinem Thron hinterher zu, äh... Ja, der hat so einen großen Bereich. Äh, die Größe ist da... Die Größe ist nicht entscheidend. Wer weißt du dann, dass er mächtig ist? Die Armee ist das Wichtige hinterher bei denen. Warte mal. Äh, hier konnte ich nachschauen. Grüß euch, ihr Lebenhörer. 539 ist aber ordentlich. Kann ich den ja nicht verheiraten, damit er glücklich ist? Du kannst den auch hinterher... Wen willst du verheiraten? Den Earl? Hm. Deinen Vasallen kannst du auch hinterher verheiraten, aber jetzt mit der momentanen Stufe noch nicht. Ich könnte es anklicken. Wir haben übrigens gerade einen der Übersetzer von Crusader Kings 3 hier mit bei uns. Hallöchen, wunderschön. Hallo, hallo. Oh. Okay, aber, äh, ich mach jetzt mal ganz normal normale Pflichten. Und, äh... Ach, äh, nee, steht da, er wird nicht annehmen. Ach, er wird nicht annehmen. Ja, dann lass das erst mal. Er würde nur die niedrige Feudalpflichten, die würde er annehmen. Dann geh auf niedrige Feudalpflichten. Also, Hauptsache, der ist irgendwie dein Vasall. Ja. Vaselinisiert. Nee, vaselinisiert haben wir jetzt noch keinen. Noch nicht. Noch nicht, warte ab. Okay. Äh, ähm... Dann kommt als nächstes, da gehen wir erstmal so eine Liste dann lang, da kommt als nächstes bei dir, äh, was kommt da nach? Das Kriegsvolk. Da klickst du dann drauf. Wir können, mhm, Kriegsvolk stationieren. Alkabi, danke schön für deinen Sub im dritten Monat. Vielen lieben Dank. Und Grüße nach Mühlheim. Grüße nach Mühlheim. Ähm, das ist auch eine relativ neue Mechanik. Damit kannst du deine, deine Armeen, dein Kriegsvolk, also jetzt müssen wir kurz über die Armee sprechen. Die Armee setzt sich zusammen aufs Aufgeboten. Das sind Bauern, die einfach aus deiner Region zusammengezogen werden. Das ist so ein prozentualer Anteil von X. Dann gibt's Ritter. Ritter ist quasi so stark wie 10, nee, 100 normale Soldaten. Ähm, denen kannst du auch bestimmte Titel geben, die können dich dann besser leiden, weil das sind nämlich feste Charaktere, die bei dir sind. Oh, warte einmal ganz kurz. Ja. Entschuldigung. An der nächsten Übersetzung für CK3. Oh, sehr cool. Sehr cool. Ich kann weiterhin nur sagen, Chapeau. Also wie sich das mittlerweile, oh, warte mal. Wie sich das mittlerweile, äh, hier verbessert hat im Gegensatz, das hab ich ja letztes Mal schon gesagt, im Gegensatz zu früheren Paradox-Titeln. Ganz, 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 äh, großes Chapeau da dran. Ich hoffe, liebe Leute, für alle, die jetzt neuen Crusader Kings 3 sind, dass es einigermaßen, äh, schön hier für euch vorangeht. Ich weiß, es ist jetzt viel Theorie, es ist jetzt viel Langlabern, ähm, am Ganzen. Aber ich glaube, wenn wir mal so intensiv über diese einzelnen Sachen reden, dann, ähm, ist es besser, als wenn ich jetzt hier einfach nur schnell voranklicke. Ted, grüß dich, hallo. Ach, nicht der cooler Bierwitz. Da haben wir doch sogar einen Clip zu. Oh nein, nicht der schon wieder. Äh, einfach damit wir, damit wir das alles mal ansehen, damit wir, ähm, wirklich ein Anfängertutorial, ne? Also das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir machen jetzt hier einmal ein Tutorial, bei dem wir von Anfang an reinschauen und, äh, uns das Gesamt genau angucken. Kein Problem. Ja. So. Alle mitschreiben. Die Klausur geht weiter. Vokabeln lernen. Es gibt danach einen Test. Das gibt es hinterher auf YouTube. Genau. Ja. Ähm. Genau, Aufgebote, habe ich ja gesagt. Das sind einfach die Bauern, die dazukommen. Die Ritter, die 100, die so stark sind wie 100 Aufgebote. Genau. Ähm. Und auch ein bisschen stärker werden können. Da müssen wir auch gleich gucken. Ich habe mir das gemerkt. Und das Kriegsvolk, das ist so ein bisschen die Armee, die du selber ausstellst, aus professionellen Soldaten. Was halt professionell zur damaligen Zeit gewesen ist. Die sind am stärksten. Die bringen am meisten. Sind aber auch am teuersten. Du siehst hier unten nämlich zum Beispiel einmal eine 100 bei denen. Und rechts daneben Preis. Das heißt, das sind 100 Soldaten gerade. Mhm. Und die kosten 0, bei mir zum Beispiel die Bogenschützen 0,18 im Unterhalt. Im nicht ausgehobenen Zustand. Wenn du da drüber gehst und dann der Tooltip sich öffnet, siehst du in der Mitte ungefähr, wie der volle Unterhalt ist. Das heißt, es gibt noch einen Unterschied, wenn die einfach zu Hause sind. 1,80 pro Monat. Ja. Das ist sehr viel. Ich bekomme nur 2,80 im Monat an Taschengeld. Ja, deswegen darf man Armeen nur im absoluten Notfall dazuholen. Ja, verstehe ich. Die kannst du jetzt auf jeden Fall stationieren, indem du auf die draufklickst. Und dann... Auf das Kriegsvolk, hier auf die beiden? Auf irgendeines von beiden erstmal. Die müssen wir nach und nach anklicken. Und dann öffnet sich ein Fenster. Da siehst du in der Mitte wieder so zwei Pfeile als Kreis. Und da kannst du den Besitztum mit zuordnen. Dann kommst du quasi auf die Karte. Warte, warte, warte. Ich muss mal auch... Ich stiebe dich mal hier auch runter. Äh... In der Mitte, da wo die rote Schrift auch ist. Ah, und dort auf statt... Ah, okay, dort auf. Okay. Bei mir ist ein bisschen was Grün hervorgehoben. Genau. Jetzt bei den Grün hervorgehobenen siehst du Werte. Und diese Werte verbessert sich dann das Kriegsvolk. Also zum Beispiel bei dir 4,4 im Nahkampf und 4,8 in der Verteidigung. Das heißt, du sollst versuchen... Also ich mach's meistens so, die Einheiten, die am stärksten sind, wie zum Beispiel mein gepanzertes Fußvolk, die packe ich eher in die stärkere Region rein und die Unterstützungseinheiten, wie die Bogenkämpfer, in die schwächere Region. Mhm, verstehe. Ja. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, welche ich ausgewählt hab. Ja, oder pack's irgendeiner rein. Also das sind hinterher kleine Sachen, so Feinheiten, die kann man dann hinterher noch machen. Jetzt hab ich die Pekingiere dorthin geschickt und hab noch das gepanzerte Fußvolk. Was von denen ist stärker? Das gepanzerte Fußvolk im Regelfall. Wenn du über die drüber gehst, siehst du Werte dazu. Ah, da 32 und 24, okay. Genau, und du siehst auch, wogegen die stark sind und wogegen die schwach sind und in welchem Gelände die gut oder schlecht kämpfen. Bei dem gepanzerten Fußvolk haben die keinen Effekt, aber die Sperrträger sollten welche haben. Oh mein Gott, das würde hier plus 6,4 bekommen. Ja. Das ist ja richtig stark. Dann schick ich die dort rein und geh auf Ersetzen. Und dann schick ich die da rein. Schön. Okay, hab ich. Das muss man ja wirklich alles... Also wenn ich das alleine spielen würde, ich würde die Hälfte vergessen. Hast du irgendwie so eine To-Do-Liste, die du abrackerst? Oder wonach machst du das? Ich hab einfach schon ein paar hundert Stunden im Spiel. Ja, das erklärts. Hast du mir eine To-Do-Liste schreiben? Das ist halt, wenn ihr Ecke, Strategie Ecke und Gaius machen ja immer wieder Roleplay-Events in den Paradox-Titeln. Und dadurch, dass ich halt dann immer... Dass da so viel gleichzeitig passiert, bin ich halt schon einigermaßen drin in dem ganzen Zeug. Das nächste... Wir bleiben kurz in dem Kriegsvolk-Ding und jetzt gehen wir einmal auf die Ritter. Da kannst du nämlich auch draufklicken. Ja. Und dann siehst du alle Leute, die bei dir in deinem Reich Ritter für dich werden könnten. Samt ihrer Kampfstärke. Je höher die Kampfstärke ist, desto besser. Wenn du welche hast, die noch nicht Ritter bei dir sind, dann kannst du die dazu zwingen. Allgemein erlauben füllt der eigentlich erstmal auf bis zu fünf. Zwingen, dann werden sie auf jeden Fall Ritter, egal was passiert. Gibt aber auch keinen Malus. Also ich packe die meistens immer auf Zwingen und Verbieten. Damit kannst du zum Beispiel entweder Leute, die richtig schwach sind, sagen, die sollen keine Ritter werden. Oder du kannst damit deinen Erben auch schützen. Weil dein Erbe könnte ja auch hier drin sein. Und wenn der kämpft, dann hat er die Möglichkeit zu sterben. Okay. Dankeschön für den verschenkten Zapf. Sehr, sehr lieb. Also der zum Beispiel, der hat minus 41. Ich würde den, wenn ich den zum Ritter zwinge, habe ich aber jemanden, der mich hasst. In einer Position, die ich nicht haben will. Bei Ritter geht das noch einigermaßen. Weil Ritter sind nicht so nah an dir dran. Und minus 41, da wird er wahrscheinlich noch nichts gegen dich planen. Das geht bis minus 100 runter. Also ich finde da minus 41 doch schon ganz schön stark, oder? Aber gut, ich zwinge ihn. Bei Erlauben wird wahrscheinlich nichts bringen, oder? Ja doch, bei Erlauben bleibt er auch bei dir. Bei Zwingen wird er auf jeden Fall egal was. Auch wenn er ein Bein verliert zum Beispiel, dann bleibt der Ritter. Ich kann nichts drücken. Weil das standardmäßig schon auf Erlauben ist. Ah, okay. Wie ziehe ich ihn jetzt dort rein? Ach, über das Plus, oder? Ich habe so viel Profit an den Schiff für deinen Zapf im vierten Monat. Der Rima-Shadow. Oder wie kommt er dort hin? Ne, die sind jetzt automatisch da drin. Also die... Ah. Du siehst rechts, wie viele du jetzt hast. Zehn von zehn ist jetzt bei dir. Ah, okay. C, C. Gut, gut, gut. Ich habe bei mir nur zwei von fünf. Du sollst immer darauf achten, dass das auf maximaler Höhe ist. Und hinterher sind halt, wenn du gerade kriegerisch unterwegs bist, immer Sachen, die deine Rittergröße erhöhen, sind immer von Vorteil. Jetzt gibt es noch die Besonderheit. Entweder, bleib noch mal auf den Ritter kurz drauf. Wenn du jetzt zu wenig hättest, könntest du in der Mitte Ritter einladen klicken. Das kannst du eigentlich auch jetzt... Also das könntest du auch jetzt machen. Lohnt sich jetzt bei dir nicht. Aber dann kommen im Regelfall so drei Ritter, die recht stark sind zu dir. Die kannst du dann für dich rekrutieren. Kosten aber ordentlich eine Stange Geld. Und da drüber hast du Auszeichnungen schaffen. Wenn du da zum Beispiel auf den Plus drauf drückst, dann kannst du damit einen Titel wählen. Dann werden dir alle Leute angezeigt, die die Fähigkeiten dafür erfüllen würden als ihr Ritter. Und wenn du dann zum Beispiel auf einen draufklickst, irgendeinen, dann werden dir dann zwei Eigenschaften angezeigt und der Titel oben. Bei mir ist es der Würde-Ritter. Und dann hat er einmal als Hauptattribut charmant und als zweites Attribut disziplinär. Was die Eigenschaften machen, das kannst du sehen, wenn du über diesen unterstrichenen Text dann drüber gehst. Und das bedeutet, wenn der jetzt in seinen jeweiligen Level hier, wenn wir den als das einsetzen und dann kämpft er für uns und steigt langsam in Level auf und langsam im Ruhm auf, dann würde der bestimmte Bonus für unsere Armee freischalten. Ich finde das ganz gut, der ist Manipulator. Ja, perfekt. Also einfach Auszeichnungen schaffen, oder? Let's go. Genau, du könntest das auch noch ändern, wenn du auf diese Kreise dahinter drückst. Da kannst du nochmal andere Sachen dann auswählen für den. Ach, also Idealist kann er sein. Ich unterdrücke ihn einfach, das ist okay. Und dann kannst du auf Auszeichnungen schaffen, kostet ein bisschen Prestige, aber dann hast du damit jemanden auf jeden Fall schon mal fest bei dir. Genau. Okay. Und dann kannst du hinterher auch noch Nachfolger benennen, weil sie nicht was brauchen, war jetzt aber am Anfang noch nicht. Mhm. Okay. Dann müssen wir wieder einmal auf unser Mosaik da oben drauf, auf das Fensterchen. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir durch. Gott. Ich kann jemand den Krieg erklären. Das machst du gleich, aber lass uns vorher dann die anderen Sachen angucken. Was hast du da noch? Ritter. Ritter braucht einen würdigen Nachfolger. Ja, das kannst du erst mal schließen mit Rechtsklick. Okay. Und? Familienmitglieder können heiraten. Ja, das sollst du auch machen. Mist, das war die falsche Taste. Ah, kann er jetzt nicht mal heiraten? Oh mein Gott. Habe ich ihn jetzt verflucht? Doch, doch, doch. Hast du jetzt das dann weggeklickt? Ja. Dann gehst du auf deinen Charakter unten links. Ja. Und dann gehst du... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wer ist denn bei dir? Wer kann denn bei dir heiraten? Der Gerbe vielleicht. Oder? Unverheiratet, mein Erbe. Ja, dann klickst du auf dein Kind drauf. Mhm. Ehepartner finden. Genau. Und hat er die Väter noch drinne? Fruchtbar, gesund, vererblich. EO ist drinne und nach Bündnis macht am besten, oder? Ja. Da kannst du dann halt gute Heiraten machen, weil das ist der einzige Weg, wie du Bündnis hinterher schmieden kannst. Oder, also, das ist momentan der einzige Weg, um Bündnisse zu schmieden. Da gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ich meinen 18-jährigen Sohn mit einer 47-Jährigen verheiraten will. Ja, wenn das viel Bündnis macht, bringt, warum nicht? Noch ist sie... Ich glaube, 50 ist das magische Alter in Crusader Kings 3. Aber korrigiert mich gerne, Shad, falls ich falsch liege. Ich glaube, ab 50 verlieren die Fruchtbarkeit. Es gab früher aber auch noch... Und alle, Alter. Es gab früher aber auch noch die prozentuale Chance, dass du, wenn du unfruchtbar bist, nur einen prozentualen Malus bekommen hast. 45, okay, ab 45 ist das gut. Dann wird es ein bisschen schwierig. Dann wird es schwierig. Guck mal, hier ist eine 17-Jährige. Oh nein, ich habe aufgeklickt. Ah, warte. Du kannst auch B drücken und wieder zurückgehen. Oder oben rechts neben dem Schließen ist auch so ein Zurück. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Wieso hat sich das jetzt anders sortiert? Tierreinfolge absteigen, das ist ja richtig. Wenn du zurückgehst, dann setzen sich die Filter manchmal nochmal zurück. Gesund, furchtbar, vererblich, das passt. Geschlecht, ach so, bist du überhaupt heterosexuell? Okay, alles gut. Ja, egal ob er jetzt homosexuell, heterosexuell, bisexuell oder ähnlich ist, du sollst auf jeden Fall eine Frau für ihn suchen, damit er halt einen Erben zeugen kann. Und damit dein Erbe nicht von der Kirche geächtet wird. Wie kann ich nochmal sehen, wie stark die ist? Du kannst auf die draufklicken einfach. Oder meinst du jetzt das Bündnis von der? Das Bündnis, das Bündnis. Dann gehen wir nochmal zurück auf diese Liste, genau. Die hat kein Bündnis, also die hat keine starke Familie, die irgendein großes Haus hat, sonst würde da jetzt ein Wappen sein. Die 31-Jährige. Die hat er jetzt, genau. Da kannst du dann bei den beiden Flaggen. Du siehst auch unten, genau, da wird dir das auch nochmal angezeigt. 5 Ritter, 281, also insgesamt 586, sieht doch ganz gut aus. Da muss ich es auch mal in einem Chat nochmal eben kurz zeigen. Dann wird man arrangieren, bei dem. Ach, jetzt kann man da gerade nicht sein. Egal. Ja. Als musst du neu heiraten, habe ich dir jetzt eine Hochzeit futsch gemacht? Nee, 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 nee. Oder? Warte mal, welch ist das? Ist das die 31-Jährige? Das ist jetzt die, äh... Das war die 31-Jährige jetzt so. Ich würde die annehmen, ich finde die eigentlich ganz passend. Ich glaube, der hat ein Angebot geschickt, ich weiß es aber gerade nicht. Okay, ich schicke jetzt ihr auch ein Angebot. Aber wir schicken jetzt nicht derselben Angebot, oder? Kann durchaus sein, ich habe das jetzt nicht genau gesehen. Oh Gott, nicht, dass ich dir die Frau ausspanne. Tut mir leid. Quatsch, ist egal, das wird ja dann angezeigt. Sind Tipps erlaubt? Klar, wir machen gerade ein Tutorial. Haut die Tipps raus, wenn ihr welche habt. Ich denke wahrscheinlich auch nicht an alles. Okay, als nächstes habe ich noch, ihr könnt Geiseln austauschen. Ja, klick mal da drauf. Mhm. Aber wir haben gar keine Geisel. Ja, dann ist es egal. Achso, doch, das ist... Geisel austauschen ist jetzt hier drin nicht Geisel, die du schon hast, sondern du gibst quasi eines deiner Kinder zum Beispiel an den anderen lehnst her und der gibt dir dafür eins von seinen Kindern als Pfand. Was? Ja, dass ihr euch halt nicht gegenseitig angreift, weil ihr die Kinder von den anderen habt. Hä? Ja, was ist das? Das sind Sachen, die man nur in Crusader Kings 3 sagt. Okay. Aber das mit der Legitimität mache ich tatsächlich auch nicht immer. Ja, weil er das gängiger braucht. Ja, halt ein Pfand einfach nur. Das brauchst du aber auch nicht. Das kannst du auch mit rechts wegklicken. Und dann kommt noch ein letzter Punkt, glaube ich, bei dir. Euer Neffe Earl Möschert und ihr könnt ein Bündnis miteinander aushandeln. Ja, das machst du. Also ich werde ja auch meinen, wir sind verwandt. Ja, das bedeutet im Mittelalter nichts. Da gehst du dann einfach drauf und dann kannst du hier unten sagen, Bündnis aushandeln. Da siehst du auch, wie wahrscheinlich es das annehmen würde. Okay. Yo. Hab ich. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch eine Sache machen. Einmal muss ich kurz schauen, wie dein Erbe heißt. Brian McMurchert Brian. Das heißt, du gehst noch einmal auf Soldaten. Militär. Warte. Ich suche die wieder. Ja. Ja. Und dann suchst du deinen Sohn einmal aus der Liste raus. Also Brian McMurchert Brian. Okay. Das ist der, oder? Ja. Das ist der 18-Jährige. Ja, hab ich. Der hat auch meistens so ein Zeichen dann direkt da unten rechts in dem Bild noch dazu. So ein Königszeichen. Da drückst du auf Verbieten, damit der nicht getötet wird, weil das ist ein einziger Erbe. Nicht, dass der auf einmal in der nächsten Schlacht direkt einen Löffel abgibt. Okay. Hab ich rausgenommen. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt langsam endlich in die Spielphase, in der wir nach einer Stunde auf Start drücken. Wo Start? Das machst du, oder? Ich mach das. Ich mach das. Das, was du jetzt versuchst quasi zu klären in der nächsten Zeit, ist, dass wir langsam aber sicher in die anderen Bereiche reingehen müssen bei dir. Also du musst zum Beispiel die anderen Grafschaften angreifen. Ich geh jetzt aus dem Pause-Modus raus. Das hat ja super funktioniert. Warum macht ihr denn bei mir die Leertaste grad nicht? Ich glaub, ich hab die mir beim Online-Event irgendwann mal weggestellt. Bei mir ist die Pause weg. Und ich hab einen Brief bekommen. Ja, ich hab das gerade wieder. Ja, Scheibenkleister. Ich hab mir die irgendwo rausgenommen, damit ich beim Multiplayer-Event nicht auf Leertaste immer klick. Ah, okay. So. Jetzt kommen Events. Ich werd jetzt mal runterstellen erstmal auf die Eins. Und jetzt kannst du diese Events durchlesen. Einfach. Ja. Also, äh, mein Sohn wird heiraten. Das hat geklappt. Ja, deswegen hab ich grad die Absage weggeklickt. Verdammt nochmal! Es tut mir jetzt aber leid. Okay, das merk ich mir. Das merk ich mir. Der Basal nimmt an. Sehr schön. Der hat jetzt auch nur noch minus 17. Und, äh, ich hab auch eine Frau. Sehr schön. Und, äh, mein Neffe geht auch alles ein. Ja, perfekt. Der hat das ja schon mal gut funktioniert. Jetzt kommt dein Hofarzt-Event. Ja. Da kannst du den Text durchlesen. Was ist da? Soll ich mich muten, wenn ich vorlese? Oder, also, wie ist dir lieber? Kannst du auch so vorlesen. Die Leute bei mir wissen meistens, was da steht. Okay. Diese Welt ist voller Gefahren. Selbst für einen kleinen König und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlung umgehört. Und haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Ähm. Das ist unten jetzt. Die unten, die beiden. Da gibt's jetzt die beiden Möglichkeiten. Beide Personen wurden dir vorgestellt. Du kannst dich jetzt für eine Person entscheiden. Oder du kannst sagen, beide beeindrucken mich nicht und ich schick die weg. Der eine ist durchschnittlich. Durchschnittlich find ich gut. Aber der kostet ganz schön viel. Ja. Das ist halt das Problem. Je besser der ist, desto mehr ist er sich seinen Marktwert bewusst. Ja, aber schrecklich ist halt schrecklich. Oder du lehnst die beiden ab. Das kannst du natürlich auch machen. Oh. Aber das ist halt schwierig. Ich mein, ein Okay würde mir reichen. Muss jetzt nicht gleich durchschnittlich sein. 50 kostet. 50 ist halt sehr viel Geld am Anfang, ne? Ja. Deswegen. Also ein Okay würde mir reichen. Ich mach erstmal beeindruckt mich keiner dabei. Ja. Ich lehn mal ab. Du bist 39, da geht das. Ich bin 62. Ich muss mir also auf jeden Fall einen holen. Weil sonst geh ich bald drauf. Das wollen wir nicht. Also es wäre halt schon gut, wenn der Arzt weiß, wo man wenigstens Fieber misst. Okay. Und Hochzeitsfeierlichkeiten. Wie bitte? Ich glaub, da kommt man noch kein Fieber messen. Oder? Ich weiß nicht. So Hand auf die Stirn ist ja schon mal ganz gut. Ja gut, okay. Das Reich erwartet, dass ich zu euren Ehren meiner Hochzeit mit Kleinkönigin Odelt, eine angemessen extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin dadurch berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben. Oh. Doch das so... Doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Aber wollen wir mehr Geld oder nicht? Mehr Geld ist schon gut. Ja, aber dann hassen die mich. Aber ich bin auch schrecklich. Ja, ein bisschen Hass gehört immer dazu. Ich werde niemals... Das ist wie als Content Creator. Ich werde niemals alle mögen. Na doch. Immer. Was? Chat mag mich, oder? Das heißt, die Leute mögen nur mich nicht? Chat? Macht hier keinen Unfug. Ich frag meinen Chat lieber nicht, weil wenn ich das jetzt frage, dann... Oh, der hat automatisch ausgewählt. Ich hab gar nicht raufgeklickt. Achso, ja, die wählen sich irgendwann automatisch aus, wenn die Zeit voranschreitet. voranschreitet. Jetzt bin ich fies! Jetzt hab ich ne Zusatzsteuer. Da hätt ich mir doch den Arzt leisten können. Na toll. Oh, einer mag mich. Und danach kommt direkt ne Person und sagt, also... Das waren die beiden Zusagen, die ich bekommen hab. Dankeschön. Mein Schätze, ja, ja. Wir mögen dich. Ja. Mach dir mal Gedanken. Na ja, na ja, na ja, na ja, mit drei Punkten schreibt eine Person. Und meine Mods holen das Mod-Handbuch raus. Wie soll man den Ranger nicht bilden? So. Ich find dich auch irgendwie toll. Strategiespiele sind toll. Toll. Danke. Besser als ne Minus 100. Ah, schön. Okay. Ich hab 75 Gold erhalten. Dafür hassen mich meine Leute. Nun. Okay, also, das, was du jetzt tun wirst, ist, ähm, langsam mal so Richtung andere schauen. Das heißt, so, äh, zum Beispiel, warte mal, ich guck mal, äh, rechts von dir, ganz, ganz rechts, da gibt's, äh, Lanster. Jetzt komm ich hier mit ihr Landnamen an. Da klickst du mal auf das Wappen drauf. Mhm. Der hat 370 Leute. Ja. Du hast 843 Leute und Bündnisse im Hintergrund. Wo, wo seh ich nochmal, wo ich bin? Warte mal, das ist, ach so, ich bin jetzt sehr blau. Ach, stimmt, der Desmond gehört ja mittlerweile zu mir. Oh, ich hab mich ja erweitert. Genau, und du siehst aber oben rechts deine Truppe immer. Hm, 843, ja. Die Punkte sind übrigens die Güte, das ist die, das Mischverhältnis, wie viele Bauern hast du in deiner Armee und wie viele professionelle Leute hast du in deiner Armee. Mhm. Was heißen 3 Punkte? Ist das gut oder schlecht? Das ist in Ordnung. Ja, das ist gut. Also Standard ist so 2 Punkte. Ordentliche Güte ist das dann bei mir. 3 ist schon wirklich gut. Mhm. Dann willst du, diese Person willst du gleich angreifen. Das heißt, du gehst jetzt einmal nochmal auf dein Militär drauf, rechts auf dein Schild. Ja. Und unten gibt's so ne, ganz unten gibt's so ne Flagge, die heißt Sammelpunkt. Ja. Da klickst du drauf und dann klickst du da auf die nächstmögliche Provinz, die an denen dran ist. Das ist in Ormond. Ja. Einfach auf das Wappen oder? Einfach auf die Provinz draufklicken. Okay. Hm. Das ist jetzt der Sammelpunkt, wenn deine Armee gerufen werden muss. Warte mal. Okay. Ich glaub, du hast das nicht richtig. Klick nochmal auf die Flagge. Ja. Ich hab eine leichte Verzögerung. Und klick nochmal irgendwo in Ormond. Am besten auf die Schrift oder so. Also irgendwo einfach da hin. Ja, da klick da hin, genau. Wie? Da unten oder oben? Genau da. Oh Gott, ich hab diesen Clay drin. Geh mal nach unten. Unten, neben das Wappen. Klick mal irgendwo neben das Wappen. Ja. Jetzt ist Gold eingekreist. Nicht richtig? Normalerweise sollte jetzt die Flagge da sein. Warte mal. Hast du einen Rechtsklick benutzt? Nee. Du brauchst einen Rechtsklick benutzen. Ach, das musst du aber sagen. Ja, okay. Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Okay. Wie krieg ich das hier eigentlich weg? So. So. Jetzt genau. Jetzt die Flagge da. Okay. Das heißt, jetzt mach ich Pause. Und jetzt wirst du... ...die Person anklicken. Also das Wappen anklicken von diesem Lannister. Lannister. Mhm. Ja. Dann gehst du auf den Earl mit einem Rechtsklick drauf. Ja. Und drückst auf Krieg erklären. Moment. Ich seh Mord. Aber kein Krieg. Hast du keinen Kriegsgrund gegen den? Geh mal ganz nach oben. Krieg erklären ist ausgegraut bei dir. Ja. Ich hab keinen Kriegsgrund. Aber ich kann ihn töten. Okay. Dann geh mal daneben auf das andere. Äh, links daneben das Wappen. Auf die andere Provinz. Total wunderschönen. Guten Abend. Hallo. Auf die da? Ja. Und da mal Rechtsklick drauf? Nö. Normalerweise sollst du Ansprüche hier drauf haben. Auf die alle. Warte mal. Ah, du hast einen fallengelassenen Anspruch auf das Ding. Was? Wann hab ich das denn getan? Da kannst du nichts für. Das ist standardmäßig drauf. Ah, okay. Und die Ansprüche haben verschiedene Grade. Also, wie stark kannst du diesen Anspruch nutzen, um einen Krieg damit durchzuführen? Mhm. Und das ist jetzt hier ein fallengelassener Anspruch. Das heißt, du hast einen Anspruch auf diesen Titel insgesamt. Aber du hast damit nicht genug Grund, um die Leute hier einfach anzugreifen. Das heißt, jetzt müssen wir einen kleinen Trick machen. Jetzt gehst du einmal auf deinen Hof zurück, auf dein Rad. Rechts der grüne Stuhl. Ja. Und dann gehst du bei deinem Bischof, oben rechts, auf die oberste Fähigkeit. Anspruch auf Gemeinde fingieren. Warte. Ah, da. Ja. Das kannst du dann anklicken. Mhm. Und dann gehst du einfach da drüber. Auf, äh, auf die Region und drückst dann auf die Region drauf. Links. Ja, hab ich. Das ist doch so. Dann kann ich jetzt hier rauf. Genau. Und dann folgt er dem. Und dann, sobald es soweit ist, wird er, äh, wird er dann sagen, alles klar, Kollege Schnürschuh. Ähm. Ja, aber jetzt darf ich's noch nicht. Nee, jetzt kannst du noch nicht angreifen. Mhm. Das dauert jetzt so ein bisschen Zeit und danach kannst du's auf jeden Fall tun. Okay. Das ist ja in Ordnung. Und warum darf ich keinen Komplott schmieden? Das finde ich viel eleganter als zu kriegen. Äh, du kannst einen Komplott gegen den schmieden, aber du würdest das nicht erben, das Gelände von dem. Du kannst den auch töten. Ah, okay. Ja, nee, dann nicht. Das soll sich ja lohnen. Kommt halt auch drauf an, wie viel, äh, wie gut deiner in Intrigen ist. Du hast eine 9 im Ränkespiel. Da ist doch... Gut oder schlecht? Ja, du könntest den, du könntest den schon ermorden, aber dann hättest du ungefähr so 35 Prozent. Da brauchst du noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit. Wir gehen jetzt noch ran. Du musst halt noch, ein guter Hinweis, du musst halt noch, wenn es soweit ist, auch die Kohle hinterher parat haben. Ja, die Frage auch noch, ich hab ja jetzt eine Frau. Ja. Muss ich den ehelichen Verkehr ausüben oder machen wir das automatisch? Also hier drin wird gesagt, wenn die Hochzeit stattgefunden hat, dann seid ihr liiert. Aber trotzdem heißt das nicht, dass ihr da ein Koitus durchführt. Ähm, deswegen würde ich einfach mal auf die rechts klicken und dann kannst du mal auf, äh, Verführung gehen. Bei deiner Frau. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr... Okay, Komplottschmieden, das ist so komisch, dass das ein Komplott ist. Aber die mag mich. Wunderbar. Ich hab ne Frau geheiratet, die sich nicht bei mir befindet. Toll. Wie, kommt die nicht mal zu dir? Nee, die bleibt bei sich in der Region. Die bleibt bei sich in der Region. Warum das denn? Ja, weil die da, die ist da Herrscherin, ne? Äh, die, äh, das heißt... Ja. Es gibt mir irgendwie ein bisschen leid. Krieg erklärt. Mir hat gerade, mir hat gerade der englische, mir hat gerade der König von Schottland den Krieg erklärt. Ach, du grüne Neune, warum das denn? Weil der Bock hat, meine Region zu nehmen. Aber... Ist nicht schlimm. Naja, du bist zu nah dran wahrscheinlich für ihn. Vielleicht möchte er dich so als Sprungbild haben, um dann nach Irland weiterzukommen. Okay, jetzt brechen die ersten Seuchen aus. Jetzt kommt der... Jetzt kommt der Bereich, den ich, äh, der jetzt mit dem DLC komplett neu ist. Und zwar gibt's Seuchen. Und die Seuche ist natürlich direkt in Großbritannien, in London ausgebrochen. Pustelfieber. Okay, ich seh bei mir noch nichts. Also... Ähm, geh mal, wo ist denn, wo ist denn jetzt die Seuchenübersicht? Das muss ich selber einmal kurz schauen. Ähm, die ist jetzt nämlich neu dazugekommen. Äh, geh mal unten rechts auf das Plus. Über der Geschwindigkeitsanzeige. Ja. Auf das Plus. Und dann auf Seuchen? Auf Seuchen, genau. Und dann wird dir auf der Karte angezeigt, wo es welche Seuchen gibt. Äh, ist aber unangenehm. Okay. Ja, das ist nicht ganz so gut. Hm. Wie komm ich wieder auf meine normale Ansicht? Äh, einfach, ähm... Unten rechts gibt's dieses große... Das größere Symbol, das rausfällt. Das ist das, äh, das ist reiche Symbol. Kannst du einfach draufklicken. Ah, okay. Perfekt. Ähm, mein mächtiger Vasal, äh, Mundach, Meck, äh, Kartach von Desmond erwartet einen Ratsposten. Was mach ich denn mit dem? Ähm, du könntest den auf den Ratsposten setzen. Guck dir mal die Fähigkeiten von dem an. Während ich jetzt hier erobert werde. Mhm. So, der hat zum Beispiel... Der von Desmond ist das, ne? Der ist in keinem besonders gut. Aber der, was hat der für eine Meinung über dich? Oh, warte, warte, bei mir ist gerade was aufgebracht, nämlich skandalöser Priester. Die inselchristliche Welt war schockiert zu erfahren, dass mein Bischof, äh, Dubgel eine Liste an all jene angefertigt hat, die ihm einmal Leid angetan haben und darauf findet sich zudem Pläne, wie er sich revanchieren und Rache nehmen kann. Skandale unter den Priestern sind zwar nichts Neues, doch ein Vorfall so nahe der eigenen Heimat ist schon beunruhigend. Hm. Wenn ich schweige, bekomme ich Anspannung. Anspannung ist auch ein System, wenn du 100 Anspannung gesammelt hast, dann bekommst du, äh, eine negative Eigenschaft. Hm. Es gibt drei Stufen von Anspannung, das wird dir unter deinem Charakter angezeigt. Okay. Oh, es ist jetzt aber schwierig. Ah. Es ist halt, wenn ich ihn verdamme, verliere ich 30 Meinung. Auch schlecht. Ach man, was soll ich denn machen? Das kannst nur du selber entscheiden. Ranger Senpai. Ja, äh, nun, junge Schülerin, Na, nun ist deine Zeit, um herauszufinden, wie du saft. Ich verdamme ihn. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nichts, 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 nichts. Okay, unter diesen Schichten. Wie soll ich an Kleinkönigin Odelt herantreten? Sie scheint ein zurückhaltender Mensch zu sein, der die Stille als Begleitung vorzieht. Zumindest erscheint sie oberflächlich so. Wer weiß, was für ein Mensch sie im Privaten ist. Weich und nachgiebig oder leidenschaftlich und wild. Was? Ich werde es herausfinden, wenn ich ihr steinernes Äußeres durchdrungen habe. Für das Erste muss ich überlegen, wie ich ihr im Bewusstsein bleiben kann, wenn sie Zeit allein verbringt. Okay, so elegant und reizend wie möglich sein, sich oder zärtlich nähern, ganz freundschaftlich. Nährkommst du in eine Friendzone. Ich werde einfach auf die richtige Gelegenheit warten. Wir sind elegant und reizend. Oder? Es gibt kein Multistream mehr. The Real Erich Zahn. Das Feature wurde abgestellt von Twitch. Das kann ich. Okay, okay, habe ich gemacht. Entschuldigung. Was ich jetzt zum Beispiel... Ja? Was ich jetzt... Jetzt bin ich wieder vom... Jetzt sag, los. Es geht weiter, es tut mir leid. Es kommt schon wieder auf. Ich verschaffe mir einen Augenblick mit Kleinkönigin Odelt alleine. Ich wartete auf den Moment... Warte mal, wird das jetzt so ein Dark-Romance-Ding hier, oder? Ja. Ja, das geht jetzt in die Vollen. Ja, gut. Wir sind ja zum Akt der Liebe. Ich wartete auf den Moment und halte Schmeicheleien und simple Plaudereien gut ausgewogen. Dann, als die richtige Stimmung einsetzte, greife ich nüber und ergreife fest die Hand von Odelt mit meiner. Ich offenbare meine Gefühle für Odelt und erkläre meine unsterbliche Liebe für sie. Nicht in meinen wildesten Träumen hatte ich gedacht, dass ihr so leidenschaftlich seid, Mouchard, verkündigt sie und fächelt sich selbst verzweifelt Luft zu. Auch wenn sie meine Eröffnung nicht umgehend erwidert, bin ich mir doch sicher, dass der Roton, den ihre Ohren... Den Roton... Oh Gott. Roton. Das habe ich auch schon mal so vorgelesen. Da gibt es auch einen Clip von. Oh shit. Ja, das... Entschuldigung. Der Roton, den ihre Ohren annehmen, da errötet. Dass sie auf meiner Worte errötet ist. Er hat Rotoren an seinen Ohren. Er hat Rotoren an seinen Ohren. Oli hört nicht zu, hier passieren schlimme Dinge. Wir haben gleich Sex. Geh weg. Okay. Oh mein Gott. Okay, es geht ja weiter. Mir kam zu Ohren, dass Kleinkönigin Odette und ihr Vater sich sehr nahesteht. Was? Wenn ich mich Graf Lubert gut stelle, könnte mir das bei Odette weiterhelfen. Und jetzt die Hirsche von Baltimore. Sag mal, Ranger, wieso passiert denn so viel? Das ist einer der Negativpunkte bei Crusader Kings. Das ist irgendwann sehr viel Event. Event, Event. Okay. Mein Versalbürgermeister Berg... Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. ...der für seinen Hang, soweit manns Kunst bekannt ist, bringt Gerüchte über Tiere mit, die in meinen Reich gesichtet wurden. Ich höre viel von Irrtum von Desmond. Es heißt, man könnte dort vorzüglich jagen und zahlreiche stattliche Tiere, Hirsche streifen durchs Gelände. Sag mal, spannend. Und jetzt kommt noch ein Brief. Sag mal, meine Güte! Ja, passiert alles gleichzeitig. Seid gegrüßt, mein Liebensherr. Ich schreibe euch, um euch über meine höchstwiderwärtige Entdeckung in Kenntnis zu setzen, die ich über Rangwald gemacht habe. Dieser Mann geht hinter eurem Rücken unappetitlichen und ehrlosen Bestätigungen nach. Ich hoffe aufrichtig, dass es mein unerschüttliche Treue euch gegenüber unter Beweis stellt, mein Kleinkönig, wenn ich diese heikles Wissen mit euch teile. Und das ist Geschwindigkeit 1, normalerweise Standardgeschwindigkeit 3. Da merkst du, wie viele Sachen aufploppen würden. Ach, du grüne Neune. Aber das ist jetzt die Frage, stelle ich mich gegen die oder... Ich mach mal so. Okay, und jetzt über Umwege. Als wir das nächste, und wenn wir uns das nächste Mal sehen, lächelt, Odette mich breiter an als sonst. Mein Vater Ludbert hat mir berichtet, dass ihr ihm geholfen habt. Ich wollte euch dafür danken. Och Gott. Da geht's los. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende. Und die für den Abend vorgesehenen Haltung schien vorbei als Kleinkönigin und Delt eine Lesung vorschluckt. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die... Moment, ich weiß gerade nicht, was Olli da macht. Ich muss mal kurz die Tür zumachen. Ich hör gerade eine Bohrmaschine. Ja. Ich weiß nicht, was er macht, aber es macht mir Angst. Mein Kleinkönig klingt halt einfach nach einer Beleidigung. Ja, wirklich. Oh mein Kleinkönig. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die Gäste denn gerne hören würden. Und ich erkenne meine Gelegenheit, Odette zu beeindrucken. Oh, etwas frommes, etwas unterhaltsames. Oder etwas, um uns ein bisschen Bildung beschert. Etwas unterhaltsames. Oh, es hört nicht auf. Okay. Der Befehlshaber einer Armee muss auch darauf achten, dass... Sag mal, hast du auch so viel oder ist das nur bei mir alles? Das ist nur bei dir, weil du halt ein größeres Reich hast. Ich bin... Ich bin erobert worden. Oh, was? Ne, das ist aber... Das ist in Ordnung. Das ist... Ist auch eine Taktik eine Valide, weil ich jetzt quasi... Das Königreich von Schottland hat mich jetzt annektiert und dadurch bin ich im Königreich drin. Das heißt, ich kann gegen seine Vasallen Krieg führen, ohne dass er mich angreift. Aber wenn ich von außen ihn angreifen würde, dann würde der König gegen mich kämpfen. Okay, okay. Okay, okay. Und unsere Frau ist zufrieden... Ähm, mit dem, was wir vorlesen haben. Sehr gut. Okay. Es hat aufgehört zu eventieren. Ah. Perfekt. Ähm, dann gucken wir uns jetzt einmal nochmal zwei, drei wichtige Sachen an von der Oberfläche. Und zwar gehst du dafür einmal komplett zu dem Standardbildschirm zurück, also schließt alles drumrum. Und dann gucken wir unten links nochmal hin. Unten links ist ja der lachende... Bei mir ist das ein lachender Tatterkreis. Bei dir ist das dann der junge König. Mhm. Wir gehen jetzt einmal links die Flächen lang. Einmal gibt's hier Legenden. Das ist jetzt ganz, ganz neu mit dem letzten DGC vor zwei, drei Tagen rausgekommen. Damit kannst du eine Legende schaffen. Also, dass du besonders gut irgendwas bist und diese Legende kann sich dann verbreiten. Wie das jetzt genau im Endeffekt im Detail funktioniert, das muss ich selber noch herausfinden. Ich bin gut im Geschichten vorlesen. Das könnte meine Frau verbreiten. Ja. Und sie schreibt auch in dem Moment. Ja, aber das kostet Geld, das zu machen. Ah. Dafür musst du ein paar Sachen noch erfüllen. Okay. Ich muss mal ganz kurz lesen. Die Dienstboden wurden entlassen und unser Bett prächtig dekoriert. Als Kleinkönigin... Oh mein Gott, Odette, unsere Gemächer betritt. Und lächelt sie verschmitzt, bevor sie ohne Zögern zu mir kommt. Mit Hilfe von Händen, Mündern und Gliedmaßen bestätigen wir jede Hingabe, die wir vor uns, vor den höchsten Mächten geschworen haben. Wenn auch möglicherweise auf etwas fleischere Weise als beabsichtigt. Die Bomben sind... Ja, so wollte ich das jetzt nicht ausdrücken. Aber sie hält sich schon ihren Bauch. Die ist schwanger. Ja. Kann sie ihren Bauch hält? Ja, die ist schwanger. Dann sage ich jetzt halt so, die Bande der Ehe sind genug oder möchte ich mehr Kinder? Mehr Kinder heißen aber auch, dass die mich eher umbringen wollen. Oder? Ja, im Regelfall will dich deine Familie eher weniger umbringen. Außer du bist halt ein schrecklicher, schrecklicher Mensch. Okay, dann lieben wir sie jetzt. Oh. Viele Monate sind vergangen, seit ich die Edelmänner und Edeldamen des Reiches zu einem Festmahl versammelt haben, meine kleinen König. Earl Rugwald, äh, den Namen ist für mich echt schwierig, fährt steif fort. Es wäre von Vorteil von euch, ganz zu schweigen für diejenigen unter uns, die ein gutes Festmahl zu schätzen wissen, wenn dieser Missstand bald behoben werden würde. Ach, die wollen Festmahl von mir. Ja, ein bisschen Geld haben wir ja. Jetzt könntest du natürlich eine Roleplay-Entscheidung treffen, weil du ja maßvoll bist. Ja, habe ich auch dafür, dass ich halt so bin. Dann gucken wir unten links weiter. Und zwar ist das nächste danach diese Kerze, das ist deine Kultur. Da ist die kulturelle Herkunft und die kulturelle Sprache auch. Du kannst nämlich auch hier drin Sprachen lernen. Ähm, und das, was du da drunter siehst dann, wenn du da drüber bist, ist die momentane Forschung, die da drin ist, und das kulturelle Oberhaupt. Das kulturelle Oberhaupt ist einfach das mächtigste Oberhaupt in dieser Kultur. Mhm. Da kannst du draufklicken. Das bin ich. Das bist du? Ich habe noch nie. Ja. Ach ja, stimmt, du hast ja eine andere Kultur als ich. Ja, ja, ja. Warte, ich habe einen Sohn bekommen. Ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir einen perfekten kleinen Sohn. Wie werde ich ihn nennen? Detlefson. Ich wollte ihn auch dir benennen, aber ich kann es auch sein lassen. Äh, Senpai Area? Nee, eigentlich nur Ranger. Aber bald. Okay, na gut, dann. Ja, okay, ja, dann halt nicht. Rüdiger. Guck mal, bei mir wird auch reingeschrieben, Ranger. Sie schlagen auf dich vor. Sie mögen dich. Ranger Josef. Ist Josef dein zweiter Name? Äh, bald, ja. Jetzt ja. Noch, noch nicht. Noch nicht. Oh, guck mal. Muss ich hier irgendwas da drunter auswählen? Nach Zuschauers im Chat können wir machen. Nee. Nee, also das sind einfach nur Namensvorschläge. Okay, mir wirst du stark und weise werden. Let's go. Okay. So, Entschuldigung. Ach, Mann. Ja, wenn ein Kind reinkommt, dann ist das halt so. Ja, ja, und jetzt an den wertlosen Murchhardt. Ich habe so... Ach, das kommt hier ja nicht durchs Tutorial durch, ohne dass irgendjemand stört. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst vom Irrtum von Leinster seid. Ach, die war vorne, wo wir dort den Anspruch gesetzt haben. Nun fehlt nur noch ein kleines Bestechungsgeld. Ja. Klein, 78 Gold? Ja, es ist auch klein. So, nur ein Handstreich. Okay, dann können wir jetzt angreifen. Warte, bevor du angreifst. Jetzt mach ich aber Pause, bevor noch ein Event reinkommt. Ja, danke. Senpai Ara Ara Ranger. Jetzt komme ich mit meiner... Jetzt komme ich als Boomer hier. Was ist Ara Ara nochmal? Das ist... Na, das ist... Ara Ara. Was ist das? Ähm... Oh Gott, ihr seid ein alter Mensch. Du guckst keine Animes, oder? Was? Nee, ich guck keine Animes. Okay. Was ist das? Was ist Ara Ara? Jetzt will ich es wissen. Das habe ich so häufig schon gehört. Das ist wie mit... Uh-huh. Wie was? Uh-huh. Was? Was ist das? Also, das sagen die immer, wenn die halt gerade kurz davor sind, sich Geschichten vorzulesen. Oh Gott, wir haben Ranger... Kann man nicht irgendwie neu starten? Ich habe Ranger zerstört. Nani? Nee, nicht zerstört. Du bist verwirrt. Nani. Guck dir einfach Animes an. Es gibt auch richtig, richtig gute... Die sagen Ara Ara kurz bevor die dann in den sexuellen Nahkampf gehen. Ja, ja, nicht immer unbedingt sexueller Nahkampf. Manchmal auch nur antäuschen, aber... Antäuschen. Okay, jetzt verstehe ich. Also, Ara Ara ist die Aussage, äh... Geht los. Snoo-snoo. Ich weiß, also... Na, es ist so ein bisschen so halt die... Damit so... Das sind diese kleinen süßen E-Girls, die das machen, weißt du? Ah. Ja? Wusste ich nicht. Ich verstehe deine Verwirrung. Das ist okay. Okay. Ja, wusste... Okay, wusste ich nicht. Also... Also Ara Ara, Ubu und so, deswegen so. Okay. Da kommt jetzt hier. Ara Ara stammt aus dem Japanischen, ist aber kein Wort, sondern ein Ausruf. Interjektion. Der im Normalfall nur von weiblichen Charakteren genutzt wird. Es entspricht im Deutschen etwa einem Oho, Oho oder Oh Gott. Es soll zeigen, dass die Person überrascht, erregt oder amüsiert ist. Die Bedeutung erschließt sich aus dem Kontext und der Aussprache des Ausrufs. Heuslich ist der Ausruf aber auch sexuell konnotiert, weswegen man bei der Verwendung aufpassen sollte. Ara Ara. Das war jetzt... Das war jetzt... Ah, ich bin erleuchtet. Ja. Wieder was hast du gelernt? Also, das habe ich jetzt wirklich gelernt. Das ist so... Also... Ja. Okay. Das ist halt... Das ist so standardmäßig ein Anime-Mangas. Ich gucke auch und ich lese seit meiner Jugend. Von daher kennt man das. Aber das ist eigentlich nicht mein Genre, wo ich mich rumtreibe. Ara ist dann auf dem Höhepunkt. Alles klar, jetzt gehen wir mal hier in die Kultur nochmal rein. Gut. Ich war jetzt gerade bei der Kultur und ich bin... Genau, wenn du da drauf klickst, dann siehst du ganz unten, siehst du das Oberhaupt. Ja, das bin ich. Das bist du dann in dem Fall. Die Bildung, der Bildungswert von deinem... Oder von dem jeweiligen Oberhaupt ist einflussgebend für die komplette Kultur. Und zwar in der Form, dass wenn du ganz oben auf Innovation drückst, du so eine Art Forschungsbaum hast. Und die Forschung dauert recht lange in dem Spiel hier, weil es halt über ein paar hundert Jahre geht. Aber je höher die Bildung ist von dem Oberhaupt, desto schneller kann das hier rangegangen werden. Und wie diese Forschung... Oben ist Innovation. Ja, bin drauf. Und in dieser Forschung kannst du dann sehen, oder in diesem Forschungsbaum kannst du dann sehen, was bestimmte Sachen für Bonus dann bringen. Also zum Beispiel gibt es bei mir oben links Festungsmauern. Damit würde der Kriegsvolkunterhalt sich senken. Nur das Oberhaupt darf vier Sachen ändern und bestimmen, was erforscht wird. Also die Festungsmauern... Okay. Und du siehst zum Beispiel, die erforschen sich auch passiv. Aber bei passiv ist bei mir zum Beispiel 374 Jahre dauert das dann, bis es fertig ist. Ja, 388 bei mir. Das dauert ein bisschen länger. Und bei dem aktiven ist es 23 Jahre bei mir. Wie sehe ich das, wenn ich draufklicke? Also wie sehe ich den Zeitraum für aktiv? Da musst du draufklicken einfach nur. 59 Jahre. Okay. Ja. Grüße, hallo. Was ja Sinn macht, dass ich die als erstes mache. Oh, Hufreisen werden aber auch ganz gut. Ja. Aber es geht auch automatisch. In dem Bereich wirst du wenig Zeit verbringen, weil es halt wirklich sehr, sehr lange dauert. Und du siehst dann oben ungefähr die Zeitlinie, wo du dich dann befindest. Es geht halt bis zum Spähmittelalter, aber was du da für Sachen brauchst und welche Zeit du erreichen musst, etc. Gehen wir nochmal auf Tradition und Pfeiler zurück, auf das andere. Das ist hier wichtiger, weil hier wird definiert... Ach da, okay. Ja, der andere Reiter. Ja. Hier wird definiert, was deine Kultur auszeichnet. Also zum Beispiel ist es bei dir zeremoniös, bei mir ist es Kriegslust. Darunter bei den Kulturpfeilern definiert sich, wo kommt das her, was ist das für eine Sprache, was hat das für Einfluss, wer darf die Kriegführung durchführen und die Ästhetik, wie sehen deine Leute aus, wie sehen deine Bauten hinterher aus. Und darunter gibt es die Traditionen und die Traditionen sind individuell für jede Kultur und die definiert halt einfach, was für Besonderheiten deine Kultur hat, was für Vorteile deine Kultur hat. Mhm. Tranel, danke schön für deinen Sub im 8. Monat und nach, Beniga, vielen lieben Dank für deinen Sub. Sehr, sehr lieb von euch beiden. Okay, ich überfliege nur Polygam. Hm. Kann man so viele Ehepartner haben. Ja. Das ist... Stimmt, du kannst mehrere Ehepartner haben. Ja. Aber das wird ziemlich stressig. Dann tauchen die, dann habe ich mehrere Events. Für dich wäre es praktisch. Also deine Frau ist ja nicht da. Ich glaube, mir reicht eine. Ja, aber du kriegst dann Malus, wenn du zu wenig Konkubinen hast bei Prestige oben rechts. Aber es sind ja dann nicht meine Konkubinen, sondern als Ehegatten, oder? Ja, also bei mir sind es Konkubinen, bei dir sind es Ehegatten, aber das zählt genauso rein. Wenn du zum Beispiel jetzt mal oben rechts über das Prestige drüber gehst. Ja. Wenn du eine bestimmte Zeit da drüber bleibst, dann setzt sich das bei dir fest, weil du wahrscheinlich Time-Log hast. Und dann kannst du deine Maus irgendwo hinbewegen, oder da drüber bewegen, nicht irgendwo hin, da drüber bewegen. Und dann kannst du die speziellen Sachen, die unterstrichenen Sachen nochmal extra anschauen. Es gibt nämlich in Crusader Kings 3 Tooltip in Tooltip in Tooltip in Tooltip. Und du kannst dir zu jeder Sache, die dir nichts sagt, kannst du dir dann nochmal angucken, was das bedeutet. Das ist jetzt super wild. Ja. Da kriegst du immer genau erklärt, was, warum, wie, wann, wo ist. Okay, das ist cool, ja. Ich hab mir das zum Beispiel auf Click-Action gepackt, da muss ich die mittlere Maustaste nur drücken und muss keine bestimmte Zeit darauf warten, dass das fertig ist. Wie, was? Äh, da gehst du einfach in Option rein, Einstellung, Escape, Einstellung, und dann bei Spiel, und dann gibt's den dritten Punkt, Tooltips, und dann gehst du bei Tooltip-Modus auf Actions-Log. Dann setzt sich der Tooltip immer fest, sobald du die mittlere Maustaste drückst. Ah. Genau. Okay. Das heißt dann so. Oh, das ist ja, oh Gott, ja, okay, das ist ja super. Okay, verstehe. Bei mir in der Mitte sind wieder Vierecke aufgetaucht. Sind die lila? Ja. Dann kannst du die wegmachen, weil das Tutorial ist. Oder Hinweise oder sowas. Okay, hab ich. Ähm, ja. Und vier Punkte sind zum Abarbeiten da. Na, gucken wir gleich nochmal drauf. Mhm. Also Kultur, du kannst hinterher auch eigene Kulturen gründen, dafür musst du aber sehr, sehr viele Punkte in einem bestimmten Bereich gesammelt haben, und das dauert gerade auch als Anfänger sehr lange. Also deswegen, nur damit du es gehört hast, du kannst hinterher eigene Kulturen machen. Dann geh einmal da drunter, äh, unter der Kerze auf das Kreuz. Also wenn du wieder im Hauptmenü bist. Da siehst du die Religion, der du angehörst. Ja. Da kannst du draufklicken, und dann siehst du alle diese Einzelheiten auch nochmal zur Religion. Und zwar, welche Glaubensgrundsätze hast du? Welche Eigenschaften sind eine Sünde, und welche Eigenschaften sind eine Tugend bei dir? Was ist die Hauptdoktrin? Wer, äh, was ist zum Beispiel erlaubt? Also Monogam ist es hier bei mir, äh, Onkel-Ehen sind bei Inzest erlaubt, Perversion, also Sex mit Tieren nicht. Warte, ähm, ja, solche Sachen. Warte, wo sehe ich das? Wenn du runterscrollst, da ist quasi, da ist eine Liste, wo alles drinsteht, was erlaubt und was verboten ist, in deiner Religion. Onkel-Ehen sind erlaubt. Ja nun. Und da siehst du auch hinterher das Glaubensoberhaupt ganz unten, und wo das Glaubensoberhaupt sitzt. Mhm. Mit dem sollst du dir am besten gutstellen, wenn du zum Beispiel Christ bist, dann kann sich der Papst, nicht der Papst einfach exkommunizieren, und dann darf automatisch jeder dich angreifen, weil du exkommunizierend bist. Hexerei ist verboten. Ein männlicher Ehebruch ist verpönt. Aber deswegen kannst du hinterher auch ganz unten einen neuchristlichen Glauben gründen. Dafür musst du zwar sehr viel Frömmigkeit haben, aber dann kannst du zum Beispiel ein, äh, ein Kannibal, eine Kannibalen-Sekte werden, bei der alle Mitglieder Geld an dich zahlen müssen. Oh mein Gott, ich liebe alles da dran. Du kannst zum Beispiel auch jetzt schon auf neuer christlicher Glauben draufklicken, und kannst dir dann insgesamt anschauen, was du hier alles dran ändern kannst. Zum Beispiel auch, kannst du dann auf Grundsätze draufklicken und dir alle Grundsätze angucken, die es hier drin gibt. Zum Beispiel heiliges Morden. Oder Literal-Sinn. Bilderverbot, was? Ritueller Kannibalismus. Und du weißt wohl, was du hier sagen musst. Ja, ich weiß, ich weiß leider Gottes, was ich hier sagen muss, womit ich sie dann begeistern kann. Das ist ja großartig. Also bis, ähm, ähm, aufgrund von heute stand so bei mir noch Donnerstag spontan im Streamplan. Und ich glaube, das setze ich gerade fest. Ritualfest, oh mein Gott, wir könnten alle nackt um einen Baum rumtanzen. Ja. Aber kostet natürlich, also je heftiger dieses Ritual ist, desto mehr kostet's natürlich. Also da musst du dann ein Bild machen, bei dem du auf, auf, äh, Theologie gehst. Bildung gehst, ja. Aber cool. Okay, okay, ich klicke erstmal weg. Ähm, machen wir nicht. Ja. Ähm, dann darunter ist einmal dein Haus dargestellt. Ähm, unter dem Kreuz. Ja. Da siehst du deine komplette Dynastie. Mit dem Hausoberhaupt, das bist wahrscheinlich du dann in dem Fall. Äh, warte, du hast, glaube ich, das falsche Fenster offen. Ähm, das ist so... Ach, das dort. Genau. Okay. Hm. Da ist das Familienpappen. Ja. Da siehst du dein Oberhaupt, da siehst du, ähm, da siehst du, äh, wie sich die Dynastiepracht bei dir entwickelt. Also ist das namenshaft... Ich bin unbedeutend. Ja, dich kennt halt noch keiner. Ich bin aber 39. Ja. Ich bin 41, warum kennt mich doch keiner? Alter macht noch keine gute Person aus. Ja, deswegen bist du so jung. Genau, weil ich kann noch viel in meinem Leben erreichen. Bei anderen Personen ist es nicht mehr möglich. Also ich meine natürlich im Spiel, ne? Ich meine natürlich... Aber wo meint es mich? Ich meine natürlich im Spiel, ne? Also, ha, 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 ganz klar. Feuerwurzel, danke für dein Sub im sechsten Monat. Ja, 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 ja. Ähm, die Dynastie erhöhst du zum Beispiel, ähm, die kannst du indirekt, also das kann nur indirekt erhöht werden. Die KI steuert natürlich die Teile deiner Familie. Aber je mehr Leute König sind, Kaiser sind oder verheiratet sind oder erben sind, desto höher ist dein Ansehen in der Welt und desto mehr Prestige sammelst du. Das heißt eigentlich mehr Erben zeugen, das heißt mir mehr Frauen suchen, damit ich mehr Kinder habe, damit ich die dann alle verheiraten kann, damit mein Einfluss größer ist. Ja, aber, ähm, viele Kinder heißt noch lange nicht, dass du gut in die Häuser einheiraten kannst, weil gerade, nachdem, nachdem wir quasi Start gedrückt haben, verheiraten sich fast alle großen Häuser. Ja, okay, aber wenn ich dann später die schon verlobe, die dann irgendwann heiraten und dann die Kinder kriegen, dann kann ich die Kinder dann wieder mit meinen Söhnen verheiraten, weil ja Onkel-Ehe und so erlaubt ist. Und damit habe ich dann die zukünftigen Erben von den anderen Reichen dann bei mir. Ja, so ungefähr geht das. Also das ist auch eine valide Taktik in Crusader Kings. Ja, ja. Und, äh, dann kommen wir zu einer ganz coolen Sache, weswegen die Familie, auch wenn deine Familie irgendwo in Ungarn auf einmal ist oder so, ganz wichtig ist, ganz unten gibt's Vermächtnisöffnen. Und das ist ein, ist ein Fähigkeitenbaum, der über die komplette Familie, alle Familienmitglieder, ähm, geht. Ne, warte, du musst nochmal auf die... Ne, ich, ich hab, ich hab raufgeklickt. Alles gut. Genau. Heldenhafte Blutlinie. Ja, da kannst du dich dann, kannst du dann aussuchen, wo du hingehen möchtest. Das sind unterschiedliche Bereiche. Geht auch auf Brandschatzen zum Beispiel, auf Krieg oder auf... Flagenheit. Geld. Sippe. Ja, und dafür sammel... Rufbare Lenden. Ja, nun. Ja, und dafür sammelst du dann hinterher deine, deine Bekanntheit. Also nicht Prestige, sondern Bekanntheit heißt das Prestige bei der Dynastik. Warte mal, ich kann die Habsburger werden, oder? Ja. Kannst du. Sollte ich da jetzt schon was auswählen, oder geht das noch gar nicht? Das geht noch gar nicht. Das dauert recht lange, um da Punkte zu sammeln, weil das halt sehr mächtige Dinger sind. Ja. Gut, aber gefällt mir. So, dann hast du ja, darunter hast du ja schon gesehen, ähm, darunter ist, drückst du quasi deinen Titel an, also wenn du im Hauptmenü bist, im Hauptbildschirm, dann darunter ist der momentane Titel, den du innehast. Mhm. Da siehst du, welche Personen das Erbrecht da drauf haben, also die Nachfolgelinie. Die ist zum Beispiel wichtig, wenn du eine Region vor dir hast, bei der du irgendwann erben würdest, aber vor dir sind ein paar Leute. Dann kannst du da drauf schnell sehen, welche Leute vor dir sind und zufälligerweise die vielleicht vom Fischerboot fallen lassen oder Gift probieren lassen. Das machen, ach, warte, dann rechts. Ah, okay. Genau, mit rechts geht Mord. Ja. Ja. Würde ich jetzt bei dir noch nicht machen, weil du halt Erbe bist und, äh, weil du das halt hast und dein Erbe das erbt, aber da siehst du zum Beispiel diese wichtigen Sachen. Du siehst auch in diesem Bildschirm zum Beispiel, welche, welche Titel du brauchst, um diesen Titel zu erhalten oder zu erstellen. Wenn du unten rechts über der Geschwindigkeitsanzeige zum Beispiel auf Königreiche drauf klickst, das ist das in der Mitte, die rote Krone. Ja. Dann wird dir der Titel von Irland angezeigt. Und wenn du dann auf dieses leicht durchsichtige Wappen von Irland drauf klickst, dann siehst du, welche Herzogtitel alle dazugehören, welche dir davon schon gehören und ganz unten die Bedingung, welche, wie viele Grafschaften du insgesamt davon brauchst, wie viel Geld du brauchst und welchen Titel du brauchst, um dann diesen Titel zu schaffen und den zu bekommen. Boah, okay. Das kann so ein bisschen Ziel sein, also wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, kannst du zum Beispiel sagen, ich will Irland gründen und dann verfolge ich dieses Ziel. Ja, ja, verstehe, okay. Dann gehst du nochmal zurück zum Hauptbildschirm. Ja. Da haben wir dann wieder einmal diese Legitimität, die haben wir ja vorhin schon einmal gesehen, die ist rechts daneben. Dann rechts daneben ist Anspannungsstufe. Es gibt drei Anspannungsstufen. Du erreichst immer eine Stufe, nachdem du 100 Anspannungen hast. Anspannung passiert, wenn du zum Beispiel gegen deinen Charakter agierst oder wenn dein Kind stirbt oder sonst was. Und jedes Mal, wenn du 100 Anspannungen hast, kommt ein negativer Trait dazu. Oder also im Regelfall ist es ein negativer Trait. Du kannst ihn aber Roleplay-mäßig auch echt positiv hinterher ausspielen. Ich würde im Regelfall aber versuchen, Anspannung zu vermeiden. Ja, okay. Wenn du Anspannungsstufen dreimal vollgepackt hast, kann es sein, dass dein Charakter stirbt wegen Anspannung. Okay, zu viel Stress ist ja auch nicht gesund. Zu viel Stress ist ja nicht gesund, genau. Dann rechts daneben ist der Lebenswandel einfach nochmal. Da kommst du direkt auf deinen Fähigkeitenbaum. Und rechts daneben ist das Inventar. Und in diesem Inventar kannst du dann hinterher Artefakte ausrüsten, wie Kronen, Waffen, Schmuckstücke. Und da kriegst du halt noch Bonisse. Zum Beispiel ein zusätzliches Prestige oder so. Okay. Du musst vor allem aus dem Baum einen Kreis machen. Ja, das gehört dazu. Das ist die Erfahrung. Ich bin bereit. Ja. Ich brauche eine zweite Königin. Viele Sachen von denen... Also ich bringe dir das Spiel jetzt quasi mit DLC bei. Weil ich der Meinung bin, bei Paradox-Spielen musst du direkt mit den DLCs lernen, weil die so viel vom Spiel ändern. Wenn du das dann Donnerstag alleine spielen solltest, dann kann ich dir hinterher nochmal, musst du mich erinnern, nochmal eine Adresse geben, wo du dann die DLCs bekommen würdest. Musst du mich nur daran erinnern. Ich habe einen Brief. Ich schreibe die dann gleich. Ja. Mit einem Brief. Mit Siegel? Ich habe einen Waschbenn-Siegel. Ich kann dir einen Waschbenn-Lintern schicken. Ich will auch einen Siegel. Ich will so einen Siegel-Ring haben. Ah, so einen Siegel-Ring habe ich nicht, aber ich habe so einen... An den scheußlichen Muschard. Es ist meine Pflicht, euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass unanfechtbare Beweise dafür vorliegen, dass eure Ehe mit kleinen Königin Odette ein Bund zwischen Blutsverwandten ist. Oh, du hast auch so eine Schwester geiratet? Ich weiß es nicht, wo sehe ich das denn? Aber der hat minus 86, der lügt bestimmt. Das kann sein, ja. Die war weit genug weg, die war gar nicht im Königsreich. Der lügt. Ähm. Lass ich mich scheiden? Ich meine, ich habe ja einen Sohn, aber nö. Wir müssen nur angreifen. Kann ich den umbringen? Wenn ich jetzt sage, die Angelegenheit kann man doch sicher vergessen. Und wie finde ich ihn dann, dass ich ihn ermorden kann? Ähm. Also erstmal, wenn du die Angelegenheit vergisst, dann schuldest du dem einen Gefallen. Das heißt, er kann irgendwann zu dir hinkommen und sagen, so, du musst mir jetzt mal einen Gefallen tun. Du kannst jetzt aber einfach auf den draufklicken, auf den Typ, wenn du den im Bild siehst. Ja. Ah. Mord. Und, wenn du den angeklickt hast. Ja. Ähm. Ne, klick dir mal mit der linken Maustaste an. Das ist nämlich, jetzt zeige ich dir nochmal was Spezielles. Hm. Dann gibt es oben, oben rechts in dem Fenster, ganz links, eine Pinnnagel zum Anheften. Ja. Oh, warte mal ganz kurz. Oh. Rainer, das tut mir voll leid, aber mein Mann hat mir gerade einen Kaiserschmarrn angebracht. Warum tut dir das denn leid? Das ist doch super. Weil ich dir jetzt was voressen wäre, das ist selbstgemachter Kaiserschmarrn, das ist noch besser. Ich führe einen Monolog in der Zeit, während du dein Kaiserschmarrn isst. Und ich höre dir so lange zu. Genau. Und bietest aber ja. Aber warte mal, hast du Pause gemacht? Nicht, dass der mich hier umbringen will. Warte, ich mach Pause. Dankeschön. Ähm. Wenn du den dann da oben angepinnt hast, dann kannst du jederzeit immer auf den draufklicken und dann siehst du den wieder. Und dann verpasst du den nicht mehr und dann kannst du einfach einen Rechtsklick auf den machen und kannst dann hinterher auf Morden bei dem draufgehen. Warte, wo habe ich den jetzt angepinnt? Um rechts. Ich hab... Ne, also angepinnt habe ich ihn, aber wo sehe ich ihn? Indem du einfach draufklickst und dann wird er dir links wieder angezeigt. Im Charakterfenster. Ah, da, angepinnte Charaktere. Ah, okay. Genau. Und warum bringe ich ihn nicht jetzt direkt um? Weil du nicht einfach Menschen, äh, auch damals nicht einfach Menschen töten konntest, außer du bist ein schrecklicher Herrscher. Das heißt, ich sag jetzt erstmal, wenn ich natürlich sage, dann muss ich mich scheiden lassen. Ja. Ich würde sagen, der kriegt jetzt erstmal einen Gefallen und dann versuchst du ihn zu ermorden, weil dann hat er auch nichts mehr von ihm gefallen. Also sag ich erstmal, ne, die Angelegenheit kann man sich ja vergessen und dann ermorde ich ihn, oder? Genau. Okay. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß normale, ganz normale Königssachen. Ganz normale Königssachen. Warum kann ich ihn nicht gleich töten? Ja, aber du kannst rein theoretisch... Es gibt auch Mittel und Wege, den direkt zu töten. Also... Ich glaube aber, da kannst du jetzt gerade noch nichts. Also ich würde einfach einen Rechtsklick auf den machen und dann Mord und dann siehst du, was für eine prozentuale Chance das ist und dann versuchst du erstmal ein bisschen Mord durchzuführen. Guck mal. 76 Prozent. 76 Prozent. Was bist du für ein mörderische Bestie, dass du 76 Prozent jetzt schon hast? Okay. Weiß nicht. Ich muss einfach mal machen, oder? Dann komplett schmieden. Also, ich guck doch richtig, oder? Ja, ja, das ist richtig. 76 Prozent. Kriegst wahrscheinlich noch ein paar Bonisse dazu, aber... Ja, passt. Let's go. Okay, gut. Das läuft jetzt einfach runter. Das gefällt mir. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wenn du jetzt da dein Kaiserschmarrn bist, dann lassen wir jetzt kurz Pause, weil wir müssen nämlich gleich den Krieg erklären. Ja, ich kann den bei... Also, ich kann essen und machen. Dazu bin ich in der Lage. Perfekt. Dann drückst du jetzt mal auf den von Lenz da drauf. Wieder auf den Wappen. Auf das Wappen. Auf der Wappen. Warte, der war da. Haft, danke schön für den Start im sechsten Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Hab ich. Dann gehst du mit dem Rechtsklick auf den drauf und dann sagst du Krieg erklären. Hab ich. So, dann wird die einmal die Stärke gegeneinander angezeigt. 2601 gegen 524. Genau. Und dann gehst du da drunter. In dem Fenster gibt es dann einmal Ansprüche von euch. Da klickst du dann einmal drauf und dann unten Krieg erklären. Dann wirst du den Anspruch, dann wirst du den Titel erhalten, sobald der Kampf gewonnen ist. Oh, sehr gut. Wenn du das gemacht hast, dann klickst du einmal auf deinen Sammelpunkt drauf, auf die rote Flagge. Ja. Und dann sagst du, hier alle ausheben. Dann werden dort alle Kriegsvölker, alle Bauern, alles wird dort ausgehoben in der Region. Oh, die machen sich auf den Weg. Ja. Und jetzt müssen wir die Pause rausnehmen und jetzt sammeln die sich langsam, aber sicher Stück für Stück in der Region. Und wenn die Leiste, die da drunter ist, voll ist, dann sind alle Leute da. Und dann haben wir, hab ich bei dir jetzt gerade gesehen, also mach ich Pause. Dann wählst du die Armee aus und schickst sie mit einem Rechtsklick bei dem in die Region rein. Dann werden die nämlich gegeneinander kämpfen. Okay, sind auf dem Weg. Und weil wir auf Nummer sicher gehen wollen bei dir, klickst du nochmal oben auf das Mosaik drauf. Ja. Und dann steht dort, Verbündete in den Kampf rufen. In den Krieg rufen, ja. Und dann geh ich da drauf. Genau. Und dann kannst du die alle in den Krieg rufen, alle Verbündeten. Kostet dich Prestige? Musst du immer drauf achten, wie viel Prestige das kostet. Hol dir am besten erstmal die, die am stärksten sind und dann, ja. Muss ich alle oder reichen auch nur zwei? Es reichen auch nur zwei. Also du brauchst eigentlich nur, am Anfang reicht eine einfache Überlegenheit einfach zu haben. Okay. Dann nehmen wir die Pause raus und dann laufen die jetzt gegeneinander und dann wirst du den da angreifen. Du siehst jetzt da drunter schon ein Ergebnis, also so ein Plus, das ist die Vorhersage, dass du wahrscheinlich gut da durchkommen wirst. Ich hab einen Brief bekommen. Ja, wird sich mir anschließen. Okay, alles gut. Perfekt. Und da siehst du auch, aus welchen Vor- und Nachteilen sich das dann ergibt, bei dem Plus oder bei dem kleinen Kreis da drüber. Also dass du zum Beispiel mehr Truppen hast, mehr Güter hast, etc. Und da wird gekämpft. Ja, die Kämpfe sind unspektakulär. Du kannst da auf den... Da von oben kommt einer. Ach nee, der ist ja auf meiner Seite. Wenn er blau ist, dann ist das dein Verbündeter. Du rot bist böse. Und orange ist böse. Orange sind Leute, die dich überfallen, mit denen du aber keinen direkten Krieg hast. Das können Plünderer sein oder Leute, mit denen dein Lebensherrkrieg hat. Okay. Und ich hab einen leeren Ratsposten. Das guck ich mir dann gleich an, soweit wir fertig sind. Ja. Wenn du auf diese Anzeige drüber klickst, die sich langsam füllt, dann siehst du auch die Details zu dem Kampf. Oh, nur noch einer. Juhu! Jetzt kommt die... Jetzt kommen die Verbündeten. Ja. Jetzt musst du aber in der Siedlung bleiben. Jetzt musst du da in der Hauptsiedlung von denen bleiben. Die musst du jetzt nämlich erobern. 23 Monate dauert das. Muss ich dafür irgendwas klicken oder machen wir das automatisch? Das machen wir automatisch. Okay. Außer, warte mal... Nee, passt. Passt, 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 passt. Wieso geht dort ein Roter weg? Der flieht. Also tötest nie alle. Du tötest immer nur einen Teil davon und der Rest haut ab. Aber das ist ja schlecht, weil dann bringen die ja den Hass in den nächsten Generationen mit rein. Gegen mich. Äh, nur die... Da sind nur die Anliegen wichtig. Der Rest ist Pöbel. Pöbel! Und Pöbel ignorieren wir. Pöbel ignorieren wir grundsätzlich. Ist uns egal, ob die hier sterben. Der kommt zurück? Ja, der wird immer wieder zurückkommen. Der hat keine Chance. Du bist jetzt mit deinem Verbündeten da drin. Das heißt, der wird da lockerflockig durch... durchwurschteln. Okay. Okay. Dann ist ja alles entspannt. Genau. Und so würdest du jetzt mit dieser Technik, also mit dem Ansprüche fingieren und so weiter, würdest du jetzt immer weiter vorangehen und jede einzelne Provinz nacheinander erobern in ihr Land. Damit das dann dir gehört. Also das ist der einfachste Weg. Du kannst hinterher auch noch Ansprüche bekommen, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel. Also entweder reinheiraten oder halt dafür sorgen. Ja. Okay. Es gibt auch Gäste, die zu dir an den Hof kommen können, bei denen du dann... die einen Anspruch haben und die du dann in ihrem Anspruch unterstützen kannst. Mhm. Okay, wie sieht's mit der Seuche aus? Skalafisch. Einen wunderschönen guten Tag an alle. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ist halt viel Theorie. Ach guck mal, die ist weg. Ist viel Podcast ein bisschen heute, aber... Die Seuche ist weg. Und wenn ihr neu seid und Strategiespiele mögt, lasst sehr gerne ein Follow hier. Würde ich mich sehr drüber freuen. Geht zwischendurch AFK. Wer geht zwischendurch AFK? Wer geht AFK? 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 Der Gegner... Ich hab nur über... Nee. Ich hab nur über die Seuche geredet, nicht über AFK. Der Gegner geht AFK. Okay. Verstanden. Alles klar. Die Seuche ist übrigens weg. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Wir sind fort. Sieg. Sieg. Ich kümmere mich mal um den leeren Ratsposten. Ja. Oh, ich hab keinen Ratsmarschall mehr. Oh je. Das ist im Krieg natürlich nicht so gut. Kann durchaus sein, dass er getötet wurde im Krieg. Ich überleg grad, wo wir als nächstes reingehen, ohne dass ich dich überfordere. Ich werde jetzt meine Hofärztin verführen. Wobei... Ach komm, ich werde jetzt meine Hofärztin verführen. Als Konkubine. Ja bitte, äh, beschreib das. Und ein Ratspitzel. Ich möchte das richtig ausgespielt haben. Arra, arra. So schnell geht das? Du bist doch mittlerweile 63 oder so. Ja, grad dann muss es schnell gehen. Man weiß ja nie, wie lange es noch bleibt, ne? Apropos, hat Ivraldes den Streamer-Modus an oder könnte da gleich so ein Adamid vor ihr stehen? Was meinst du mit Adamid? Oh, ich glaube ich weiß, was er meint. Moment. Geh mal in die Einstellung. Auf Spiel. Und scroll mal ganz runter. Und dann gibt's da drunter das vierte von unten Porträts. Und da machst du mal die Nacktheit aus. Warte, was? Nacktheit anzeigen. Da ist ein Haken drin. Es gibt Nacktheit? Ja. Also es ist eigentlich wie in Rust. Das sollte kein Problem sein. Im Grunde. Aber damit gehst du auf Nummer sicher. Ja, ich hab Witcher gespielt. Da war viel zu sehen. Ja, das also, wie gesagt, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich mach das meistens nur, äh... Mach das meistens aus. Da gibt's nackte Porträts? Es gibt Religionen, die halt komplett FKK sind. Und dann stehen die da, wie Gott sie schuf, vor dir. Alle. Nackt. Die ganze Familie. Egal welches Alter. Das ist meine Religion. Das ist deine Religion. Aber ich weiß nicht, ob du meinen 65-Jährigen nackt sehen möchtest. Ich bin bereit, alles zu sehen, ihn danach zu verbrennen. Gott. Was? Solange es nicht zum Hauptthema, wird es alles in Ordnung auf Twitch. Ich weiß, wie sehr... Ja, ich weiß aber, wie sehr ich über sowas dann reden würde. Deswegen hab ich's mal lieber... Hab ich's lieber ausgemacht. Ja. Mhm. Ich hab' einen Punkt bei Kriegsführung bekommen. Da ist jetzt, ähm, wenn ich da raufklicke, Kriegsführung, ein Punkt in den Fertigkeitsbaum. Ja. Also für Krieg ist der linke Baum am einfachsten. Aber liest du einfach durch, worauf du am meisten Bock hast. Kann ich dir einfach querbitten. Ich muss den obersten nehmen, ja. Automatisch. Ich hatte mal einen Papst mit der Eigenschaft Nacktheit. Ja. Okay. Hab ich. 50 Gold. Uh, aber dafür würde ich Kontrolle verlieren. Ähm. Es gibt natürlich auch Entscheidungen, bei denen musst du dann halt abwägen, ne. Ich bekomme jetzt 50 Gold, aber verlier dann 20, äh, 20 Kontrolle. Trotzdem mach ich das. Je nachdem, was halt die Situation besser passt, ne. Brauchst du so viel Geld? Was hast du vor? Ich brauch Armee. Ich muss nämlich hier Landüberfall. Ich muss, äh, jemand überfallen. Hab mich verschluckt. Mhm. Mhm. Bitte, hier sind ältere Menschen anwesend. Entschuldigung, so war das nicht gemeint, aber... Ach, Mann. Deine Community ist genauso alt wie du. Junge, knackig. Meine Community ist, äh... Ja. Also, ich kann mich regelmäßig über Rentenkassenbeiträge unterhalten und wie die sich dann hinterher in der Realität auszahlen. Mhm. Und wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Was will man ein besseres? Gefühlt 14, ja. Sorry, not sorry. Hm, wo gehen wir als... Ich hab ne Idee, wo wir als nächstes drauf gehen. Ich hab aus Versehen... Ich hab aus Versehen... Ich hab aus Versehen meinen Leuten in ein Schiff gesteckt. Oh mein Gott. Geh mir jetzt zurück. Du kannst hier einfach... Jetzt... Ich hoffe, dass dein Verbündeter drin bleibt, sonst fängt die Belagerung wieder komplett von vorne an. Wähl die aus und dann wieder rechtsklick drauf. Musst die auswählen. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Dann haben wir jetzt weg. Ja. Oh Gott. Okay, sie geh mir ja zurück. Also, ich hatte die Tage einen Hexenschuss, fühl mich nicht mehr so jung. Oh. Jung nicht mehr, aber manchmal knack ich. Oh. Dann weiß ich, was wir als nächstes machen. Wir gehen einmal kurz das Menü lang. Und dann bist du kurz davor, selbstständig zu fliegen eigentlich. Warte mal, schubst du mich aus dem Nest? Äh, Senpai Ranger... Äh, Senpai Area spricht davon, nur wer die Schlange fängt, kann auch den Vogel zähmen. Okay, warte mal. Dann möchte ich vorher nochmal den Akten mit meiner Gattin machen. Also, es kommt noch ein bisschen was vorher. Du musst jetzt nicht direkt... Du musst nicht direkt... Also, du kannst auch vorher noch mit deiner Gattin Kuitus voll üben, ne? Wie kann ich das nochmal? Äh... Du musst auf bei... Persönlich auf weitere gehen, genau. Ja, Liebesdinge. Ja. Okay. Dauert auch nur drei Jahre. Oh. Äh... Ich habe 0% bei meinen Konkubinen. Ja. Wie ist das denn? Ja, also, sie wollen wohl nicht so mit meinem 65-Jährigen nicht loslegen. Auch 0%. Keine Konkubine mehr. Oh, die eine ist krank. Oh. Ja. Au, au. Ich wollte über einen Arzt nachdenken. Aber ich glaube, den suchen wir automatisch gerade schon wieder. Nur wenn du die Eigenschaft losgelöst... Äh... Eingesetzt hast. Das ist die Entscheidung. Ja, warte. Dann gucke ich nochmal nach, wo das ging. Mist. Wo war das nochmal? Ich gucke selbst. Ich habe es. Da. Ich kann mit keinen von denen schlafen. Vielleicht liegt es auch einfach an deiner Fruchtbarkeit. Ich glaube, es liegt tatsächlich an meinem Alter. Mhm. Und weil die alle sehr wenig Meinung von mir haben. Auch meine Ärztin hat sehr wenig Meinung von mir. Äh... Wie kann ich nochmal suchen? Ich habe jetzt gerade zur Auswahl. Ich habe nur schlechte und schreckliche Ärzte. Äh... Indem du auf die Feder rechts gehst. Auf die Entscheidung. Und dann in der Mitte auf einen Arzt zu. Warte, Moment. Hier ist gerade wieder was aufgeploppt. Äh... Da ist jemand gefangen genommen worden. Okay. An die Leute im Chat bei mir. Ihr könnt... Äh... Ihr könnt auch bei Ivraldes zuschauen. Es gibt einen Multistream. Habe ich gerade gesehen. Dann seht ihr nicht nur den Opa vom Krieg reden, sondern könnt ihr da auch zugucken. Wo ist nochmal die Feder? Jetzt bin ich gerade... Rechts im Menü. Ach da. Entscheidungen. Ein Arzt suchen. Let's go. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Dann gehen wir einmal ganz oben in dem Menü. Ganz nach oben. Bei den grünen... Bei der grünen Krone. Das ist das Reich. Die Reichseigenschaft. Die Reichsverwaltung. Das erste, was wir sehen, ist unsere Domäne. Beziehungsweise wir gucken mal oben. Oben sehen wir einmal, welche Regierungsformen wir haben. Das ist feudal. Es gibt feudal... Moment. Mein Hofarzt ist eingetroffen. Das ploppt hier alles davor auf. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich gucken. Ja, alles gut. Oh, der ist gut und kostet mich nur 50. Der davor war okay und hat nur 50 gekostet. Kostet der mich monatlich 50 oder einmalig 50? Einmalig 50. Der kostet dich einen monatlichen Betrag von 0,1 oder so. Ja, let's go. Ich guck mal nach. Ich hab ihn eingestellt. 0,12 kostet der im Grunde. Oh, und die Grippe ist da. Ich höre gerade, dass du den Krieg beenden kannst. Oh, die Grippe ist da in England. Wir machen mal kurz Pause. Dann gehst du einmal unten bei dir. In der Leiste müsste das Banner sein von dem Krieg. Also ganz unten am Bildschirm sind so Kriegsbanner. Und dann kannst du draufklicken. Moment. Was davon ist das? Hier sind viele Banner. Willkommen zurück, dass du wieder da bist. Äh, warte mal. Genau darüber ist Discord. Äh, der rechts mit den beiden Schwertern drin. Ja. Okay. Da klickst du drauf. Ja. Und dann hast du da, äh, oh, du hast den, 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 äh, den. Er hat einen gefangen genommen von mir. Ja, du hast den, der ist Oberhaupt bei denen gefangen genommen. Dann kannst du unten auf, äh, Forderungen klicken. Ganz rechts. Unten rechts. Mhm. Und diese Forderungen kannst du dann, Forderungen erzwingen. Und daraufhin wird dann der Friede, äh, durchgeführt. Also dann gehört dir die Länderei. Ja, ich sehe schon, gehört schon dir. Perfekt. Oh Gott, jetzt weint der aber. Ja, das passiert im Krieg. Der ist 74. Ja, dann macht der eh nicht mehr lange. Das ist nicht so schlimm. Dann habe ich ihn jetzt aber in seinen letzten Jahren auch noch das, oh Gott. Du wärst ne gute Königin damals gewesen. Vielleicht viel zu nett und früh ermordet worden, aber du wärst ne gute Königin gewesen. Ja, warte mal ab, was das Spiel noch aus mir macht. Mhm. Ja. Ja, damit hast du den Krieg gewonnen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf Reich oben drauf. Klicken da nochmal drauf. Mhm. Dann haben wir, ähm, das erste Unterstrichene ist Feudal Grafschaft. Also bei mir steht Feudal Grafschaft, bei dir wird Herzogtum wahrscheinlich stehen. Ja. Ähm, Herzogtum bedeutet, das ist die höchste Eigenschaft, die du hast, also der höchste Titel, den du hast. Und Feudal ist die Regierungsform. Es gibt drei Regierungsformen momentan. Das ist Clan, das ist Stamm und das ist, äh, Feudal. Feudal ist in Europa, Clan ist, glaub ich, viel in, jetzt will ich mich nicht vertun. Und Clan ist viel in Asien und Stamm ist, glaub ich, in Afrika. Warte, jetzt guck ich aber selber nochmal nach, bevor ich hier was Falsches erzähle. Ja. Wobei, Stamm und Clan ist ein bisschen gemischt, ist auch in Afrika und in Asien beides. Aber Feudal ist halt europäisch. Ähm, du siehst dort, was Feudal besonders macht, also was, was das für Eigenschaften hat, wenn du deinem Tooltip drüber gehst, dass das halt Nebenlinien erschaffen kann von deiner Dynastie. Ähm, ja, noch mehr. Du siehst rechts daneben die Reichsgröße, wie groß ist also dein Reich insgesamt schon, wie viele Provinzen umfasst das? Ja. Und darunter siehst du die Lehnsautorität. Die geht von 1 bis 4. Hm. Je höher du gehst, desto mehr Autorität und Macht übst du auf deine Vasallen aus, aber, und desto weniger können die Machen eigenständig, aber desto weniger können die dich auch leiden. Im Regelfall würde ich sagen, du versuchst recht schnell auf Lehnsautorität 2 zu gehen, weil, dann kannst du nämlich Titel aberkennen, dann kannst du auch Vasallen, ähm, Leuten entziehen und dir die selber als Vasall dazu holen oder, oder, oder. Kostet wieder ein bisschen Prestige, aber Lehnsautorität 2 ist eigentlich ganz gut. Dann würdest du rechts noch, das ist bei dir jetzt nicht, aber normalerweise würdest du auch noch dein Lehnsherrn da dort sehen, wenn das der Fall wäre. Wie die Blei. Ähm, da drunter ist einmal der Regent. Der Regent übernimmt die Regentschaft über deine, über deine, ähm, über deine Provinzen. Der Selbstlose. Genau. Wenn du auf Reisen bist, weil hier drin gibt's eine Reise und dann bist du weg. Mhm. Und ja, der würde das dann übernehmen. Da sollst du immer darauf achten, dass das jemand ist, der dir gegenüber positiv gestimmt ist, weil die können, das ist mir bislang noch nicht passiert, aber die können wohl auch die Macht an sich reißen, wenn du weg bist. Okay, verstehe ich. Mhm. Äh, da drunter siehst du die Nomänen. Das sind alle Domänen, die du selbst verwaltest. Mhm. Und da siehst du, wie viel Geld du dort bekommst, welches, welches Aufgebot dort herkommt, welche Truppen du da herbekommst. Sind alles kleine Beträge, aber das ist insgesamt, zeichnet sich da insgesamt durchaus. Du kannst auch auf die draufklicken, dann kommst du direkt zu den Provinzen hin. Ah, sie werden auch angezeigt, sehr gut. Aber klein viel macht auch Mist. Genau. Wenn du mal da draufklickst auf einen. Hab ich. Dann siehst du unten rechts die Übersicht von dem, von dem Gelände. Also du siehst dann, wo das ist und du siehst halt noch bestimmte andere Sachen. Zum Beispiel Kontrolle. Also wie viel, wie viel besitzt du in dieser Provinz? Wie hört das alles auf dich? Ja. Dann siehst du Entwicklung. Wie entwickelt ist diese Provinz? Je höher entwickelt, desto besser ist dein Geld und dein Aufgebot und desto besser ist die Versorgung auch dort. Du siehst die Volksmeinung, wie die dich da leiden können. Kultur und Glaube. Das ist wichtig, wenn du hinterher expandierst. Du siehst, wem das auch gehört, da links in dem Bild. Und jetzt unten. Jetzt kommen wir zu dem anderen wichtigen Bereich. Da siehst du einmal, was ist das überhaupt für ein Provinztyp? Ebene. Das ist wichtig für deine Armee. Du siehst, bei mir ist ein Regiment zum Beispiel stationiert noch und ich könnte mir das Regiment dann noch ansehen. Und dann siehst du Steuern, woraus sich das zusammensetzt. Beute. Wie viel würde man bekommen, wenn man diese Region plündert? Wie viel Aufgebot kommt daher? Wie ist die Versorgungsschwelle? Also welche Armee kann das unterhalten, wenn du da durchläufst? Seuchenwiderstand ist komplett neu. Okay, und ganz unten siehst du dann bei dem Plus das Baumenü. Da kannst du draufklicken und da kannst du dann Gebäude bauen, die dir bestimmte Bonusse dann in bestimmten Regionen bringen. Die sind sehr teuer, dauern lange zu bauen. Also du baust hier nicht so viel auf, aber wenn, dann baust du halt. Schon ordentlich rein. Das heißt, wenn wir dann halt zum Beispiel diese Mauer erforscht haben und sowas, dann können wir das mit hier reinsetzen. Nur wenn die Mauerforschung dir auch eine Region bringt. Also das ist davon dann abhängig. Und dann gibt es noch spezielle Gebäude. Das ist dein Fürstengebäude. Das ist das Plus, wo allerdings noch so Spitzen von den Ecken reinschauen. Ja. Wenn du da drauf klickst, dann bekommst du ganz besondere Gebäude. Die kannst du auch nicht in allen Regionen bauen. Die sind auch sehr teuer, aber geben unfassbar starke... Also hier zum Beispiel habe ich königliches Reservoir. Das bringt mir im Monat 0,8 Geld dazu. Ich habe ein Ziel. Mein Lustschloss. Jawohl, die Lustschlösser. Da kannst du die Prachthochzeit richtig durchziehen. So richtig, richtig. Let's go. Oh je. Okay. Und es gibt hinterher noch besondere Gebäude. Die sind nur in bestimmten Regionen. Da kannst du dann sogar richtig krasse Sachen bauen. Okay. Okay. Gucken wir wieder rechts rüber zu diesem Reich. Da kannst du dann noch... Da gibt es in der Mitte noch weitere Reiter neben Domäne. Da kannst du zum Beispiel auch noch auf Vasallen klicken. Da werden dir dann alle Vasallen samt deren Meinung angezeigt. Wie viele die dazu beitragen zu dir. Wie gut die Eigenschaften von dem sind. Ja, da kriegst du halt alle Informationen über die Vasallen. Zum Beispiel auch, wer dir gefährlich werden könnte. Und dann beim dritten Reiter Nachfolge. Das ist wichtig, um zu verstehen, wer bei dir was bekommen würde. Das Erbrecht ist so komplex. Wenn du das einmal durchschaut hast, kannst du danach auch Notar in der Realität werden. Ohne Scheiß. Das... Boah. Auf jeden Fall siehst du da dein Erben. Und du siehst das Nachfolgerecht. Das ist bei mir Bundteilung. Und was das bedeutet. Bundteilung bedeutet, der Erbe bekommt den Haupttitel und der Rest wird aufgeteilt. Und wenn du da rechts... Das ist okay. Wenn du rechts auf Endline drückst, siehst du alle anderen Erbestrategien, die es gibt. Die musst du aber nach und nach erforschen. Primogenitur ist zum Beispiel das Beste, wie ich finde, weil dann erbt der Erbe halt alles. Und dann bei Geschlechterrecht, darunter siehst du männliches Vorrecht. Da kannst du dann auch hinterher auf andere Erbrechte gehen. Weibliches Vorrecht. Nur Frauen, nur Männer, Gleichberechtigung. Aber auch das ist abhängig davon, wie zum Beispiel deine Forschung ist oder auch wie zum Beispiel deine Religion ist. Und da könntest du auch Nachfolger designieren. Das ist jetzt aber nur mit einer hohen Lebensautorität. Das ist der Reiter Reich. So, dann können wir weitermachen. Okay, wie löse ich meine Kriegsgruppe Moped Armee auf? Mir ist der Name gerade eben nicht eingefallen, damit die mich nicht monatlich weiter was kosten. Du kannst die auswählen. Ja, hab ich. Und dann kannst du unten rechts auf Auflösen drücken. Ähm, also im Bild dann. Genau. Dann verteilen die sich wieder? Ja. Dann kosten die auch kein Gold mehr. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Tempelberg, grüß dich. Gleiche Dame, die bei Gaius in der Victoria 3 Klasse war? Ich glaub nicht. Ich glaub, da vertust du dich. Oh, und dann kannst du da rumgucken. Ich hab'n Sohn bekommen. Oh. Ja. Wie heißt der? Abend, Danny. Abend, okay. Park nicht. Ich werd' niemals Senpai-Area sein. Nein, wir haben schon Ranger, das reicht. Oder möchtest du noch einen Rangierius, den ich dann zum Alkohol verführe? Du kannst auch Alkoholiker hier drin werden, also. Oh mein Gott. Ja. Und Lustmois. Oh mein Gott. Oh, wie geht's nicht schlecht, Peter. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. Ähm. Guter Hinweis vom Chat. Wir müssen jetzt noch die Region, die du angegriffen hast, ne, die du erobert hast, du kannst dir vielleicht vorstellen, die mögen dich jetzt nicht. Wenn du auf die Region draufklickst, siehst du die Kontrolle da. Eins. Ja, das ist niedrig. 100 ist hoch. Ja. Du kannst das jetzt erhöhen. Dafür gehen wir, boah, ist das, ich merk erstmal, wie komplex diese ganze Kacke hier ist. Das Ding ist, hast du irgendwie dann, äh, also, entweder ich brauche am Donnerstag jemanden im Chat oder eine Checkliste. Na, wir kriegen da bei dir, weil ich hier ein Chat rein. Okay. Äh, hier, äh, meine Leute, könnt ihr euch direkt schon mal merken, Donnerstag, wann fängst du an? Äh, 17 Uhr, aber erstmal quatschen, so 37. 17, 30, Crusader, also ab 17 Uhr, ab 17 Uhr geht los. Also, ab 17 Uhr könnt ihr dann ein Scream bei Ivaldis sein, dann könnt ihr, müsst ihr ihr dort helfen. So, und, und wenn ihr kommt, bitte sagen, oh mein Gott, du siehst so gut aus. Warst du beim Friseur? Ja. Bitte. Ja. Oder hast du einfach viel Zeit mit Ranger verbracht? Ja. Okay, wie, wie steigere ich, äh, die Kontrolle? Wie steigere ich das, dass die mich mögen? Baue ich denen irgendwas hin? Dafür musst du ganz rechts auf Rad gehen, also der Dritte von oben. Ja, hab ich. Und dann gehst du wieder auf diese Eigenschaften, allerdings diesmal nicht beim Bischof, sondern beim Ratsmarschall. Und der Ratsmarschall müsste so ein Schloss dort haben. Ja, das oberste. Genau. Das ist Kontrolle erhöhen. Da klickst du drauf und dann klickst du einfach die Region an und dann wird der nach und nach besser. Dann kümmert der sich jetzt da drum. Ja. Okay. So. Ja, man. Du, du musst, du musst dann nur aufpassen am Donnerstag, der Chat ist manchmal sehr übereifrig. Der kommt dann schon mal an mit, ja, jetzt guck auch noch mal, dass du deine Kinder unterrichtest und denk da dran, das hier mit Vasallen und denk daran, das zu machen und denk daran, das zu machen. Das ist bei Paradox manchmal ein bisschen größer als in anderen Spielen vielleicht, weil viel zu tun ist. Aber, ne, denk langsam, Leute, langsam. Das ist man, also was mich, was mich lange von diesen Titeln hier abgehalten hat, war halt, dass es einfach absolut überfrachtend war. Hm, na, ich glaub, da muss er einfach mal durch. Ich hab halt versucht, einmal das Tutorial zu spielen und war halt, nach einer Stunde hatte ich einen Knoten im Kopf. Hab gesagt, so, okay, dann vielleicht doch nicht. Aber so. Ah, ich hab einen anregenden Geruch. Oh. In Zeiten wie diesen ist es am besten, sich von unbekannten Gerüchen fernzuhalten. Dieser jedoch kommt aus einer Ecke des Marktplatzes und er duftet richtig gut. Nur die frischsten und besten Kräuter. Oh, in Beutelchen verpackt. Oh mein Gott, haben wir schon den ersten vierten? Äh, die gewiefte Händlerin bietet an ihren Stand die verschiedensten Kräuterfeile, die sie selbst hält, äh, in jeder Hand ein gefülltes Beutelchen, während sie ihre Waren verkauft. Sie bemerkt mich und reicht mir eines zum Probieren. Nur das Beste für euch, Herr. Und es wird euch vor der Seuche, vor der Kältsäfte-Grippe bewahren. Oh ja, die Seuche ist bei dir angekommen. Ich nehme die Händ... äh, ich nehme der Händlerin das Beutelchen aus der Hand. Es sieht wie etwas aus, was die Seuche fernhalten könnte. Oh, vertraue ich dir oder nicht? Könnte ja doch einfach irgendwas sein, was mich tötet. Oh. Ich hoffe, dass die Seuche nicht so stark bei dir durchbricht. Also bei dir werden jetzt viele Leute Schwindsucht bekommen. Okay, ich gucke gerade noch. Gehe am besten nicht selber in diese Region. Also mit deinem Charakter. Ja, ich muss gleich erstmal gucken, wo ich bin und wo die Seuche ist. Ach komm, ich nehme es einfach mal. Oder? Ja komm, ich nehme es. Okay, beheiligt. Mein Agent, äh, haben die Reise für... Dings und Bumse geplant? Okay. Ja, Minus-Gold haben wir die ganze Zeit schon. Oh. Aber Minus-Fürmigkeit. Fehlt nur noch eine Bande von Schlägern, die ihn auf tragischer Weise während eines eskalierenden Raubüberfalls erschlagen. Das ist der Typ, den wir umbringen wollten, weil er gesagt hat, wir haben Inzucht. Let's go. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja. Seit den frühen Morgenstunden ist in den Fluren des Hofes schallendes Gelächter zu hören. Wenn man bedenkt, dass die Seuche weiterhin das Land heim sucht, ist dies äußerst seltsam. Ich schnappe mir Muschheit, ähm, als er vorbeikommt und verlange zu wissen, was vor sich geht. Nun her beginnt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Es ist der neueste Rat der Ärzte. Sie sind sicher, dass die Seuche durch schlechte Laune und grimmiges Benehmen verbreitet wird. Von daher liegt es natürlich nahe, dass das Gegenteil davon die Seuche besiegen kann. Äh, das ist ja wie, wenn du Depressionen hast, geh doch einfach mal raus. Und ein bisschen spazieren. Hab doch einfach bessere Laune. Ja. Äh. Äh. Okay. Ah, mein Attentat ging schief. Anwalt, guten Abend. Aber das kriegen wir hin. Der ist hartnäckig. Der ist flink. Okay. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wo ist die Seuche. Über das. Die ist ein Kälte. Die ist an der Küste. Okay. Und wo sehe ich, wo mein Charakter sich aufhält? Weißt du das? Also weißt du es bestimmt. Äh, warte, ich schaue gerade eben was nach, deswegen, Entschuldigung. Ne, kein Stress. Nämlich gerade, dass ich Unsinn gebaut habe. Bei dir oder bei mir? Ne, beim, äh, abseits vom Stream gerade. Aber habe ich Gott sei Dank nicht. Oh Gott. Huch, hoppala. Ist dir ein Upsi passiert? Ne, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Aber fast. Oh je. Oh doch Gott. Ja, aber alles gut. Alles gut. Okay. So. Ähm, ja, was war, was war? Die Seuche ist bei mir angekommen. Und zwar hockt die dort an der Küste. Ja, in, äh. Die Kälte-Säfte-Grippe. Ja, und ich wollte wissen, wo ich bin. Äh, du, also du kannst einfach dann auf dein Porträt klicken und dann kannst du auf dich selber draufklicken und dann fokussiert er sich auf dich. Also du klickst auf dein Porträt drauf und dann oben links nochmal auf dich selber. Dann wirst du direkt dahingeschmissen, wo du bist. Ah, da bin ich, okay. Ja. Dann ist ja alles gut. Du müsstest eigentlich, jetzt kommen, jetzt kommen die Mechaniken, Seuche habe ich selber, also ich spiele selber erstmal mit dem Seuchen DLC. Ich habe mir die Sachen nur durchgelesen und angeguckt. Ich glaube, ich weiß es aber gerade nicht, ob man einen Arzt da hinschicken kann. Vielleicht kann mir da jemand gerade helfen, der schon mit dem DLC gespielt hat. Der Arzt sollte gerufen werden, denn das kann man doch einstellen, damit die Seuche bekämpft wird. Wo? Der Arzt hat eine neue Möglichkeit, Seuchenbekämpfung beim Hofamt. Gibt unten rechts ein Ratten-Symbol. Ja, das hatte ich schon gesehen. Da, Seuchen. Da. Ah, da kannst du dem Arzt irgendwo sagen, was er tun soll. Aber das kann ich dir jetzt, da kann ich dir nicht helfen. Das weiß ich leider selber noch nicht. Hab mit dem neuen DLC noch nicht so viel gespielt. Ich habe einen Sohn bekommen. Ja, das soll mal einer sagen. Ich habe keine Tintaufenfüller mit 25. Wie hast du das denn geschafft? Ja. Wahrscheinlich ist der nicht von mir. Aber naja. Ist das mein Sohn? Sicher? Also, ich würde das in Frage stellen. Das muss mein Sohn sein. Männer kriegen hier drin kein Malus durchs Alter auf Fruchtbarkeit. Weil ich es weiß. Früher zumindest nicht. Unbefleckte Empfängnis. Gab es im Juni 1070 schon Kärcher? Dann könnte der Arzt mal kräftig durchkärchern. Wie nenne ich denn jetzt meinen Sohn? Achim. Das ist Achim. Wir können den Aufspruch in den Griff bekommen, Herr. Okay. Wenn wir alle Händler auffordern, sich abzusondern, ehe sie ihre Ware auf die Märkte bringen, können wir sicherstellen, dass sich die Krankheit nicht verbreitet. Doch so bedeutet der unausgesprochene Rest des Satzes an. Es gibt kaum eine Chance, dass dies nicht den Zufluss an wertvollen Steuern beeinträchtigen wird. Oh. Isoliere ich die? Ja. Oh, sie grüßt dich ein. Ich hör schon durch die Burg schallen. Joachim. Ah, jetzt verstehe ich. Joachim. Oh. Ach, ey. Mein Kopf. Okay. Bist du bereit für die nächste Lektion? Nee. Ich muss gerade noch was entscheiden. Wie sagt man denn Schüler? Wenn Senpai... Was ist denn der Gegenteil von Senpai? In den Kampfkunstarten war ich nicht. Äh. Ich muss noch ganz kurz... Ich hab hier noch ein bisschen mehr. Bei allen, was heilig ist, Kleinkönigin Odette ist ein unerträglicher Wurm. Schaut nur, wie sie sich schon wieder zum Narren macht. Unglaublich. Mein Verwandter, Murichat... Meine Güte, was haben die denn für einen Namen? Wirft den Kopf mit seinem bösen Lachen in den Nacken. Odette unterhält sich noch mit ihren Freunden. Doch mir entgeht nicht, dass sie die Bemerkung mitbekommen hat. Ich hasse es, den Schmerz in ihren Blick zu sehen. Oh mein Gott, ich lieb sie aufrichtig. Ja, in CK3 kann man jetzt wirklich... Also das DLC ist wirklich gut. Muss ich... Muss ich sagen. Macht wirklich Spaß. Kohai. Kohai. Okay. Jetzt bist du Kohai, äh... Ivralde-San. Zum Henker. Ivralde-San hätte gereicht. Nein. Kohai, Ivralde-San. Okay, okay. Solange ich Senpai-Ranger bin... Ich zuverwechsel mit Onkel-Ranger. Könnten wir heiraten. Das wäre dann schwierig. Ähm... Ranger und seine schiefen Regale. Was gibt's Besseres am Abend? Warum hat sich das eigentlich etabliert mit den schiefen Regalen mittlerweile? Weil du gesagt... Du hast dich bei mir beschwert, dass die alle sagen, dass das Regal schief ist. Die sind nicht schief. Das ist gerade. Guckt euch das doch mal an. Hier. Dann mach mal deine Kamera gerade. Ja, ich halte meine Hand gerade daneben. So. Meine Hand ist gerade. Aber wenn deine... Aber wenn deine Hand schief ist... Also entweder bringst du uns eine... Ah, wie heißt denn das Ding? Eine Wasserwaage? Oder du machst deine Kamera gerade. Kannst dich entscheiden. Ja, ist gerade. Ich hab die Eigenschaft verwundet bekommen. Äh... Was? Wie geht das? Ähm... Erzähl ich dir später. Klick auf das Ratten-Symbol. Dann ist ganz unten das Bild des Hofarztes. Ja. Und dort gibt es vier Kreise. Ja. Und da von den zweiten von links. Solche bändigen... Ah! Also bei mir sehe ich nicht, dass du die Eigenschaft verletzt hast. Du hast ein schützendes Säckchen. Nennt man so ein Suspensorium? Also wenn du eine solche hast, dann hast du unten rechts dieses kleine Ratten-Dreieck dann. Also bei dir ist es jetzt gerade noch nicht, aber das ist dann dort. Ja. Und dort kannst du dann raufklicken. Unten hast du den Hofarzt. Den weht du dann aus und dort dann das zweite von links. Das ist so eine Ratte im Gefängnis. Dort klickst du dann rauf und dann kannst du die bändigen. Tutorial einfach mal umgedreht. Ranger, ich bin krank. Ob Klein, König oder Bauer. Ob hochwohlgeboren oder gemein. All dies spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden husten erwachte und mir ein dumpfer Schmerz in den Kopf und Hele pochte. Mein gepeinigter Leib ist schwach und zittrig. Am Kopf rinnt mir aus allen Öffnungen der Schleim. Ich habe diese Keuchen und den ganzen Flur hinunter gehört her. Der Arzt steckt den Kopf durch die Tür. Falls ihr sie braucht, kenne ich eine ganze Reihe geeigneter Mittel. Der ist ja gut. Ja, jetzt kannst du sagen, entweder jetzt ist alles zu spät, jetzt müssen wir auf Risiko gehen. Oder du kannst sagen, mach mal lieber auf Nummer sicher. Mach mal lieber auf Nummer sicher hier. Krank. Ausgewogene Säfte. Das Pulver war gelb und duftete köstlich. Mit Bestürzung musste ich mit ansehen, wie der Arzt es mit Schwefel vermengte. Was? Und auf die noch lauwarme Gallenblase eines Biberstreuters. Äh! Hallo, das waren noch andere Methoden. Das Tier hatte man für tollwütig gehalten, denn es hatte Schaum vor dem Maul gehabt und noch andere klare Anzeichen der Krankheit gezeigt. Wir bekämpften das eine Übel mit dem anderen, mein Fürst. Die Behandlung war fast so unangenehm wie meine Symptome. Doch sie scheint Wirkung gezeigt zu haben. Auch wenn ich noch nicht ganz geheilt bin, fühle ich mich schon viel besser. Ähä! Aber du fühlst dich besser. Das ist wichtig. Ähä! Ich glaube, der hat mir auch gar keine andere Wahl. Der hätte ja auch aus Versehen ein Bein amputieren können. Ich lasse einen Arzt nie wieder an mich ran. Oh mein Gott! Also es kann wirklich sehr, es kann wirklich sehr, ja. Ja. Nach hinten losgehen. Aha. Ich merke schon. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Äh. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach so, genau. Äh. Kohai, Yvrael de San. Mhm. Die nächste Lektion kommt. Ajo. Militär. Ach so, ei, ei. Ja. Ei, ei. Sir, ja, Sir. Ei, ei. Ei, ei. Kannst du bei einem Schäfchen machen? Ei, ei. Oder meine Marine? Jetzt wirst du demnächst mit deinen Stöpsel machen. Ei, ei. Und dann immer ich mich. Nein, ei, ei. Oh mein Gott! Ein verrostetes Werkzeug. Er meint aber nicht meinen Penis, oder? Doch. Ein Blick schweift durch den staubigen Dunst der Waffenkammer über verschiedene Kriegswaffen. Ein paar verschlissene Ländenschienen, ein künstlich geschärftes Schwert, ein Sperr mit abgenutzten Griff, ein rostiges Ackergerät. Ich nehme das Ackergerät in die Hand. Vielleicht wurde es unwissentlich zu Waffen gelegt. Ich untersuche seine eigentümlich gebogene und sicherartige Klinge, während ich es versuche, gegen einen nahenden Kettenpanzer zu schwingen. Die Klinge durchschlägt das Kettenhemd und verstreut ein paar Eisenringe. Oh! Okay. Und Feier im Thromund. Ähm... Wenn das festgehalten wird, gäbe es... Okay. An dem Imperium, grüß dich. Hallo, wunderschönen guten Tag. Hi. Grüß dich. Ah, damit... Okay. Wir gehen denen bekannt... Oh mein Gott, du musst echt Pause machen. Herrgottsdunnel, ich kann mich ja um nichts kümmern. Einfach rostet das Werkzeug. Ich nehme die kleine Klinge in den Hof und sehe sie mir im Sonnenlicht genauer an. Die Klinge verjüngt sich an dem einen Ende zu einer Spitze. Okay, ich entdecke gerade eine Waffe. Ähm... Ja. Okay. Hab ich. Ich hab das Werkzeug zerbrochen. Ihr scheitert dabei, aus dem Werkzeug irgendwas Nützliches zu machen. Okay, dann halt nicht. Ähm... Toll. Gut. Mhm. Okay. Ähm, hier. Ähm... Koh... Kohain... Äh, Yvraldesan. Militär. Also. Beim ersten siehst du eure Armeen. Da haben wir ja schon draufgeklickt. Ne? Da haben wir uns ja schon angeguckt. Du kannst hier zum Beispiel auch... Einmal da kannst du entweder alle Armeen ausheben, wenn du möchtest. Oben rechts. Alle Armeen ausheben. Und du kannst hier neue Kriegsvolk erschaffen. Kriegsvolk kannst du draufdrücken und dann siehst du, welche Einheiten du hast. Die sind auch regional unterschiedlich und wie teuer die halt wären. Und was die für Vorteile haben, wenn du da draufklickst. Wo die besonders stark sind. Also wie es in anderen Spielen halt ist. Mhm. Ähm, dann siehst du ja bei deinem Kriegsvolk die Größe zum Beispiel 2 von 8 ist glaube ich bei dir irgendwo. Ja, genau. Das heißt, du kannst dich auf die Maximalstufe 8 bringen. Auch die Größe kannst du hinterher mit Forschung und weiß ich nicht was alles erhöhen. Wenn du da draufklickst, kannst du die, äh, also auf die Einheit draufklickst, dann kannst du die Größe erhöhen oder verringern. Wenn du zum Beispiel Geld sparen musst, dann kannst du es verringern. Ja. Oder wenn du genug Geld übrig hast, erhöhen, dann werden sie aber teurer im Unterhalt. Okay. Je mehr da drin sind, desto stärker sind sie halt. Dann gibt's in der Mitte von dem Hauptreiter nochmal Söldner als Reiter. Ja. Wenn du da draufklickst. Ich bin aber teuer. Ja, aber dafür kriegst du direkt eine gesamte Armee. Die ist dann für einen bestimmten Zeitpunkt angeheuert für dich. Ähm. Und kostet aber nur dieses Geld und ernährt sich dann selber von diesem Geld. Also das ist eigentlich ein guter, guter Punkt, um halt schnell, äh, wenn du Gegner besiegen musst halt, ne? Und die haben auch unterschiedliche Einheiten, sind unterschiedlich stark. Und dann gibt's zum Schluss noch Kriegerorden, wenn du jetzt besonders religiös unterwegs bist, dann kannst du da sowas wie die, wie die, äh, Gott, jetzt, wie ich sag's nicht falsch, Kreuzritter. Ja, also auf jeden Fall so ein Malteserorden oder irgendwie so ein Kriegerorden. Malteserorden, ja, ja. Ich glaub so. Die mit dem roten, der weiße Hintergrund mit dem roten Kreuz. Nee, die Schokokugel mit dem Malz innen drin. Mh. Okay, ja. Der ist auch Malteser, ne? Ja, da kannst du Krieger auch. Stimmt, oh, die sind lecker, die hatte ich letztens erst wieder. Ja, die sind auch richtig gut. Die Aquavitritter. Aber nicht so gut. Ja, aber nicht so gut wie der Kaiserschmarrn, den ich innen hatte. Das glaub ich dir. Ich bin nicht so ein Kaiserschmarrn-Fan, deswegen, ähm. Aber ohne Rosinen. Ja, Rosinen sind sowieso etwas, das nicht ins Essen gehört. Da müssen wir uns, glaub ich, ne? Definitiv, genauso wie Oliven. Ja. Nee, nee, halt, Oliven finde ich gut. Nee, Oliven ist, weißt du, Oli hat's mal gut gemeint, der macht ja selbst Pizza. Unglaublich gute Pizza. Der Teig wird Tage vorher vorbereitet, damit er aufgeht. Da kommt ein extra Behälter. Die Fußbodenheizung wird angestellt und so, damit er halt ordentlich aufgeht. Und dann haben wir einen Pizzastein, wo der raufkommt, aber nur für so ein paar Minuten, dann kommt der Rest drauf. Hat da Thunfisch-Pizza gemacht, meinte es gut und hat die Olive klein gehackt obendrauf, damit die sich besser verteilt. Da kann ich die aber nicht mehr runterpicken. Ja. Und das ganze Essen hat noch Olive geschmeckt. Es ist doch, ja gut, also wenn man Olive nicht, also ich kann nicht verstehen, wie man Oliven nicht mögen kann, muss man ja auch mal dazu sagen, ne, das ist ja auch kein Blumenkohl oder Rosenkohl, das muss man halt wirklich nicht mögen, das darf man auch nicht mögen. Blumenkohl ist lecker. Äh. Blumenkohl ist richtig lecker, dann einfach mit so ein bisschen Semmelbröseln angebraten drüber, fertig. Ich beende das hier jetzt sofort. Also das kann ich ja wohl nicht. Blumenkohl lecker. Blumenkohl ist lecker. Rosenkohl nicht. Aber Blumenkohl ist lecker. Blumenkohl sieht aus wie ein Alienhirn und schmeckt auch so. Du musst es nur richtig zubereiten. Blumenkohl ist richtig gut. Ich glaube, Blumenkohl ist noch besser. Ja, mit Soße, Soße Hollandaise ist aber auch ein Sheet. Damit kann man alles essen, ja. Damit kannst du sogar DIN A4 Seiten Papier voll klacksen und dann schmeckt das danach. Rosenkohl verstehe ich nicht. Rosenkohl auch nicht. Und bei zum Beispiel Blattspinat mag ich auch nicht. Ich mag nur den mit dem Blub. Anti-Rosin, Anti-Kaiserschmarrn, Pro-Oliven-Ranger. Was ist nur in deiner Kindheit passiert? Mein Mitleid. Was soll das denn heißen? Hallo? Das ist ja so gute Oliven. Wir können ja mal das Grundlegendste. Pizza Hawaii? Nee. Currywurst mit oder ohne? Mit. Gummibärchen hart oder weich? Egal. Du bist wirklich komisch. Was? In allen Punkten. Was? Also. Pizza Hawaii? Ja. Und am besten mit Currysoße. Halt Currywurst. Kann ich nur noch daraus sprechen, als ich noch Fleisch gegessen habe. Aber dann ohne Pelle. Klassisch. Das ist die Berliner Art. Nee, das ist nicht klassisch. Das ist Berliner Art. Nee, sonst ist es einfach nur eine Bratwurst mit Currysoße. Ja, aber mit guter Currysoße. In Berlin packt ihr euch da Kitschop drüber. Nee, du musst nur richtig hingehen. Und zwar gehst du in Hohenschönhausen zu dem Kaufland. Davor ist eine kleine Currybude. Und die machen ihre Soße selbst. Die machen die dazu richtige geile Röstzwiebeln selbst. Und alles dort musst du hingehen. In Hainersdorf. Entschuldigung, ich wurde korrigiert. Im Chat. Nee, wirklich. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe mir letztens noch eine Doku angeguckt. Die ist vom WDR. Also ist sie seriös. Und da wurde die beste Currywurst rausgesucht. Ja? Und dann hast du... Ich schicke dir nachher ein Video von Olli, als sie nämlich auch, also Dr. Freud halt getestet hat, die Currybude in Berlin. Und da waren die dort in Hainersdorf. Und dann schaust du dir das an und dann teilst du mir das nochmal mit. Dann gehen die als nächstes nach Bochum ins Bermuda-Dreieck und dort zu Dönninghaus und essen da eine Currywurst. Und dann sollen sie nochmal sagen, dass das eine gute Currywurst war. Ja? Ja, okay. Und die müssen jetzt dann erstmal ins Ruhrgebiet fahren, aber... Aber kriegen sie schon hin. Dann kriegen sie da die beste Currywurst überhaupt. Und dann suche ich noch zwei weitere, drei weitere Currywurstorte aus und dann testen die das mal da. Ja? Und dann sollen sie danach mal sagen. Komm mal, Farben-Daddy, also mein Motz sagt gerade, ich schicke ihm ein Soundfall davon, wenn ich eine Currywurst esse. Dann hast du es richtig. Soundfall, wenn du eine Curry... Ja. Aber Currywurst halt ohne, weil sonst hast du einfach nur eine Bratwurst mit Currysoße. Das ist genauso... Du kriegst auch so teilweise, wenn du dir irgendwo dann einen Döner bestellst, bekommst du irgendwie so komisches, rundes Zeug. Und keinen richtigen Döner. Auch so merkwürdig. Ja gut, ja, okay. Aber... Aber die Currysoße, das ist ja... Die Wurst ist ja nur eine Sache davon, ja? Da kannst du ja alles dran packen. Aber die Currysoße, das ist das, was ein Gericht mit Leben füllt. Das... Nichts, sonst hast du eine Bratwurst. Aber du hast ja keine Currybratwurst. Die muss mit Knack sein. Natürlich muss die mit Knack sein. Nee, ohne Knack. Nein. Du hast ohne Recht. Wenn wir uns nochmal sehen, dann gehen wir Currywurst essen. Also wenn die dort halt... Ja, aber... Sonst esse ich halt Pommes. Mit Knack. Nee, ohne. Also, okay. Und Gummibärchen müssen hart sein. Gummibärchen müssen, wenn du sie aneinander hältst, klingen. Wenn's nach mir geht. Ja gut, das kann ich verstehen. Also ich hab... Ich hab erst in meiner Uni-Zeit irgendwann mal harte Gummibärchen gegessen und... War in Ordnung. Aber ich bin eh nicht so der Gummibärchen-Fan. Ja, aber zwischendurch muss es mal sein. Mhm. Dann isst er meine Frau und dann zwischendrin esse ich das dann mal. Ja, dann opferst du dich, wenn die Reste da sind. Guck mal hier. Das mit der Berliner Currywurst entstand damals in der DDR. Aus Mangel an Darm. Original kommt die aus dem Ruhrgebiet, laut Arte. Ja, und Arte hat ja wohl recht. Ja, die reden sogar französisch da drin. Also, das muss richtig sein. Na, weiß ich nicht. Erklärt ihr den Currywurst-Krieg? Ja. Also, Currywurst-Kriege sind... Currywürst-Kriege sind hiermit eröffnet. Hast meine Berliner komplett sein. Scheiß hat Arte. Ich mach, ich mach, ich mach, wenn wir uns, wenn wir uns hier mal bei mir sehen und dann mach ich Currywurst-Soße, ja? Ich mach dir auch eine vegane Version dann davon, aber dann... Also, es muss nur vegetarisch sein. Okay. Dann, äh, dann mach ich Currywurst-Soße und dann, ähm... Gut, vielleicht schmeißen wir die dann weg und gehen dann zu einem Fünf-Sterne-Koch, der dann hier ist. Ne, ich glaub, zwei Sterne hat er gehabt. Der hat eine Currywurst-Buddy aufgemacht und da macht er wirklich, oh... mit Zitronengras drin und weiß ich nicht was, aber... Okay, okay, das hat mich, ja. Ähm, dann gucken wir mal, vielleicht klappt das ja, dass ich so im Oktober da bin. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Denk ja meine Worte an die Currywurst-Kriege, die hiermit eröffnet worden sind. Und die heiligen Currywurst-Kriege. Kann mir dann ganz kurz... Tut mir vollkommen leid, weil wir die ganze Zeit im Karten sind, aber ich brauch mal kurz eine Pipi-Pause. Abgelehnt, aber da du trotzdem das machst, deswegen erlaube ich es dir als Senpai. Senpai Ranger, danke schön. Senpai Ranger. Bitte passen Sie auf meinen Chat auf. Bis gleich. So, hallo beide Chats. Ich bin Senpai Ranger. Die heutige Lektion dreht sich darum, warum ist Holz härter als Hartholz? Das hat was damit zu tun, dass Holz damals aus Steinen hergestellt wurde. Das wissen wenige. Das ist der sogenannte Steinerner Holzweg, den man vielleicht mal ab und zu kennt. Aber im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen mehr gewandelt, weswegen dann irgendwann für Holz Holzbäume benutzt worden sind. Und aufgrund dieser Holzbäume kam es dann dazu, dass Holz härter wurde, als es dann mit dem Stein damals der Fall gewesen ist. Und da kommt übrigens auch der Steinhofen und die Holzkohle her. Weil Holzkohle muss ja Stein sein, weil Kohle ist ja Gestein. Und Holzofen muss ja auch härter sein als Holz, weil es ja brennt ja da drin. Und das ist dann der Grund, um es noch mal kurz rum abzuschließen, weswegen auch dann die meisten Biber gute Gebisse haben. Ja. Genau. Das ist so der Hintergrund dazu. Genau. Holz ist eigentlich Stein. Also ist Steinkohle eigentlich aus Holz? Auch das, ja. Ist das die Demenz? Märchenstunde mit Ranger. Warum eine Märchenstunde? Warum eine Märchenstunde? Ich kann nicht schreiben vor Tränen in den Augen. Du sollst ja nicht weinen dabei. Du sollst ja nicht weinen dabei. Also mir ging es häufiger auch damals in der Schule so, wenn ich was gelernt habe, dann musste ich dabei auch meistens weinen. Aber das hat viele verschiedene Hintergründe. Beispielsweise, das wissen auch wenige. Ähm, ist es so, dass früher nachts kälter war als draußen. Ähm, das ist auch eine ganz wilde Theorie. Das hat auch mal etwas mit Physik zu tun. Ähm, und ich hab, also in Physik war ich nie sonderlich gut, ne. Und deswegen, ähm, ihr müsst auch wissen für euch, wenn ihr in Physik nicht gut gewesen seid, dann könnt ihr damit auch die Schwerkraft außer, außerstande setzen. Weil ihr wisst ja nicht, dass es die Schwerkraft gibt. Und das ist der Hintergrund, warum ich manchmal schaffe zu fliegen. Einfach so. Während ich so durch die Stadt flaniere, ich laufe dann so und dann, ja, was für ein schöner Tag heute. Und dann war mal, hoppa, wow, 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 fliege ich nach oben. Weil, ne, Schwerkraft berechnet sich halt aus den physikalischen Gesetzen und ich kann die halt nicht. Und auf diese Art und Weise ist es dann auch so gekommen, dass ich irgendwann Ranger-Fensterreinigungsfirma eröffnet habe. Und, äh, bei uns ist das Motto, wir putzen jedes Fenster auch außerhalb der Schwerkraft. Ja. Ranger ist ne Hummel. Ich bin ne Hummel, ja. Sehr gut. Du bist ne Hummel. Oh, hast du einen kleinen süßen Flauschehintern? Ich hab einen kleinen süßen Flauschehintern, ja. Ähm, ich hab allen Leuten was beigebracht. Joghurt hat keine Gräten? Äh, Holz ist härter als Holz. Was? Ja. Und, wenn du schlecht in Physik bist, dann kannst du damit die Schwerkraft außer Physik setzen auch, ja. Jetzt wurde die Welt neu erklärt. Oh, na, jetzt glauben die nicht wieder, dass die Welt ne Scheibe ist, oder? Ne, da war ich noch nicht. Da wär ich jetzt als nächstes zugekommen. Okay, weil dann müsstest du halt über die Scheibenwelt reden. Dann viel Spaß. Die kennen wir schon. Aber vielleicht sollten wir eher über die Hohlerde sprechen, ja? Ähm, ja, deswegen halte ich mir Echsen. Ja, ist ja auch vollkommen, äh, vollkommen logisch. Außerdem gibt's riesengroße Gorilla in der Hohlerde und kämpfen dort gegen riesengroße Echsen. Ich hasse Affen. Ich hasse Affen abgrundtief. Dazu zählen für mich auch Gorilla. Vielleicht hassen die Affen dich auch? Das sind Wesen, die ich wirklich einfach nur hässlich finde, widerwärtig finde. Da hab ich eine Abneigung gegeben. Ich fände nie, ich verstehe nicht, wie Leute, die irgendwie süß finden können oder beeindruckt oder sonstiges. Geht mir nicht in den Kopf. Charlie, sie meint das nicht so. Charlie, beruhig dich bitte. Das ist, sie meint es wirklich nicht so. Du brauchst jetzt nicht traurig sein. Deswegen hab ich Günther und Vigo. So. Und meine beiden Echsen. Aber du, dir ist schon bewusst, dass Affen irgendwann die Weltherrschaft übernehmen werden? Du hast schon die Dokumentation gesehen? Nee. Hast du dir die Dokumentation nicht angeguckt? Was? Welche Dokumentation? Planiert der Affen. Ach so. Ja. Das ist eine vierteilige Dokuserie. Hab ich wirklich nicht gesehen. Entschuldigung, ich kann jetzt hier nicht mehr mit dir reden. Das ist jetzt auch langsam, das hört ja jetzt auf hier. Diese Dokuserie nicht gesehen. Wie bildest du dich denn weiter? Jetzt sag nicht, du nimmst nicht Netflix zur Weiterbildung. Also, doch manchmal. Aber ich hatte letztens, ich hatte erst vor ein paar Jahren meinen allerersten Godzilla-Teil gesehen und hab im Kino dann geweint, weil das voll unfair war, dass sich dort zwei gegen eingestellt haben. Ist ja auch richtig. Ich fieber da auch grundsätzlich mit. Das ist so, ich, mein Bruder hat sich sehr lustig über mich gemacht, aber nun. Es war sehr mitfühlend und es war sehr unfair. Ja. Also, so viel dazu. Werden vielleicht Echsen doch die Weltherrschaft übernehmen? Ja, deswegen hab ich Günther und Vigo bei mir. Günther, der einfach dumm und süß ist und Vigo, der zehn Minuten braucht, um eine Grille runter zu kauen. Man muss ja auch langsam essen, damit man auch langsamer verdaut, das Ganze. Ja, definitiv. Nee, fand ich, also fand ich gut. Da haben wir jetzt die wichtigen Themen angesprochen. Ja, sehr gut. Mein Charakter hat Stress. 74 von 300. Oh, dankeschön für das. Ist es okay? Kann ich was machen? Entspannungsmassage oder geht das mit der Zeit? Es geht. Du kannst auch eine Entspannungsmassage machen. Du kannst, äh, 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 bei Entscheidung, bei der Feder rechts. Ja. Kannst du Sachen machen? Irgendwas zur Entspannung. Hm. Ich glaub, das geht grad noch nicht. Nee. Aber wenn du zum Beispiel Alkoholiker wärst, dann könntest du dich da jetzt dem Alkoholigen geben. Das wäre, wie werde ich Alkoholiker? Oh Gott, Sherry grüßt dich. Was? Du würdest, also, wie du Alkoholiker wirst, dann ist... Ja, also hier. Ja, ich wollt grad sagen, das ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht denkt. Ja, ähm. In dem du in die Dienstleistungsbranche gehst. Oh Gott. Sollte nicht den Chat lesen. Wenn du Nervenzusammenbruch hast, kannst du, hast du mit Glück vielleicht die Möglichkeit Alkoholiker zu werden. Boah, du machst sehr viele Feiern. Okay. Das geht auch. So, ähm. Dann müssen wir jetzt eigentlich... Warte mal, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Äh, dann, äh, Kohain, äh, Yvraldessan. Äh, nicht Yvraldessan. Shand heißt dann, wenn du mich ein bisschen niedlicher findest. Ja, wir sind ja hier in der Schule. Okay, dann San. Hallo, die Affen haben den Planeten schon übernommen. So, da ist jemand auf meiner Seite. Deswegen finde ich Affen niedlich. Ich mag wirklich Affen. Ich finde die cool. Ich finde Gorilla auch cool. Die sind so... Die sind so, wie ich gerne wäre. Mit Kacke werfen und auf die Brust hauen. Äh. Ich finde, ich habe wirklich so eine Abrengung gegen die... Ich weiß nicht, warum, aber das ist so... Geht mir nicht in den Kopf rein. Ja, ich frage mich auch gerade. Also, ich kenne tatsächlich sonst, abseits von dir, nur Menschen, die Affen cool finden. Dann wird ja mal Zeit, dass jemand anders kennenlernen. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich rede recht wenig mit den Menschen darüber, wie sie allgemein gegenüber dem Thema Affen stehen. Fetz. Und auch... Ich weiß nicht, ob das in YouTube reinschneidet ist oder nicht. YouTube, wie steht ihr zu Affen? Ja, jetzt muss ich es ins YouTube-Video reinschneiden. Ja. Jetzt ist halt... Oh Gott, das wäre sonst sehr viel rauszuschneiden. Das wäre auch anstrengend. Wie steht ihr zum Thema Affen? Süß, niedlich, johey, übernehmen bei der Weltherrschaft oder widerwettig, abartig, überhaupt nicht meins? Deswegen habe ich einen Uncut-Kanal, da muss ich mir die Mühe nicht geben und kann hinterher sagen, äh, Content. Guck mal, meine Moddin, Frau Sterntreu, so, ich mag keine Affen. Ja, sehr gut, sehr gut. Was? Keine Affen, weit weg. Okay, mein Chat kann leider nur mit Zahlen arbeiten, deswegen. Wenn ihr Affen mögt, eine Eins in den Chat, wenn ihr keine Affen mögt, eine Zwei in den Chat. Jetzt müssen wir es hier aber mal wirklich klären. Also, wer Affen mag, eine Eins, wer keine Affen mag, eine Zwei. Interessant, ist niedlich. Ich mag Limonen, okay, ich mag Bonbons, ja. Was ist mit deinem Chat los? Oh, guck mal, da ist eine Zweibel hier. Da war auch eine Fünf zwischendrin, also manche sind, glaube ich, schon von den Affen übernommen worden. Ich bin ganz stolz, dass ich jetzt, äh, bis jetzt noch keine Neunse... Da, achso. Okay, ich nehme alles zurück. 19, 20. Hey, die ist bei mir auch, was? Das ist ja zeitgleich. Das breitet sich aus. Zählen auch Otzelots? Warum denn Otzelots? Limonen sind okay, die können wackeln, Mitte Hufte. Ich mag Gieraffen. Ich mag den Humor deiner Leute. Warum habe ich gerade das Bild vor mir, Ranger als Limur? Oh Gott, kann das bitte jemand photoshoppen? Oh nein, bitte nicht. Das sind doch die aus Madagaskar, oder? Die da singen? Ja. Die reden da auch so komisch. Ich glaube, ich kann gar nicht so reden. Auf was singen die nochmal? Das weiß ich nicht. So. Ah, I like to move it, move it. I like to move it, move it. Oh ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Move it, dude, 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 dude. Die Morhen sind flauschig und süß. Da, Menschenaffen finde ich gruselig. Hm. Ja. Okay, ja, also. Wo waren wir denn gerade? Bei Lektion Nummer 3 des Menüs. Ich wollte mich entspannen, was nicht geht. Das geht nicht. Ja. Das funktioniert so nicht. Ja. Geh mal rechts auf Rad. Das ist der Sitz. Geh auf das Rad, das ist der Sitz. Und. Hier, hier siehst du, all deine Posten, ne, haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt. Da kannst du dir die verschiedenen Fähigkeiten angucken und da kannst du dir allen verschiedene Fähigkeiten zuweisen. Also zum Beispiel der Ratsspitzel kann entweder deine Komplottstärke erhöhen oder dich besser verteidigen. Ratsverwalter kann die Entwicklung erhöhen oder dir mehr Geld bringen oder deine Kultur fördern oder, oder, oder. Da musst du mal im Detail so gucken, zum Beispiel Donnerstag, was dir das alles bringt. Was aber wichtig ist beim Ehepartner, die hat darunter eine Dropdown-Leiste. Wenn du da drauf klickst, dann kannst du eine Spezialisierung bei der aussuchen. Also zum Beispiel, die boostet dich dann in einer Fähigkeit. Und wenn du bei der, die hat plus 10 Domänenverwaltung. Wenn du da drauf gehst, dann machst du sehr viel mehr Geld. Ich habe eben gelesen, Dämonenverwaltung, habe mich schon gefreut. Dämonenverwaltung kannst du hier drin auch angehen, dann musst du aber eher religiös unterwegs sein. Ja, nein, dann nehme ich das doch, würde ich sagen. Ja, und dann erhöht sich das von 2,6 auf. 2,9? Ja, siehst du. Das ist viel. Also im Crusader ging es auf jeden Fall. Das ist meine Affäre. Ich dachte, wir sind verheiratet. Ach, warte mal, wurden wir geschieden? Äh, nee, du hast eine Affäre mit der, weil du die einmal verführt hast. Dann wird die auch als Affäre. Also es ist ungewöhnlich, dass du im Mittelalter mit deiner Frau auch gerne kopulierst. Ja, das waren halt die Gedichte. Und ich habe es ja noch mal freiwillig danach getan. Ich mache es demnächst wieder. Aber der macht mir Sorgen. Hosen sind rot, Pfeilchen sind blau. Ich hau mir den Arsch zu, ich bin eine Sau. Der ist bei minus 80. Das Gedicht? Nein, der Bischof. Achso, du kannst ja bitte eben die Beziehung wieder verbessern. Rechtsklick und dann einfach Beeinflussung. 35% Erfolg. Ja, das verbessert sich hinterher. Dann versuchen wir das mal. Der Attentat ging leider schief. Und dann können wir eigentlich direkt auch mal auf den vierten Reiter draufgehen. Auf Höflinge. Hoflinge. Höflinge. Und da siehst du dann, also die gesamten Hofämter. Manche Hofämter sind auch hinter bestimmten Stufen verborgen. Du siehst, was die da machen, was sie dir für einen Bonus geben und bliblablub. Dann siehst du, kannst du zum Beispiel auch oben einmal so einen Haken dran setzen für Posten mit Aufgaben. Dass du dir das dann genau anschauen kannst. Du kannst hier auch die Leute entlassen. Ach, hier kann ich auch dem Hofarzt übrigens schon Befehle geben. Sehe ich gerade. Ja, genau. Und kannst hier... Stimmt. Da ist auch das solche Bending-Ding mit drin. Das ist aber relativ neu. Kannst hier drüber auf jeden Fall direkt Aufgaben zuweisen, auch bei manchen Sachen. Okay, cool. Das ist wirklich neu. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Ja, Höflinge. Ganz klar. Da siehst du dann zum Beispiel auch, ob du mittlerweile einen Gast hast, wenn du oben auf die Mitte drückst, eure Höflinge. Ich habe zum Beispiel einen Gast, der mir überhaupt nichts bringt. Aber du könntest auch einen Gast haben, der dir Ansprüche bringt. Ich habe viele Gäste. Oder lade ich die erst alle ein? Ich habe nur einen. Dann mal eure Höflinge und dann sortieren nach Gast. Ja, dann ist der Gast einfach nur ganz oben. Ach, das ist nur der. Okay. Ja, der Rest ist bei dir einfach so. Also bei mir zum Beispiel für zweite Person Frau und Hofarzt. Ja, und dann Gefangene. Da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Ja. Denkespiel. Denken wir auch nochmal drauf. Das ist der lila, ne, direkt danach. Mhm. Oh. Da sehen wir halt alle Komplotte, die gerade laufen. Oder auch welche aufgeflogene Mordkomplotte. Bei Druckmittel und Geheimnisse wird es jetzt interessant. Da könnte nämlich bei dir mittlerweile was stehen. Oh. Ja. Und damit kannst du hinterher Leute erpressen. Entweder geben sie dir dann Geld. Oder die müssen dir dann vielleicht Provinzen geben. Oder die müssen politisch aktiv werden. Oder, oder, oder. Also du kannst Druckmittel in vielen Verhandlungssituationen nutzen. Mhm. Oder du kannst auch einfach auffliegen lassen, wenn deine Frau zum Beispiel mit deinem Bruder geschlafen hat. Und kannst die beiden als Ehebrecher dann verurteilen und öffentlich anprangern. Das gefällt mir. Kannibale, ein Kannibale. Ein Kannibale. Der ist Kannibale. Ja. Keine Ahnung, warum ich dich abonniert habe. Du spielst DK3, das ist gut. Mein Hofast ist ein Kannibale. Ist auch nicht deine erste Nachricht. Ja, das ist doch super. Dann kann der immerhin direkt die Teile weiterverwerten, wenn nicht geklappt hat. Und der ist auch an meiner Seite. Also ich würde ihn erstmal so lassen. Der ist auch mir wohlgesonnen. Wenn er mir irgendwann nicht mehr wohlgesonnen ist, dann wird das merken. Aber, also solange er jetzt nicht meine, ist alles okay. Also deine letzte Nachricht ist vom 23. September 2001. Du warst lange nicht hier, aber herzlich willkommen. Ist halt, ist halt aber auch ein guter Hofast. In der Zeit hat sich einiges getan hier mittlerweile. Okay. Was läuft alles? Ich kann, ich habe gesehen, ich kann meine Kinder auch. Kind unterrichten. Das ist auch gut, oder? Ach, 2021. Was, was? Ich war gerade, ich war gerade schon wieder Ranger-doof. Ja, ja, ich habe es gemerkt. Ich überlege, ob ich mein Kind mal unterrichte. Das könntest du tun, ja. Das könntest du tun. Und dann kannst du es zum Beispiel in einer Eigenschaft besonders stark verbessern. Also du kannst auf dein Kind dann draufdrücken. Und dann einfach Kind unterrichten. Da suchst du dann irgendeine aus, der passen würde. Zum Beispiel du selber oder so. Also auf welche Eigenschaften du den bringen möchtest. Clara Nostra, danke schön für deinen Sub im 13. Monat. Vielen lieben Dank. Falls du mit mir redest, höre ich dich nicht. Das war mein Zurück-Taste, die mich muted. Das tut mir furchtbar leid. Okay, ich habe, wenn ich jetzt das Kind, wie wähle ich die Eigenschaft aus, die ich unterrichte? Einerseits, indem du halt schaust, welche Personen die unterrichtet. Also je höher die in einer bestimmten Eigenschaft sind, zum Beispiel militärisch oder so, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die auch darin unterrichtet werden. Ich würde mich selbst darum kümmern. Ja, dann mach das und dann wähle ein Kind aus, welches du unterrichten willst. Ähm, dann kannst du schon mal Vorschlag abschicken. Ist das so richtig? Ja. Ja. Du schickst dir, ja, das wird komisch dargestellt, aber du schickst dir selber den Vorschlag, dass dein Kind von dir unterrichtet wird. Okay. Clara Nostra, wunderschönen guten Abend. Okay. Ähm, wenn du das hast, dann kannst du dein Kind einmal anklicken, dass du auf die Charakterseite von dem kommst. Ja, hab ich. Und dann siehst du rechts neben dem Bild von deinem Kind ist der zweite Kreis von unten Ausbildungsschwerpunkt. Warte. Nee, links neben deinem Kind, nicht rechts, links neben deinem Kind die vier Kreise und da der zweite Kreis von unten, das ist Ausbildungsschwerpunkt. Ach, von unten, Ausbildungsschwerpunkt, Kriegsführung. Genau, dann kannst du dann auswählen und dann kannst du einen der Punkte auswählen, was da ist. Das kannst du nur ein einziges Mal ändern. Oh, oh. Glaube ich zumindest. Und ich sehe hier zum Beispiel zwei grüne und einen roten Zacken. Grün heißt, da bin ich besser drin. Wenn du einmal deine Kamera kurz ausblenden kannst, dann könnte ich das bei dir sehen. Ähm, warte. Zack, weg. Fällt mir das erste Mal auf, muss ich sagen. Ich glaube, ja, ja, das ist... Ach so, stimmt, weil du schon, ja, da drin bist du besser. Also du bist in Verwaltung gut, in Kriegsführung gut, aber schlecht in Diplomatie. Weil du halt schon das Kind unterrichtest. Das ist nicht mein Kind, das ist mein Mündel. Ach stimmt, Höfling und Mündel von uns. Wie ist denn das passiert? Egal, habe ich trotzdem lieb. Äh, wahrscheinlich von irgendjemandem, den du erobert hast oder so. Oder du hast es irgendwann zugestimmt. Ich unterrichte dein Kind. Mhm. Er studiert jetzt Verwaltung. Ähm, dann... Was noch? Was brauchen wir noch? Du könntest eigentlich mal bei Fraktionen reinschauen. Das ist direkt nach dem lilanen Umschlag. Da werden, wie gesagt, alle aufgefasst, die gegen dich sind. Da du jetzt was erobert hast, könnte es sein, dass da was ist. Nö, ist alles leer. Äh, wie wir in den Fenster gekommen sind mit dem Schwerpunkt. Ganz einfach, du gehst auf dein Kind drauf und dann hier, in diesem Bereich. Da kannst du einfach draufklicken und dann bist du hier in einem Ausbildungsschwerpunktbereich. Geht nur beim Kind selber. Ähm... Ihr könnt ja das Mündel jetzt auch schon verheiraten. Ja, aber um das Mündel kümmere ich mich recht wenig tatsächlich. Jetzt können wir weiterlaufen lassen. Ja, läuft weiter. Ja, jetzt vom Spiel überraschen lassen. Okay, mal gucken, was passiert. Jetzt haben wir schon sehr intensiv in die Materie reingeguckt, in die Steuerung. Also das ist die Grundsteuerung insgesamt. Und dann gibt es sich... Der Rest wird dann wahrscheinlich trial and error werden, oder? Jetzt mein Kind gestorben. Und nein! Mein Erbe ist gestorben. Toll. Aber du bist doch schon so alt. Ja, wir wissen jetzt noch ein Kind kriegen. Ich habe ja noch ein zweites. Ach stimmt, dein Uneheling. Ja, mein Kind hatte aber auch schon ein Kind. Also ich habe einen 32-jährigen Enkel. Na gut. Der schwer verletzt ist. Ja gut, na also. Hast du den gemeint? Ich gar nichts. Die haben alle schon ihre eigene Provinz. Ich habe hier eine entspannte Sache. Ich bin hier auf einer kleinen Insel und ich mache hier mein eigenes Ding. Jetzt werde ich England erobern und sonst passt es alles. England darfst du erobern. Wunderschönen guten Abend für die Unzirpa. Hallo. Hallo. Ich kann gleich hier die ersten Kriege erklären und dann geht es los. Ich überlege gerade auch, ob ich noch gegen einen den Krieg... Ja, ich würde die da oben alle bei dir erobern, dass du da schnellstmöglich so ein Ding rausbekommst. So, okay. Jetzt haben wir... Shad, habe ich irgendwas vergessen, was wir auf jeden Fall Ivraldis noch sagen sollten, bevor sie dadurch überrascht wird? Aber ich rede jetzt vom Basics. Nicht auf einmal davon, ja, erinnern Sie daran, dass das Heilige Römische Reich in zwei Jahrhunderten gegründet werden kann und dann alles nach Vanille schmeckt. Oh, Vanille ist so lecker. Einheiten stationieren hatten wir schon. Ich bin mehr so der Schokoladen-Fan. Bitter, Räumig oder Weiß? Weiß mag ich nicht so sehr, aber sonst bin ich offen gegenüber allem. Tooltipp in Tooltipp hatten wir auch. Okay, denen darf ich wieder nicht den Krieg erklären, aber ich kann auf den Rad gehen. Ich brauche Gold. Wie konnte ich nochmal den Krieg erklären mit dem Umweg? Mein Kind ist gestorben. Mein Erbe ist gestorben. Ich habe noch ein zweites. Ja, das Uneheliche. Ich habe einen Enkel, der ist krank. Ganz normale CK3-Geschehnisse. Oh, shit. Alina, hi, grüß dich. Oh, mein Komplott ist aufgeflogen. Oh, nein. Dein Komplott? Ja. Ja, jetzt habe ich Ansprüche auf die Region und kann keinen Krieg erklären, weil ich kein Geld habe. Äh. Ihr seid verschuldet. Vielleicht kann ich mir ja beim Papst ein bisschen Geld leihen. Natürlich kann ich kein Gold holen. Erbreihenfolge haben wir auch drüber gesprochen. Autorität haben wir auch drüber gesprochen. Gründen von Herzogtümern bzw. Königreichen, wenn man genug Provinzen hat, haben wir auch drüber gesprochen. Wenn ich irgendwas davon nicht erzählt habe, dann sag einfach, dann sag einfach, halt, stopp. Brauche ich Legitimität? Legitimität? Ja. Ja, ist halt deine Legitimität auf der Krone, ne? Ja. Okay. Der Bischof ist jetzt auf minus 100. Hast du den verärgert, während du den beeinflusst hast? Wie? Ja, ich den Feuer versucht habe umzubringen. Stammbaum haben wir... Ah, nee, Stammbaum haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt's? Klick nochmal auf deinen Dynastieverband. Moment, Moment. Achso, stimmt. Moment, bei mir ist wieder was aufgeploppt. Die Seuche ist endlich wieder aus dem Reich verschwunden und wir müssen diese Gelegenheit nutzen und aus jenem Chaos erheben, das sie hinterließ. Wir erstehen aus den Trümmern der alten Welten auf. Ich habe kein Bündnis mehr. Kein Bündnis mehr. Also bei mir läuft gerade die Partie nicht so... Oh, gut. Ich wechsle gleich einfach den Spieler, dann geht das schon. Ach, geht der Multiplayer nicht. Geh mal auf deinen Dynastie-Wappen. Warte, das war... Unten links. Das da? Ja. Und dann... Dynastie-Baum öffnen? Genau. Und das ist dann der Stammbaum. Oh! Oh mein Gott, haben wir viele Kinder. Also meine Dynastie ist definitiv gesichert. Ja, das sind aber nicht alles deine. Deine Brüder sind auch daneben noch, ne? Oh, ich habe das nächste Ereignis. Moment. Mein Ratsvorwalter Öhrrackwald ist mit einem verbundenen Arm und Furcht im Blick bei Hofe eingetroffen. Die wichtigsten Tipps im Spielveranfänger. So mit Erbe Brian, Leute, überall in Ormond zu Duellen herausgefordert hat. Bitte vergebt mir, mein Fürst. Aber das muss aufhören. Brian ist bei mir aufgetaucht und hat mich um einen Zweikampf herausgefordert. Ich hatte keine andere Wahl, als die Herausforderung anzunehmen. Und das ist auch nicht das erste Mal. Ich bin nur das Letzte in einer langen Reihe von Opfern. Ein guter Tipp zum Anfang ist zum Beispiel, starte in einem großen Reich als kleinerer Graf oder Herzog, also zum Beispiel in dem Heiligen Römischen Reich. Und dann erober die Einheiten, die Länder erstmal da drin. Okay, ich habe Brian besiegt. Weil dann kannst du ihn in Ruhe erobern. Du hast Brian besiegt. Das ist gut. Ja, natürlich. Ich habe den gezeigt, wo der Hammer hängt. So. Genau. Wir haben drei Kinder, aber wir haben Brüder. Das. Die ordentlich haben. Legend of the Dead Actual ist das beste Zeichert. Also der macht mich glücklich. Die beste Latte ist halt echt nicht hoch, ne? Kann ich eigentlich Brian mit seiner Frau, wenn er dann verheiratet ist, dazu zwingen, den Akt zu machen? Oder machen die das automatisch? Die, äh, korporieren automatisch. Okay. Ich muss mal hier mal fragen. Wie breit ist es hier drüben gestartet mit einem Munster? Munster. Ja. Munster muss ich immer an, an, an das in Hamburg denken. Oder südlich von Hamburg. Mann, ey. Jetzt brauche ich irgendwo Geld her, aber ich habe kein Geld mehr. Na gut. Ich habe auch nur 273. Nur? Achso. Ich habe minus 87. Wie kann ich nochmal dafür sorgen? Wie kann man denn Minus bekommen? Ne, du. Mehr ausgibst, als du hast. Das passiert auch schnell in der Realität. Am Ende des, am Ende des Geldes ist es immer so viel Monat. Bei den Irren, bei den Iren, ja. Du könntest mir natürlich ein Goldgeschenk geben, wenn du möchtest. Ich kann erstmal den Bischof zum Kampf herausfordern. Oder du kämpfst gegen den Bischof. Das geht natürlich auch. Das mache ich mal. Mal gucken. Warum willst du denn jetzt gegen den Bischof kämpfen? Weil ich es kann. Weil der Minus 100 hat. Was soll ich noch verlieren? Die Königsfamilie in Irland. Auf einmal steht da der das Oberhaupt der Familie und kämpft gegen den Gläubigen. Lieber nicht. Oh nein. Nein. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich mache das mal lieber nicht. Ja. Als ich heute Morgen erwachte und die ersten Sonnenschreien sahen, wurde mir noch einen kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht das ein einziges Mal hustend aufgewacht. Oh. Oh, ich bin wieder gesund. Das heißt, du hast fast jetzt Krankenkrieg erklärt. Ja. Okay. Also ich bin halt ein bisschen, also der Bischof ist halt bei Minus 100. Das ist jetzt nicht so gut. Was ist denn ein OPM? Entweder bringe ich ihn jetzt um oder verheirate ihn. Den Bischof. Dass die überhaupt bei dir heiraten dürfen. Aber das ist ja Inselchristentum, ne? Das ist schon wieder ganz wild. Dass ich ihn verheirate. Aber niemand sichtbar. Ich kann keinen finden. Klerik ihnen erlaubt. Tatsächlich. Ron Provinz Mino. Ach so. Ja, wir sind Senpai Area heute. Senpai Area. Ah, guck mal. Das Land Mayo finde ich cool. Stimmt, hier gibt es das Land Mayo. Bist du eher Mayo oder eher Ketchup? Mayo. Ja, Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas, wo wir gemeinsame Essgewohnheiten haben. Oh, guck mal. Die ist 50. Ist eine Wohlgestalt. Ah, joist. Die Wahrheit. Ach, Mann. Mein armes Geld. Meine armen Bündnisse. Es ist halt auch unfassbar, ne? Alle Bündnisse, die ich hatte, sind jetzt innerhalb von zwei Minuten gestorben. Es tut mir leid. Also, wie kann ich dir ein Geldgeschenk schicken? Äh, du kannst auf mich draufklicken. Und dann rechtsklick. Geld geschenkt. Bin nicht ich. Ich verheirate mich jetzt mit Württemberg. Oh, ich krieg Geld. Ich hab ihn verheiratet. Oh, Dankeschön. Ich nehm euer Geschenk an. Oh, jetzt hab ich nur zwölf plus. Naja, aber reicht schon. Du bist krank, dein Hausarzt. Er ist Kannibale und dein Bischof hält dich für den Teufel persönlich. Ein guter Start in das Land. Ja, ich muss jetzt hier den Krieg erklären. Er wird mich annehmen. Verflucht seist, du Württemberger. So, wie kann ich nochmal ein Land, was nicht gegen mich Krieg führen will, den Krieg ansichten? Äh, mit deinem Bischofen Anspruch fingieren. Okay, das heißt, ich geh auf den Bischof, hab ich, und dann rechtsklick auf. Bischof. Äh, Anspruch. Nee, nicht auf deinem Ratssitz. Anspruch. Da. Okay, dann mach das. Sehr gut. Junge, 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 Junge. Das ist jetzt natürlich nicht so, wie es laufen sollte. Boah, du noch mehr Geld? Wenn du möchtest, kannst du mir natürlich nochmal Geld schicken. Ich bin nicht deine Schroger, Mami. Ich hab nur noch 186. So. Wie sollen wir denn die anderen, wie sollen wir den anderen... Boah, wo Taschengeld, bitte. Die anderen Kinder dürfen auch Beyblades spielen, ja? Und ich krieg kein Beyblade. Soll ich ein uncooles Kind sein? Warum bewegt sich denn meine Armee? Bleib mal da. Oh Gott. Mama, bitte. Aieieieie. Booty, hallo. Okay. Wenn die anderen Kinder aus dem Fenster springen, hallo, das ist, boah, das hab ich gehasst. Äh, nein. Mein Ratsverwalter soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Oh. Ich glaub, das ist nicht sexuell gemeint. Oh. Oh. Mama, ich mag den Onkel nicht. Sei still, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Oh Gott. Was? Ich hab übrigens mittlerweile 502 Frömmigkeit. Das ist gut, oder? Das ist sehr gut, ja. Wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt, äh, katholisch wärst, könntest du vom Papst ein bisschen Geld leihen. Ach, Mist. Ja, was mach ich denn jetzt damit? Wenn der mir nicht hilft, dann hilft mir keiner. Aber König Malcolm hat mich zu einer Jagd eingeladen. Da können ja Unfälle passieren. Also, auf Jagden passieren ab und zu Unfälle. Ja, deswegen... Da steufert jemand. Oder ähnliches. Wir können heiraten. Willst du jemanden von mir heiraten? Nur, wenn er mich im Krieg unterstützt. Nee. Dann nicht. Dann nicht. Oder ich brech das... Ich brech das Verlöbnis. Ist mir egal, ob die dann schlecht vor mir denken. Wen interessiert das denn? Macht das noch einen Unterschied? Wenn du eine andere heiratest, die vielleicht sogar schon Kinder hat? Dann hättest du ja einen Erben. Ich hab da auch so einen Erben. Ich könnte mich jetzt noch mit Spreewald verheiraten. Ist der gesunde Erbe? Äh, ich hoff doch. Ja, komm, ich heirate die aus dem Spreewald. Die ist ein Jahr alt. Ach, Gottes Willen. Das ist ja auch nur... Bist du nochmal? Das ist ja auch nur eine Zweckgemeinschaft. Also, es geht ja auch... Es geht ja jetzt hier auch nicht um Liebe. Das muss man nur noch annehmen. So, okay. Hilft er mir jetzt? Mein Schwib-Schwager dritten Grades? Ja, er hilft mir. Sehr geil. Geil. Sehr gut. Aber wo ist der? Mama, ich hab vergessen, wo der Reifen ist. Ich sitz immer noch auf der Insel fest, ja. Weil mir hier, äh, Mama Ivraldis kein Geld geben möchte. Kein Taschengeld. Ich hab dir Geld gegeben. Die 100 müssen reichen. Wenn du dir die nicht einteilen kannst, dann ist das nicht meine Schuld. Aber ich will aber auch so Yu-Gi-Oh-Karten. Mama. Taschengeld. Bei Papa krieg ich viel mehr Taschengeld. Den hab ich viel lieber als dich. Sie überredet mich. Wann mal. Ich wollte grad... Ja? Ich muss... Ich hab grad ein Ereignis. Ich wollte grad was machen, aber ich hab kurz ein Ereignis, was mich stört. Äh... Weniger Oliven essen, dann klappt's auch mit der Geldbörse. Wow. Oh Gott. Kann ich nicht meine Kinder verkaufen? Das wollte ich grad machen. Ich wollte grad deinen... Sohn. Meinen Sohn verkaufen? Ja. Nein, selbst heiraten. Biete hier etwas an, was sie nicht ablegen kann. Dein... Dein Körper, deine Seele, deine Kinder. Ich hab noch ein neues Kind bekommen. Du hast noch ein neues Kind. Ey, ich hab grad geguckt. Ich bin nämlich gerade bei dir drin. Deswegen war ich ganz kurz abgelenkt. Du... hast... Warte mal. Du bist... Verlobt mit... einem Zweijährigen? Ja. Ja. Ach, okay. Das ist ja nur... Ja, es ist ja nur ein politisches Bündnis. Ja, ist ja nicht... Die darf noch bei den... Du bist 68. Die darf ja noch bei den Eltern bleiben. Du bist 68. Aber okay, okay. Ja, also man muss ja auch mal... Man muss ja auch mal über seinen Schatten springen und neue Erfahrungen machen. So, du hast Achim Rudi... Ich sag mal, du hast gar keine Frauen in die Welt gesetzt. Nee, dann will ich nicht. Nee. Aus... Aus diesen maskulinen Ländern meines 68-Jährigen. Da schießen nur junge Thronerben hervor. Also, ich möchte ja wohl meinen, dass ich doch überdenken würde, aus welchen Ländern diese Thronerben genau... Ich bin noch sehr potent. Noch sehr potent. Ja? Also, hier. Guck mal, da. 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 Warte mal. Radegun. Der ist... Der hat... Der ist noch... Gesundheitlich ist der top. Der ist... Gesundheit ist in Ordnung. Euch geht es gut. Aha. Wer weiß, wie es läuft. Aha. Ja, 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 ja. Das ist... Ist okay. Ah. Ich ziehe hier nur Kritik an meine Nahherrschaft. Vielleicht muss ich eine Frau zeugen. Ich bin schon dabei. Ich muss jetzt warten, bis er hier drüber... Hier drüber gefahren ist. Und dann, äh... Muss ich noch mehr warten, dass der hier drüber gefahren ist. Und wenn er dann hier drüber gefahren ist, dann muss ich noch warten, dass der hier drüber gefahren ist. Ach, hier ist immer noch eine Seuche in Großbritannien. Welche ist denn das? Immer noch? Der Herald Husten. Das ist die Schwindsucht. Der Bischof von Munster ist berühmt für sein freigiebiges Wesen und seine zahllosen, wohltätigen Werke. Sein Vorbild hat viele Inselchristen dazu bewegt, ihren materiellen Besitz aufzugeben, um dafür einen Lohn in der Nachwelt zu erhalten. Was? Das ist aber... Das ist doch meiner. Was macht ihr denn? Ich bin schon wieder pleite. Ich habe es auch geschafft, am Sonntag in dem Tycoon-Spiel, in dem Freizeitpark-Spiel pleite zu gehen. Was? Ja. Okay. Ich gehe immer pleite. Also... Wieso? Oh, meine Frau streitet sich. Hä? Ich habe eine Frau. Mit wem? Mit mir. Keirecht. Ich habe eine Frau. Keirecht stürmt in mein Zimmer, wütend wie ein brodelnder Topf heißer Suppe. Die Hitze, die von ihr ausgeht, wirkt leicht einschüchternd. Das ist inakzeptabel. Die Art und Weise, wie sie... Ah! Echrad ist so ein Sturkopf. Wer ist Echrad? Oh, meine andere Frau. Ähm. Keirecht fuchtelt wie mit den Armen. Könnt ihr nicht etwas tun? Meine Frauen können sich nicht ab... Was mache ich denn jetzt? Solltest du halt nicht mehr halten. Ähm. Ich habe von ihr immer nur nette Nigel über euch gehört. So. Gefangen im eigenen Körper. Jetzt bin ich gebrechlich geworden. Aber ich habe noch einen Erben bekommen. Sicher, dass es deiner ist? Ja, das ist der Ötis. Okay. Ja, vielleicht ist der letzte Akt zerbrechlich gewesen. Also schwere Fußvolk habe ich standardmäßig gehabt. Das habe ich mir nicht geholt. Gut, ich habe die vielleicht einmal verstärkt, aber ich habe die sonst... Die sind gleich da. Ja, das heißt, wir fahren... Wir segeln jetzt mit einem Boot nach vorne. Dann drauf drüber. Im Norden. Ich suche gerade eine Heirat für meinen Kleinen. Aber ich möchte nicht, dass er eine 20-jährige heiratet ist, sondern dass die in seinem Alter ist. Du, immer mit dem Alter. Da ist jemand hier. Alter ist ja auch nur eine Zahl der Erfahrungen. Hügel verteidigt. Er hat nichts mit sich. Wir sitzen da, das heißt, der Schuld. Rangirius hat sich nicht dem Wein hingegeben. Rangirius ist ein trockenen Alkoholiker jetzt. Er hatte mal noch getrunken. Das war ja nur für den Geschmack. Das ist ja nochmal was anderes. Ach so, es war nur die kleine Note. Und... Ja. Ja, ich verstehe schon. Wie kommt der jetzt hier am besten rüber? Ich will eigentlich nicht gegen die kämpfen. Hilft der uns jetzt vielleicht? Äh, jetzt ist der bei minus fünf. Dann gucken wir mal, ob wir hier was... Ob du das hinkriegst? Ja. Tada! Da kommt ein Raid von eine wie Alaska. Oh, vielen lieben Dank. Hallo! Hallo! Hallo, Fabi! Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja. Wir spielen gerade Crusader Kings 3. Vielleicht kennt ihr die Person neben mir. Du bist gar nicht neben mir. Mit mir. Hier. Mit dir. Du bist unter mir, aber weil ich halt dein Stream da auf... habe. Das ist jetzt, das kann man nur falsch verstehen. Oh Gott! Das ist also... Das wird nicht besser. Ja. Henlo, Heflon. Heflon Ranger und Anne. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt hab ich schon gehört. Ich war neidisch auf das Tutorial. Was? Ja, aber hättest du was gesagt? Dann hätte ich das hier für euch beide gemacht. Was? Also, ich hab ihr gestern bei der Podcastaufnahme erzählt, dass wir es heute machen. Sie spielt sogar. Hat sie gesagt, privat ist sie schon ein bisschen am Spielen und versucht immer so Hexenzirkel zu gründen. Sexy Ranger. Ich hab ihr gestern eine Podcastaufnahme gesagt, dass wir es heute machen. Ja, du hast nur das, was du hören willst. Ich schick dir kein Geld mehr. Also, was? Aber Mama, ich will trotzdem die neuen Baneblades. Ich will die haben. Kacke. Keiner spielt mit Baneblades. Hast du damals... Sag mir nicht, du hast sie damals nicht in der Schule gehabt. Nee, passt nicht daran, dass ich vielleicht ein bisschen älter bin als du. Ja, aber die waren ja auch... Also, die waren ja... Ich hatte Jojos. Ja, die waren ja langweilig. Doch, du musst ja so viel älter... Natürlich bist du sehr viel älter als ich, weil ich bin 21 für den Wechsel. Aber theoretisch würdest du sonst von meinem Aussehen her nicht so viel älter sein wie ich. Sagst du... Also, okay, das kann man jetzt mehrfach auslegen. Jetzt kommt's wieder. Sagst du damit entweder, ähm, dass ich so jung aussehe, dass ich auch 21,3 Viertel sein könnte? Oder siehst du so alt aus, dass man dich auch auf 36 wie mich schätzen könnte? Ersteres. Okay, das ist rot. Danke für den verschenkten Sub Heiligaxx. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, er hat es gleich ins Gesicht. Was gab's denn bei euch? Was gab's denn bei euch? Oh Gott, wie unhöflich von mir. Was gab's denn bei euch? Ich hab' ein Geheimnis von König Malcolm. Was? Wieso bekommst du ein Geheimnis von König? Ja, weil Malcolm war mittendrin. Er hat ein riesiges Paket ausgepackt und dann nach Stardew Valley. Oh, Stardew Valley ist auch so ein gutes Spiel. Ich hab' das viel zu kurz gespielt. Das Ding ist, bei Stardew Valley, ich wollte ja immer nicht mit den Leuten reden, dass das mir alles viel zu anstrengt. Ich möchte einfach nur mein Zeug machen, aber dann verpasst du so viel. Bei mir sagt grad jemand, er wird oft auf 35 bis 40 geschätzt. Aber sieht doch keinen Tag älter aus, 21,3 Viertel. Ich? Ja, das ist, weil meine Haare hier im Stream immer so komisch aussehen. Weil ich mir nicht, äh, ne, wie, äh, wie meine Content-Creator-Kollegen immer hier die Haare, ne, das ist auch, wenn ich mir die machen würde, wenn ich hier meinen Porno-Balken wegmachen würde, ich würd' mir die Haare richtig machen und setz' die Opa-Brille ab, dann würd' ich aussehen, als würd' ich gerade in der Disco, äh, Cha-Cha tanzen. Gut, Cha-Cha ist vielleicht auch nicht so das, aber... Naja, sieh doch den Bart ab. Dann sieht's wieder aus wie zwölf. Aber das ist ja mittlerweile mein Markenzeichen geworden, hier diese, diese Bremse. Wächst nach. Bei mir dauert's aber dann 20 Jahre, bis ich die wieder hab. Ich kenn' jemanden, der hat aus Versehen, als er sich den Bart stutzen wollte, die falsche Klinge drin gehabt und, äh, musste sich dann zwangsweise glatt rasieren. Aber ich nenne keine Namen. Und zwar jemand, der Vollbart trägt. Jemand, der Vollbart trägt? Ach du Scheiße. Ja! Boah. Also ich hab das, ich hab das, bei mir war das schon schlimm, ich hab einmal auch zu kurz geschnitten und dann ist halt, dann sieht das hier so aus, als wär's gerade ein Tag alt. Dann seh ich auch wieder sehr jung aus. Aber das Vollbart, der richtig lange wächst, ah Gott. Schwierig, oder? Es tut mir ja noch richtig leid, ey. Ja! Aber witzig, das ist trotzdem. Entschuldigung. Ähm, ich kann gleich in den Krieg ziehen. Ich bin ganz froh da drum. Irgendwann, irgendwann werde ich mal für den Chat ein Subgoal aufmachen. Dann mach ich irgendwie, weiß ich nicht. Was ist unrealistisch? 4.000 Subs und dann rasiere ich mir einen Schnäuzer ab. Mal gucken, ob den Leuten das wert ist. Dass du genau diese Zahl nehmen musst. War das jetzt geplant, oder? Nee. Warum? Es gibt bei mir ein Command-Aus-4000 aufgrund einer Sache, die passiert ist. Witzig. Ja. Nun. Warte mal, ich hab da ein Städter. Der Stream geht nur bis Dienstag und alles über 4.000 ist unrealistisch. Ja. Deswegen gingen dann 177 Tage. Oh Gott. Ist das... Ach so, hast du das gesagt, als du deinen Sabaton hattest? Ja. Ah. Ja, ja. So schnell lernt man aus den Fehlern, die man mal hatte dann. Seitdem nie wieder gemacht. Ein Tattoo hab ich danach auch noch bekommen. War das ein Goal? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Wieso hör ich bei mir im Spiel auf einmal ganz viele Kühe? Das bin ich... Ähm... Okay. Oh Gott. Oh Gott. Aber live vor der Cam... Ja, also wenn ich mir vor der Cam mein Bad abrasiere, dann aber nur, wenn ich hier ein Sponsoring von Manscaped vorher hab. Das hatte sogar ich schon. Von Manscaped? Ja. Haben die auch Frauenprodukte oder... Nein. Na gut. Warum nicht? Aber es ist was, Olli nutzt es halt. Der hat sich dann live vor der Kamera in die Nasen und Haaren gestutzt. Ähm... Ich hab das einmal abgelehnt, weil ich das irgendwie aus der Beschreibung so herausgelesen hab, als würde ich mir, als würde ich eine Kiwi rasieren vor der Kamera. Ja, na, kannst du halt als Beispiel nähern. Aber im Endeffekt ist es wirklich super. Also die Produkte sind super. Olli nutzt die auch privat. Und deswegen hab ich gesagt, so, let's go. Und gerade halt... Also, ich war, glaube ich, die erste Frau, die es gemacht hat. So, gerade uns. So. Wir sind doch die, die für euch die ganzen Sachen einkaufen gehen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich hab mir auch immer überlegt, ob ich mir die Produkte immer von denen holen soll. Die sind wirklich gut. Es gibt auch männliche Zuschauer bei Yvralis. Nein, das kann nicht sein. Bei männlichen Streamern gucken nur Männer zu, bei weiblichen Streamern nur Frauen. Das weiß man doch. Das ist ganz normal. Ja. Ich kriege hier den Krieg nicht beendet. Das ist ja wohl nicht wahr. Du hast doch jetzt den Krieg angefangen und auf einmal... Ja, weil der... Mein Verbündeter will sich hier nicht vorwärts bewegen. Wie sammle ich nochmal meine ganzen Armeen ein? Ach, guck mal. Da sind ja noch 679. Und jetzt hab ich die Pocken bei mir. Den Herald-Husten hab ich jetzt bei mir. Das ist okay. Komm mal nicht um die. Ich bin hier gleich bereit für Krieg. Jetzt vergliere ich gleich wahrscheinlich nach der Aussage definitiv die Hälfte von meinen Leuten. Weil ich hab echt verdammt viele weibliche Zuschauer bei mir. Das ist doch gut. Ich hab auch... Also ich hab auch verdammt viele weibliche Zuschauer. Das, was wirklich selten ist, muss man sagen. Oh. Ich kenn... Jemand will meinen Neffen ermorden. Das ist nicht so schlimm. Das bin ich. Äh, was? 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 Das ist nicht... Ich war da... Ja, nein. Dein Neffen? Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil ich's weggeklickt hab. Es ist ja auch nur der Neffe. Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr seht euch mal einmal an Weihnachten. Dann nehmt ihr euch hier gegenseitig in den Arm und sagt, Mensch, wie schön, dass wir uns mal wieder sehen. Dann hört man wieder nix von denen. Mhm. Wie kann ich noch mal forschen? Äh, über Kultur. Aber das dauert eigentlich sehr, sehr lange. Also unten links, wenn ich Herze anklicken. Aber ich kann mich ja trotzdem auf Eins halt fokussieren. Ja. Och Mann, jetzt macht die doch irgendwie Platz. Halt doch, jetzt bewegen sie sich. Okay, sehr gut. Sehr gut. Los, Angriff! Der Ranger kämpft, die Gegner fliehen. Ich bin durch Blut und Feuer bedeckt. Wolle Ranger Petri. Oh Gott. Was für Musik hörst du? Ach nee, das hat man ja schon mal als Thema. Ja, auch gar keinen Musikgeschmack eigentlich. Ich mag auch keinen Schlager, aber Wolfgang Petri ist halt Wolfgang Petri. Wolfgang Petri habe ich nicht gehört, aber seitdem ich bei Flo und Tinker beim Event war, ist der Zug keine Bremsen und ich habe einen Delfin in meiner Brusttasche, dem das Pferd dann irgendwas weg ist, auch im Gedächtnis geblieben. Der Zug hat keine Bremsen. Ja. Jetzt habe ich auch ein Ohrwurm, nur weil ich das gehört habe. Das ist halt... Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen. Nein! Es tut mir leid. Oder verlierst du gerade den Krieg? Nee, das war... Ich hoffe nicht, dass ich den Krieg verliere. Nee, ich habe gewonnen. Sehr gut. Ich sage, das Spiel wie Harz auf einen ist, ist es einfacher zu werden. Und dann kann ich kämpfen und dann kann ich kriegen und dann werde ich sie alle vernichten. Ich habe auch keinen Musikgeschmack, ist auch so eine Aussage, die man nicht bedacht hat. Mann, da fehlt ein Wort zum Schluss. Ich bin aber auch hier am Kämpfen, das ist ja wohl... Aber das kriegen wir nicht eingenommen. Drei Jahre? Aber so lange lebt der nicht mehr, der Oberhaupt. Müssen wir wirklich noch was erobern. Dann gehen wir da oben hin. Jetzt singt dann auch noch jemand im Chat. Mann! Okay, so. Ich kann jetzt den Krieg erklären. Ich muss mal gucken, ob ich das wieder hinkriege. Krieg erklären? Wieder? Krieg erklären. Ansprüche? Ja. Okay. So, und jetzt meine lokale Armee ausheben. Habe ich. Wir sind jetzt nur 231. Ja, da. Okay, sehr gut. 900. Oh, 900. Ja, sehr gut. Hast du den Krieg erklärt bekommen? Ja. Ich bin stolz auf dich. Okay, mal gucken, ob das ausreicht. Das könnte knapp sein, aber notfalls leihe ich mir irgendwelche Söldner oder schrei um Hilfe. Und dann kommst du natürlich, um mich zu retten. Der Text, falls du einen Ohrwurm noch so richtig auf Fahrt bringen möchtest. Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen. Zug, Zug, der Zug hat keine Bremsen. Zug, Zug, der Zug hat keine Bremsen. Zug, Zug, der Zug hat keine Bremsen. Ich würde gern anständig studieren, doch geh mir lieber den Helm lackieren. Einfach was? Ja. Ab auf die Zölpe und rein in das Ding und Cola in Euro. Hier bin ich der King. Helm lackieren heißt ein in die Rüstungszimmern, ne? Ja, ja, genau. Ich war noch nie auf Mallorca. Ich war einmal dort. Den Mungs kenne ich. Einmal dort. Warst du so Ballermann oder wirklich Mallorca? Ich war, nee, ich war zweimal dort. Einmal war ich so richtig, ich war dreimal dort sogar. Also einmal war ich in Cala Ratiada. Das ist auch so ein bisschen feiermäßiger gewesen. Das war nach dem Abi damals. Dann war ich einmal mit meiner... Das ist schon 30 Jahre her. Entschuldigung. Dann war ich einmal mit meiner Frau da. Da haben wir Urlaub in so einem Kurzzeiturlaub in... Wie heißt es? Palma de Mallorca heißt der Hauptort da, ne? Da. Und dann war ich einmal mit Kommilitonen auf dem Ballermann. Das war ordentlich. Ja. Einmal Ballermann und nie wieder. Da sind Dinge passiert. Das dachte ich mir dann auch. Dann war ich zu anständig. Ja, aber vielleicht besser. Ist auch deutlich besser. Wie kann ich nochmal, wenn ich gewonnen habe, das Ding einnehmen, indem ich sie einfach da lasse? Oder? Einfach da lassen, genau. Und dann siehst du da drunter die Leiste, die sich langsam füllt. Okay, okay. Also Ausrufezeichen bedeutet aber, dass es extrem lange dauert, weil die Festungsstufe höher ist als das, was deine Leute bringen. Also da musst du vielleicht mal drei Jahre warten oder so. Wo ist das Ausrufezeichen? Direkt rechts daneben. Ach da, okay. Du kannst auch draufklicken, wenn du da draufklickst auf diese Burg, auf diese Festungsanzeige da, dann wird dir angezeigt, wie lange das maximal noch dauert. Also acht Monate ist es zum Beispiel bei mir, wie das Verhältnis ist. Achtens Monate. Genau. Belagerungsfortschritt. Also siehst du nochmal ein paar Details. Okay. Ziemlich cool. Mal gucken, ob die irgendwann nochmal wiederkommen. Ranger Wiener Feldhauwitze. Ach Quatsch, ich habe mich da nicht weggeschossen oder ähnliches, aber ähm... Also ich habe da sehr negative Erfahrungen gemacht, sagen wir es mal so. Einfach nur als beteiligte Person. Ich war auf sehr vielen Festivals und ähm... Gibt dann wirklich auch immer ein paar Leute, die zu der Meinung sind, äh... Was auf dem zum Beispiel... Also war halt Mera Nuna, was auf Mera Nuna passiert, bleibt auf Mera Nuna. Einstellung finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ja. Ja. Das gibt es ungefähr dabei auch. Deswegen... Das hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich gesagt habe, alles klar, Ballermann mache ich nicht mehr. Wobei ich das Freibier im Bierkönig natürlich mitgenommen habe, von 10 Uhr bis 11 Uhr, ne? Also ich... Oh Gott. Prüß? Ja. Natürlich. Ja, okay. Das ist ja wie auf dem Festival. Ja, genau. Das ist halt einfach nur ein stationäres Festival, wenn du so möchtest. Ja. Mein treuer Onkel, ich habe mit euren Ratskanzler Torilbach korrespondiert und ich muss schon sagen, dass ich euch nun einen neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Oh! Guck mal, das ist immer nett zu mir. Mit dem neuen DLC macht CK3 wieder echt Spaß. Ist aber auch etwas gemeiner geworden. Man hat 45 Minuten komplett geweibt. Ich finde es auch, dass es wieder ein bisschen besser spielbar ist, ja? Er kommt zurück und greift mich wieder an, aber ich werde ihn schlagen und vernichten. Es gibt aber auch Mallorca ohne Ballermann-Vollpfosten. Ja, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Also ich war ja dreimal insgesamt da und nur ein einziges Mal Ballermann. Hast du schon mal Legenden erschaffen? Nee, das ist komplett neu. Seitdem habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist auch jetzt vor zwei Tagen erst dazu gekommen. Okay. Die Vraldes hat schon 100% und muss nicht mehr belagern. Hast du deinen Krieg schon auf 100% unten rechts? Warte, ich... Ja. Wenn du 100% hast, kannst du direkt... Also 100% ist Ende. Dann kannst du die Forderung durchsetzen. Okay, dann frage ich dich gleich nochmal wie, weil ich muss gerade nochmal ganz kurz zuerst nochmal wiederkommen. Aber beende ihn jetzt, sonst verlierst du hinterher zu viele Leute. Warte, oh Gott, oh Gott. Aber warte, soll jetzt... Okay, ich drücke da... Was soll ich drücken? Oh Gott, warte. Mann, ich habe jetzt auf das 100% gedrückt. Ja, und dann ist unten rechts Anspruch durchsetzen. Ich habe nochmal einen Sohn bekommen. Wo ist Anspruch durchsetzen? Nee, Forderung, Forderung, Forderung. Unten rechts. Forderung? Einfach auf Forderung drücken? Ja. Forderung erzwingen. Ja. Dann hast du gewonnen. Ah! Das hättest du jetzt quasi vor der Schlacht machen können, weil dann hättest du die Leben deiner Soldaten gespart. Aber ich meine, die Soldaten sind jetzt zum Sterben. Und die lasse ich jetzt... Warte mal, die kann ich wieder zurückschicken, oder? Die kannst du jetzt wieder... Also wenn der Krieg vorbei ist, wenn du unten rechts keinen Krieg mehr angezeigt bekommst, dann kannst du sie wieder zurückschicken. Alle auflösen. So. Und die sind bei Kontrolle 25. Oh! Das ist aber viel! Ja. Ja, komm, das ist besser als... Also... Besser als Null, ja. Ja. Und wen hat dich da nochmal hingeschickt, ähm, um die zu erhöhen? Warum krieg ich so viele Kinder nochmal in meinem Alter? Ich hab vier Kinder bekommen. Doch, die haben meinen Namen. Die müssen von mir sein. Ein Kind, was meinen Namen trägt. Scheiße. Ich hab... Ich hab Achim-McGolfraid. Ich hab Öttes-McGolfraid. Und ich hab Otto-McGolfraid. Hm. Warte mal, irgendein Kind fehlt noch. Scheiße. Kinder einmal aufstellen, bitte einmal durchzählen. Achim? Rudi, Rudi. Rudi ist eh das ungeliebte Kind. Den hab ich vergessen. Der lebt auch noch. Strategie-Ecke, dankeschön für deinen Raid. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Hallöchen. Ähm... Wulfka, wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Alle Stallburschen schicken. Wo kommt denn die Ecke her? Die kommt hier auf einmal einfach rein. Hallo, Strategie-Ecke. Einen wunderschönen guten Tag. Wie lief es bei euch in Crusader Kings 3? Bei mir? Also wir machen hier sowieso ein bisschen Tutorial, aber mit Isle of Man ist schon sehr wild. Rudi ist das 19. liebste Kind. Das 19. Oh mein Gott, die arme Katta. Das kannst du doch nicht an... Oh, was bist du denn so? Wir spielen zusammen mit der lieben Ivraldes. Also sie werden Crusader Kings 3 lernen und ich hab mich erbarmt, ihr das alles zu zeigen, beziehungsweise hab ich auch einfach mal Lust gehabt mit dem neuen DLC jetzt reinzugucken. Frankreich hat König-Rolle gespielt, aber war ganz gut. Okay, das hört sich doch super an. Liebe Leute, schaut gerne mal bei Strategie-Ecke vorbei. Ich hab gehört, der macht auch was mit Strategie. Aber ich brauch mein Geld. Und falls ihr neu hier seid, ich mach auch was mit Strategie. Wir verlieren nicht mehr Geld. Von alles von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Und Strategie-Ecke macht nur Zerstörung und nochmal Zerstörung. In Paradox. Guckt gerne mal bei ihm vorbei. Hat er mich jetzt wirklich überlesen? Strategie-Amster, hallo. Neues DLC ist sehr nice, muss ich sagen, gefällt mir. Ich find die Seuchen, also ich find's auch cool, aber ich find die Seuchen irgendwie ein bisschen überproportional momentan, ne? Ähm, insgesamt betrachtet. Aber sonst find ich's wirklich auch cool. Und Maren May, dankeschön für dein Follow. Sehr lieb. Gela, moin. Hallo. Hardcore-Zerstörung, wenn ich bitten darf. Alles nur Hardcore-Runs. Ich glaub, ich hab gleich meinen Krieg gewonnen. Endlich. Wird aber auch Zeit. Mama, du schuldest mir noch Geld. Ich will immer noch Bane Blades. Ihr seid gestorben. Du bekommst keine Blade Blades. Das ist doch nicht wahr! Eine Sekunde bevor der Krieg vorbei ist, bin ich gestorben! Ja. Einmal mir alles total entspannt bei dir, Chaos und Verderben. Jetzt hat mir Schottland den Krieg erklärt. Mit 3.000 Truppen! Oh Gott. Ich muss den Krieg beenden. Leck mich am Arsch! What the fuck? CK3 gibt, CK3 nimmt. Ja, das ist das Motto, was man sich merken muss. Eine Sekunde vorher! Ey! Wo hasse ich sowas? Oh mein Gott, es tut mir so leid. Aber ich hab 200 Gold jetzt. Du bist ja reicher als ich. Gib mir mein Geld zurück. Gib mir mein, gib mir mein Geld zurück. Gib mir mein Geld zurück. Du! Aus meiner Tasche bricht. So zerbröselt der Keks nun mal. Strategie-Ecke ist jetzt auch da. Oh, Elke, hallo, ein Wunderschön. Ich hab vorhin gesagt, du bist der wichtigste Part übrigens für den Podcast, weil du siehst am besten aus. Hat sie gar nicht gesagt, aber das mit dem besten Aussehen hat sie tatsächlich gesagt in dem Moment. Und das ist, das ist, also... Ja? Dass sie da nicht zur Kopf steigen, Ecke. Dafür, äh, aber da musst du auch den Rest erwähnen. Dafür bin ich halt die Kompetenz und der Humor in dem Podcast. Das hast du gesagt. Das, also, das ist ja jetzt eine Lüge. Ich hab Beweise, dass Kekse bröselig sind. Mhm. So, ich hab jetzt zwei wichtige Fragen. Ja. Chat könnte mir auch helfen, aber ich komm grad mit Chat nicht zurecht, also weil es so viel ist. Ähm. Ich möchte einmal gucken, was für Gefangene ich habe und die vielleicht verkaufen, damit ich mehr Geld kriege. Und zweitens möchte ich gucken, wie mein Anspruch ist, König zu werden. Äh. Okay, Chat, alle rüber zu Yvralis. Ähm. Ähm, bei Höflinge, also rechts im Menü, das blaue, das vierte von oben, da kannst du auf Gefangene gehen und dann siehst du die Gefangenen. Aber nicht jeder bringt Lösegeld. Einfach auf Lösegeld fordern klicken? Ja. Und dann siehst du, wie viel die dir dafür bieten würden und wie wahrscheinlich das ist, dass sie auch annehmen können. Also er sagt, ich würde annehmen, aber ich sehe nicht, wie viel ich bekomme. Ja, weil der würde dir nur ein schwaches Druckmittel geben. Nicht jeder gibt dir Geld. Ach, da. Nö, nee, dann behalte ich den. Und der? Der gibt mir auch nur, der gibt mir ein Druckmittel. Warum ist mein Erbe, warum ist mein Erbe nicht verheiratet? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich nehme mal das Druckmittel, oder? Kannst du auch nehmen. Man kann das auch hinterher zu Geld machen, da musst du, da hättest du aber anders killen müssen. Dann lasse ich die, dann behalte ich die. Wer weiß, vielleicht brauche ich die nochmal. Okay, und, ähm, den Anspruch? Äh, der Anspruch auf die Grafschaft, oder meinst du auf das Königreich? Auf das Königreich. Dann musst du unten rechts auf Königreich-Titel klicken. Warte. Ja. Dann klicke ich dort auf die Flagge. Ja, hab ich. Dann siehst du, was du dafür brauchst. Also, wie viele, welche Provinzen du dafür brauchst, welche Herzogtümer du dafür brauchst. Äh, wie viel du davon schon hältst. Wie viel Gold das kostet. Et cetera, et cetera. Ach, ihr haltet sechs? Ah, okay. Ich brauche mehr Geld. Genau, also musst du nur zweimal, zwei Regionen einnehmen. Okay. Okay, okay, okay. Ich sehe direkt, Strategie-Ecke der Schlingel, sehe ich direkt. Ich habe, ich sehe das, Ecke. Ich sehe das. Bist du nur neidisch, weil Ecke mich lieber hat als dich? Äh, moin. Wie kann man Druckmittel zu Geld machen? Meinst du um die Vasallensteuer? Nee, es gibt eine... Äh... Ah, okay. Na, das habe ich natürlich nicht. Wer hat gefragt, ob es mir gefällt? Ja, aber ich glaube, das wird noch ganz viele Runden wirklich versuchen und Chatfragen werden, bis man da irgendwie einigermaßen drin ist. Ein Gemeindedieb wurde zum Tode verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Mündel Dolan darüber dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung. Er meinte, er habe daraus gelernt, dass man sich nicht übernehmen sollte. Und er bekommt die Eigenschaft dann maßvoll. Was du? Was zu mir? Aber, äh, also ich finde es halt... Ich habe halt sehr viel schon gespielt. Das ist halt das Problem davon. Ähm, deswegen hatte ich mich irgendwann totgespielt. Aber es ist halt genau dieses... Das ist quasi Rust-A-Lot als Strategiespiel, bei dem du einfach selber deine Rust-A-Lot-Geschichte schreiben kannst. Ja, komplett. Das macht es halt sehr geil. Echt gesagt, maßvoll ist sehr nice. Einer der besten im Game. Ich bin mal gespannt. Also ich versuche mich hier gerade erstmal so ein bisschen zu setten. Wir haben die hier gerade übernommen. Wir sind jetzt bei Kontrolle 34. Das ist ganz gut. Auch 60. Vor allem, weil maßvoll im Regelfall in Europa gut angesehen wird. Auch von den, von den gesamten Religionen. Gut. Kann ich meinen Sammelplatz verändern mittlerweile? Oder sollte ich den immer noch da lassen? Du kannst den verändern. Du kannst auch, äh, du kannst auch mehrere Flaggen setzen. Wenn du daneben auf das Plus klickst im Militärbereich. Dann kannst du dir an ganz unterschiedlichen Orten was hinpacken. Heiligals, mach's gut. Ciao. Da ist jetzt eine grüne Flagge. Aha. Also in dem Spiel kannst du dir allgemein merken, ähm, auch wenn du hier hinterher noch, warte, ich hab 400, 500 Stunden da drin. Wenn ich, äh, nach der Stundenanzahl lerne ich immer noch Sachen. Das ist ungefähr Paradox-Niveau. Krass, okay. Weil so viele Dinge hier passieren. Oh Gott, Richard, bis da oben. Was? Jetzt hab ich einen Ohrwurm, weil vorhin einer gesagt hat, weinen nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam. Und Paradox übernimmt die königliche Willkür von Chagos ebenfalls. Das stimmt. Guter Name. Welcher Run ist das jetzt? Das hier? Mein erster. Bei Ecke gibt's verschiedene Runs. Wie kann ich eine Affäre finden? Also nicht direkt heiraten? Ähm, warte, bevor ich's vergesse, du musst auch jeweils immer auf die Flaggen draufdrücken und darüber dann deine Armee holen, sonst verteilen die sich. Guter Hinweis. Du kannst eine Affäre finden, indem du einfach, äh, ja, entweder die Leute bei dir am Hofe direkt, weil die dort vor Ort sind, oder du kannst auch versuchen, an anderen Königshofen die Leute zu bezirzen. Aber wenn du dann hinterher mit denen in den Akt der Liebe gehen möchtest, dann musst du, äh... Heiraten? Nee, dann musst du da vor Ort sein auch. Also die müssen am selben Ort sein, wenn die... Hm, okay. ...übereinander herfallen wollen. Jetzt sagt mir, ich könnte schon den nächsten Anspruch fingieren. Das Ding ist aber, da ich nicht mehr so viel Geld hab, wenn ich den nächsten Anspruch fingiere, weil ich kann wahrscheinlich kein, äh, keinen Krieg erklären, weil ich keinen Anspruch habe, dann muss ich erstmal wieder den hier bestechen. und der hasst mich halt. Der ist mittlerweile nur bei minus 93, aber er hasst mich trotzdem. Hm. Das ist ein großes Problem. Wie ich finde. Dachte, Liebe gibt es im Mittelalter noch nicht. Ja. Meine liebt mich, meine Gemahlin. Nein, gibt keine Liebe. Die mag mich, die hat plus 100. Ja, das ist halt keine Liebe. Oh Gott. Ein selbstloser Regent, den ihr zu eurem designierten Nachfolger ernennt, kann im Fall eures frühen Todes sinnvoll sein. Euer Onkel. Achim! Mein Onkel Achim! Wo ist denn mein Onkel Achim? Dein Onkel, ähm. Mein Chat sagt mir gerade, dass meine Affäre, äh, meine Frau mich auch fürchtet. Wo sich das? Äh. Wenn du neben dem, neben dem, äh, neben dem Meinungsbarometer mal guckst. Wo ist das Meinungsbarometer? Also, die meinten die Zahl. Irgendes neben der Zahl. Eingeschüchtert. Oh. Durch meinen schrecklichen Ruf. Oh. Dann brauche ich eine Frau, die das mag, dass ich so bin. Das, ja, dass du so bist, wie du bist. Ja. Ich bin halt, wie ich bin. Was soll ich machen? Ach Gott. Okay. Befehlshaber befördert. Na komm. Weißt du was? Mach was. Unbegehrter Anspruch. Ha, diese Schlange. Speichel lecker. Das schon für mich. So. Wer so sagt, hat noch was vor. Wie? Möchtest du mich jetzt allein lassen, oder was? Nee. Warum? Ja, weil du so gesagt hast, wer so sagt, hat noch was vor. Ach so, ich habe vor ein Herzogtum, hier zu gründen. Ach so, nee, das mach mal. Ist okay. Ich möchte mehr Kinder. Ob Thiel, den euer Lehnsherr hat? Ich habe einen Lehnsherr? Mein Lehnsherr. Rockhoff 3. Wird Vormund. Bad ablehnt. Ich muss erst mal hier auf die neue Situation klarkommen. Wer ist denn hier? Der Kleinkönig Gudrod. Ja, kaum Leute. Ja, natürlich ist er mit König Erik von Schweden verbündet. Ich such gerade irgendjemanden, der fruchtbar ist, den ich noch heiraten kann und die bekommen keine relevante Person mit angezeigt. Was ist denn da los? Frage, wenn man ein Land erobert hat und einen einsetzt, bekomme ich die Meldung, wenn der Tod ist, Sind irgendwie alle verheiratet? Nicht zu spät? Ich wollte eine zweite Frau haben. Was muss ich tun? Wenn du ein Land eroberst und einen einsetzt? Was? Was? Nochmal? Ich bin gerade in der Frage hier auf der Spur. Was? Ich suche gerade eine weitere Frau zum Heiraten und habe sortiert einfach nur nach fruchtbar. Ich finde keine Frau mehr, die irgendwie aus dem Königshaus entspringt. Ja, weil die schon alle verheiratet sind. Dann muss ich die Männer umbringen. Das wäre eine Möglichkeit? Ja. Und du hoffst, dass die natürlich einen Tod sterben. du hast noch eine Frau, oder? Siehst du mal bitte weg von meiner Frau? Wenn du mich jetzt tötest, dann endet meine Dynastie. Ich muss noch ein paar Höflinge, ich muss noch meinen Hofling verheiraten und ich muss noch einen Karawanenführer hier. Die sind eingeschüchtert von mir. Die sind auch eingeschüchtert. Oh Gott, warte mal, jetzt muss ich erstmal nochmal hier kurz gucken, was war das denn jetzt für ein... Äh, Uxelnabend, äh, Schinkenpelzer, ein wunderschönen Abend auch an dich. Wenn ich, wenn ich, wenn man ein Land erobert hat und einen einsetzt, also irgendeine Person meinst du, bekomme ich die Meldung, wenn er tot ist, geht das Eigentum nicht in eurem Besitz über. Was muss ich tun? Der Erbe dieser Provinz muss aus deinem Hause sein. Also dann ist dort ein Erbe eingesetzt, der halt, zack, du musst irgendwie diesen Erben ausschalten oder die Erbreihenfolge ändern. Wie kann ich meine Regierungsart ändern? Ähm, von Stamm in was anderes? Äh, du kannst ins Feudalt, bei Entscheidung kannst du ins Feudaltum gehen. Hier müsste es irgendwo feudal werden. Dafür musst du aber einen bestimmten Satz an Regionen haben, bei denen die Leute schon feudal sind. Äh, von der Domäneschwelle habe ich hier schon erzählt, ja. Wasser trinken nicht vergessen, das stimmt. So, jetzt habe ich alles, alles beantwortet bekommen. Jetzt will ich mich ja an ein Ränkespiel herausfordern. Was ist das eigentlich? Die Herausforderung zum Ränkespiel oder allgemein Ränkespiel? Allgemein Ränkespiel. Ränkespiel ist, äh, wie gut du in Intrigen bist. Also, wie gut du Chaos als eine Leiter benutzen kannst, um Game of Thrones Tönen zu bleiben. Oh, okay. Aber das ist leider noch nicht so spaßig zu spielen, da muss noch ein bisschen mehr hinterher kommen. Aber ich würde auf jeden Fall mal ein oder zwei Runs machen. Jetzt meine Pflicht, euch darüber in Kenntnis zu setzen und unanfechtbare Beweise dafür vorliegen, dass eure Ehe ein Bund zwischen Blutzerwand ist. Meine Ehe ist auch ein Bund zwischen Blutzerwand, das kann ja aber irgendwie nicht sein. Nee. Unsere Ehe wird nicht von einer derart offensichtlichen Lüge zerstört. Ah, weil ich gut im Ränkespiel bin, kann ich sagen, der lügt. War richtig. Gott sei Dank. Es gibt übrigens Paradox-Prozente. Paradox-Prozente bedeutet, wenn du 90% Erfolgschance hast, dann geh davon aus, dass es scheitern wird. Was? Ja. Wie? Also genau bei 90% oder bei um 90%? Also, nur ein hoher Prozentwert garantiert verhältnismäßig oft keine Sicherheit. Sagen wir es einfach mal so. Okay. Das heißt, wenn du 99% hast, dass es klappen könnte, dann passiert diese eine Prozent häufiger als in 100% der Fälle. So ungefähr. Wo sehe ich nochmal meinen Stammbaum? Oder wo sehe ich nochmal, wer der nächste Erbe ist? Nein, nur auf dich selber draufklickst, rechts Spielererbe. Da. Der ist geheiratet, aber hat noch keine Kinder. Warum haben die noch keine Kinder gezeugt? Wie kann ich ihn dazu zwingen? Dass der Kinderzeug mit Pheromonen einreiben. Also der hat halt seinen eigenen Willen. So reibe es mit der Lotion ein. Mit dem geschützten Säckchen. Oder wie hieß es? Drauf bin. Ja, genau. Statistik mit Ranger. Also das ist auch statistisch richtig, was ich da gemacht habe. Äh. Oh, der ist schon 27. Die Frau meines Sohnes ist homosexuell. Die Frau meines Sohnes ist meine Tochter. Tö, 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 tö. Ja. Okay. Jetzt habe ich hier schon wieder... Mann. Ich brauche echt mehr Bildschirme. So, jetzt habe ich wieder... Mein Stammbaum ist im Kreis. Sachen, die man halt auch einfach so... Ist bei mir noch nicht der Fall. Nee, wurde im Chat geschrieben. Aber das sind halt so Sachen, die schreit man dann wahrscheinlich auch nur bei Crusader Kids im Chat. Sonst muss man ein Problem haben, wenn man das irgendwann in irgendeinem anderen Spiel schreibt. Weiß ich nicht, Heldalver 2 und dann schreibt man auf einmal rein, mein Stammbaum ist im Kreis. Das ist ein bisschen schwierig. Da kannst du dann schon mal nach hinten losgehen. Ein passendes Geschenk für... Ja, jetzt soll ich hier beide meine Frauen beschenken? Ja, mach mal. 50 Gold. 50 Gold doch nicht. Also, was kriegen die denn dafür? Die kriegen ja ein neues Satz Felgen für. 100 Gold für beide? Nee. Also, jetzt geht es doch los. Nun... Du musst halt wissen, was dir wichtiger ist. Nee, keiner von denen kriegt was. Ein Satz Felgen fürs Pferd. Warum bleibst du bei der Domäne-Schwelle? Weil ich das nicht abgeben kann, weil die sonst... Oh, das ist vielleicht auch nochmal ganz... Ja, in die nächste Gemeinde. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich bin gerade über der Domäne-Schwelle, die ich dir vorhin erzählt habe, oben rechts die. Ich kann aber keine Domäne davon abgeben, weil sonst hätte derjenige, dem ich die geben würde, denselben Rang wie ich. Oh. Ja. Deswegen behalte ich die. Und nun? Okay. Deswegen behalte ich die. Einfach. Auch wenn das einen Malus bringt und dann die beiden Provinzen, die drüber sind, nicht funktionieren. Kann ich Rangers Frau verführen? Was willst du denn mit meiner Frau? Lass mich erstmal in Erben zeugen. Hat der schon Erben gezeugt? Tut Dinge. Wie funktioniert das mit der Liebe? Ein Komplott bei Hofe. Ein Ratspitzel ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Er ist sicher, dass meine eigene Gemahlin ein Kompott gegen mich schmiedet. Das Opfer mein Neffe. Aber was für ein Kompott? Blaubeerkompott? Heidelbeerkompott? Ja, ist eine gute Frage. Was mache ich jetzt mit dir? Obst einkochen lassen? Oh mein Gott. Die ist ja immer mir so treu zu meiner Seite. Ja, also ich meine, so treu war sie ja nicht, wenn sie ein Kompott gegen dich plant. Also. Aber stimmt es halt wirklich? Oder ist das nur ein Gerücht? Das kann auch ein Gerücht sein. Wie fühlt es ihnen die ewigen Kompottgründe schicken? Würdest du sie... Warte, wer war das? Meine Frau. Ihr seid gestorben. Was? Schon wieder? Alter. Gott sei Dank habe ich noch einen Erben. Jetzt bin ich ein Fünfjähriger. Mein Fünfjähriger Onkel. Was mache ich jetzt? Also die ist gegen meinen Neffen. Sag ich, alle Welt soll es wissen, werfe ich sie ins Gefängnis oder werde ich sie nicht anklagen? Wer war das jetzt? Meine Frau. Deine Frau, je töte sie. Ich würde sie ins Gefängnis werfen. Da müsstest du auch keine negative Meinung durchgenerieren, weil du halt das Geheimnis da hast. Ja, geil. Moment. Gehört mir noch alles? Mir gehört noch alles. Ja, Gott sei Dank. Gibt halt keine anderen Erben. Mein Fünfjähriger Onkel aus dem typischer CK3-Satz. Wieso ist nach unten ein Schiff? Die anderen segeln ja auch noch rum. So, deine Frau ist noch zu haben, oder? Wo ist sie denn? Wollen wir wetten, dass Ivraldes Ranger umgebracht hat? Nein, warst du das? Nein. Hast du mich um... Nein, natürlich nicht. Hast du mir den Schlaganfall besorgt, den ich hier bekommen habe? Das wäre schön. Ja. Schön wäre es, aber nein, nein. Mann, nee. Ich würde sagen, es tut mir leid. Gegenwie bin ich denn im Krieg? Warum? Ach so. Mein Lebensjahr. Warum meine Domänen-Schwelle 1 hochgegangen ist, weil ich halt ein krasser Dude bin und einen Regenten habe. Bei mir habe ich jetzt nur noch vier von vier. Also ich hatte aber vorher vier von sechs. Wieso ist meine Dämonen-Schwelle runtergegangen? Die Dämonen-Schwelle? Du hast zur Kirche gefunden. Das Licht hat dich erlöst. Aber es war vorher vier von sechs. Oh, kann ich den? Kann ich den? Unabhängigkeitskrieg! Tötet ihn! Sie! Das sagt ein Fünfjähriger. Der macht das gerade nur, weil er seine Süßigkeit nicht bekommen hat. Die andere ist drei. Ja? Also von dem her. Hier alle ausheben. Ja, weil Frau den Wert erhöht hatten, sie es jetzt wo? Ah. Ich mache mich immer noch. Geh mal da hoch. Wer hat sich denn da jetzt angeschlossen? Sag mal, was bist du denn für einer? Wo kommst du denn her? Aus dem Nichts heraus. Ich habe nichts gemacht. Ich bin ungeschleudig. Ich will doch nur unabhängig sein. Ich tue doch nichts. Wow. Was ist da drüben irgendwo, oder? Ach, du hast sogar einen Regenten. Ja. Weil ich fünf Jahre alt bin. Ja. Darfst du überhaupt selbst entscheiden, oder musst du mal vorher fragen? Ich muss vorher immer fragen. Dann sage ich immer, du Onkel! Onkel Dunlack! Dann sagt der, ja, mein Sohn. Darf ich meine Lehnzerin töten? Dann sagt der, ja. Aber du bist um 16 Uhr zeitig zum Essen zurück. Ranger hat wieder eine Zu-Bett-Geht-Zeit. Ja, warte mal. Irgendwann kommt ihr auch ins Alter, wo ihr eine Zu-Bett-Geht-Zeit habt. Heirat arrangieren. Hör auf, meine Mutter zu heiraten! Hab dich nicht so und sag zu! Nein, du heiratest meine Mutter! Du heiratest meine Mutter! 100 Gold! Ehrlich? Kriege ich dafür 100 Gold? Nein. Dann nicht! Aber deine Mutter ist einsam. Die sucht wieder Nähe und die bekommt sie in meinen Armen. Meine Mutter kriegt bei mir Nähe! Ich werde dir ganz genau vorlesen, was ich mit dir tue. Nein! Das ist meine Mutter! Lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lasse ich deine aus dem Keller! Gib mir deine Mami! Nein, meine Mama gehört mir! Hör auf, meine Mutter zu verführen! Hör auf, meine Mutter zu verführen! Nein! Ihnen wird es gefallen! Vertrau mir! Ich weiß, was ich tue! Ich soll ihr meine Mutter nur geben, damit du es ihr gibst! Das will ich nicht! Ja! Das ist meine Mutter! Lass meine Mutter in Ruhe! Deine Mutter will es doch auch! Nein, will sie nicht! Doch, will sie! Meine Mutter hat gesagt, sie liebt nur meinen Vater! Also welchen auch immer! Achso, den ersten! Jetzt gib sie mir! Ich werde sie wieder glücklich machen! Nur wenn du mir 100 Gold gibst! Wann? Ja, danach! Du hast 300 Gold! Ich habe 207! Ja, aber 400 Gold ist halt mehr als 300! Ja, aber ich bin gerade hier dabei, wieder was einzunehmen! Weil ich werde dann hier nämlich reich und König und so! Okay, aber dann nenne ich dich Papa, wenn ich dich jetzt heirate! Weil dann bist du ja mein Stiefvater! Dann musst du mir aber auch Taschengeld geben! Du darfst mich auch Daddy nennen, wenn du willst! Dann musst du mir auch Taschengeld geben! Ja, dann kriegst du! Okay! Okay! Juhu! Seiddi Raldis! Krieg ich ein bisschen Geld? Ich will mit Painblades spielen! Taschengeld und Backpfeifen! Gott! Schön! Schön, 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 schön! Ja! So! Oh, guck mal, die hat jetzt nur auf Fluss 9! Jetzt kann ich sie ja hinrichten! Jetzt brauche ich sie nicht mehr! Hier wird niemand hingerichtet, der die Raldis! Mann! Ich dachte, der Stream zwischen Maurice und Shoyoka um die schrecklichste Dynastie wäre krass! Ja, da habt ihr aber noch nicht der Dyraldis und Ranger gesehen! Ich habe gerade erst mal angefangen zu spielen! Der Dyraldis bekomme ich etwas Geld, ich muss den Schotten den Rock ausziehen! Ja! Solange ich immer nur Dyraldis sagen muss, ist ja noch alles gut! Wenn du jetzt nicht auf einmal ankommst und sagst, ich muss die ganze Zeit sagen, Daddy! Wie bei Rustelot, oh Gott! Heute herrscht Unruh zwischen den Kindern, Farben, Daddy wollte vor den anderen dredigt, alter! Und wurde jetzt hier einer kleinen Rangelei! Oh, schön! Schön, schön, schön! Gefällt mir! Ähm, kommt die jetzt eigentlich, oder? Kommt die? Ich weiß nicht, ob die kommt, da musst du dich drum kümmern! Da bin ich nicht für verantwortlich! Ja, du wolltest meine Mutter, was du da mit dir machst, ist euer Bier! Das ist geil, das ist... Oh Gott! Oh, schön, 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 schön! Man kriegt Ranger's Brüderchen ja noch, bin ich jung genug? Oh, mehr Achim! Oh Gott, ey, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ein Achim hier drin steuere! Oh Gott, schön! Ähm... Ja... Die streamen wird sich ins Gedicht noch einbrennen! Ja... In die Netzhaut! Mhm! Aber im nächsten Kinder-Event, okay! Okay, okay, okay! Das heißt, äh, die kommt bald! Das sind wir auch bald durch! Da muss doch noch einer hier... Hier! Unterstütze mich! Daddy! Daddy! Bitte hilf mir! Ich bin in der Waschmaschine gefangen! Du musst mir helfen! Steuerst du die? Kann ich irgendwas machen? Nee, du musst die eigentlich schon selber steuern! Wo sollen die denn hin? Hm... Achso, warte mal! Mein Chat fragt gerade ganz kurz, kannst du einmal Farben Daddy sagen, bitte? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Farben Daddy? Ja, aber mit den... So wirklich gesprochen! Es gibt auch ein Lied mittlerweile davon! Ich erkläre dir irgendwann mal später den Insider, wie es dazu kam! Oh Gott! Ich kann das doch gar nicht so! Doch, das kannst du! Vor allem, Daddy! Großartig! Dankeschön! Macht euch einen Clip! Gänse auf! Willst du dich jetzt dreckig? Ja! Ah! Ich bin eine Krähe! Aber dafür kriege ich jetzt Taschengeld, ja? Wenn ich das so sagen musste! Taschengeld, dann müsstest du Einheiten haben! Ja, eine! Dann schick dir Einheiten! Die nehme ich auch! Ja, wo soll ich denn hin? So, was mache ich denn jetzt? Ich nehme jetzt hier die, die ich bei Rot eingelagert habe, oder? Ja, und dann fährst du rüber mit dem Schiff! Okay, hier alle ausheben? Die lokale Armee ausheben? Oder hier alle ausheben? Ich fühle mich ein wenig erregt! Ach du Scheiße! Okay, okay! Die sind da! Und wo sollen die hin? Jetzt nimmst du die und dann schickst du die rüber da, wo meine Einheiten sind! Ja, wo sind denn deine Einheiten? Äh, im Nordosten! Bei... Inri... Süder... Ja! Darf ich jetzt in der Dusche Kekse essen gehen? Ja klar! Mach! Da beim Gelben! Die da! Die Soria! Die da! Die Soria! Am Zipfel! Was? Oh! Da? Achso, ich muss bei dir gucken! Ja, die! Genau! Okay! Was meinst du? Wie häufig ich 1500 Truppen irgendwo habe? Ich frage nur einmal nach, bevor du denkst, ich habe eine riesengroße Flotte! Oh Gott! Schön! So und dann versuch da hoch zu kommen zu meinen und dann kämpfen wir zusammen! Ja, ich schippe! Gib mir einen Moment! Ich mach vielleicht mal das Fenster zu! Was ich für die Dinge mit deiner Frau jetzt anstellen kann! Da! Und die hat auch auf dem Mond Verwaltung Plus 10, das ist ja praktisch! Das ist gut! Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem die Kinder fragen, was machst du beruflich? Und dann sage ich Content Creator und dann zeige ich denen dieses Video und sag, das macht Papa beruflich! Ich kann aber noch vorschieben, dass ich auch Kunst mache und dass ich kleine Tutorials mache, wie man schöne Osterkarten machen kann und so, weißt du? Das ist ganz gut, weil man breit aufgefächert ist! Ja! Ich muss dich das zeigen! Ja! Das stimmt! Oh, mein Ratskanzler fehlt! Wie ist das denn passiert? Hightower, danke schön für dein Zapp im neunten Monat! Vielen lieben Dank für das Spiel! Okay, die sind jetzt da und die kämpfen, glaube ich, jetzt schon! Kommst du auch oder lässt du die ins Verderben rennen? Ich stehe doch neben... Du läufst auf meine Einheiten drauf! Achso, okay! Kommst du auch nötig? Wollte eigentlich jetzt wieder weggehen! Okay! Sind die jetzt bei dir mit drin? Steuerst du die jetzt? Ach nee, wir kämpfen gegen die dort! Ah, jetzt sehe ich das erst! Ich habe die halt einfach blind vertraut, deswegen! Was? Danke, Daddy! Alles gut! Geschehen, mein Sohn! Geschehen, mein Sohn! Ach, das ist ja aber schnell! Ich bin jetzt der Onkel, der mit deiner Mama gerne mal ein bisschen Yoga macht! Du kannst mich schon Papa nennen, wenn du möchtest! Oder wie diese Bilder, wenn jemand so in die Kamera grinst und dann steht da, hi Champ! Du, ich bin häufiger jetzt bei dir zu Hause, weil deine Mama und ich, wir haben uns echt lieb! Kennst du diese Memes? Oh Gott! Nein! Nein? Ja, dann such da... Nee, such lieber nicht! Sucht lieber nicht danach! Jetzt muss mir so... Wo ich darüber nachdenke, lass das lieber sein! Oh, schön! Ich kann die Truppen seiner Armee anschließen! Ich helfe ihm nur hier! Danach hole ich die wieder, weil ich hier die einnehmen will! Was ich cool finde ist, wenn die Leute hinterher dann wirklich dieses Video auf YouTube angucken und am Anfang wohl voll das Tutorial haben und dann hinterher nach zwei Stunden in den Fiebertraum abwandeln! Wer das bis dahin durchhält, also wirklich... Der hat es aber auch verdient, ja! Ja, ja, ja! Das ist so props an euch! Ja, sind wir auch gleich durch hier beim Krieg, oder? Ja, wir sind gerade erst bei 11 Prozent! Erst?! Ja, die erobern da drüben auch! Also wir müssen die danach boxen! Und dann geht's los! Und dann... Ich wollte hier gleich einnehmen! Jetzt habe ich aber keine Leute mehr! Geht instant nach Daddy-Memes googeln! Kira macht das nicht! Glaub mir! Achso, du kannst mit den Konsequenzen leben! Ja, oder du hast Safe-Search an! Wieso habe ich nur noch 0,8 Gold? Weil du deine Einheiten ausgehoben hast! Achso! Ich bin bei minus 3,6! Meine Armee kostet einfach minus 7,5 alleine! Das ist krass! Ja, aber ich bin ja 5 Jahre, ich kann lange Schulden abbauen! 6 Jahre bin ich! Du kannst ein bisschen was definitiv! Auf die hohe Kante legen! Der hat immer noch keine Kinder! Herrgottstundele! Autsch! Jetzt! Ja! Gefonnen! Forderung erzwingen! So sei es! Gut, jetzt bin ich unabhängig! Da habe ich ja jetzt nicht so viel von, wie ich... Ich hätte gerne die Region eigentlich! Naja! Passt schon! Passt schon! Dann schnappe ich mir die irgendwann! Dann... Dann werden die ver... Vernascht! Vielleicht kann auch mein 5... Mein 6-Jähriger die 4-Jährige heiraten! Gottes Willen! Irgendwann hört mir da BKA zu! Über meine... Über die Leitung! Das wäre wirklich ein bisschen schwierig! Ich glaube, ich muss dieses, was bei dir angepinnt ist, für den nächsten Stream irgendwie mit... Mit irgendwie kopieren oder so! Deswegen... Deswegen ist auf die Mods immer Verlass! Die Mods kloppen das direkt da rein! Direkt sobald das Spiel gestartet wird! Alles klar! Hier wird es wieder wild! Einmal reinpacken! Das ist sehr gut! Ja, das muss ich mir einmal kopieren danach! Das habe ich nicht vergessen! Kann ich meine Arminen wieder abziehen oder sind die noch beschäftigt? Du kannst sie jetzt wieder auflösen! Und... Avari, bist du da? Dann kannst du es einmal rüber packen! Weil überall das in den... Äh... Chat! Vielleicht sind auch meine Moderatoren alle wieder aus dem Land raus! Kann auch sein! Brian ist krank! Ja, meine haben... Meine haben auch schon aufgegeben! Das ist der, die hat sie umgehauen! Das ist der, die hat sie umgehauen! Oh mein Gott! Heute erhier ich eine schlimme Neuigkeit! Mein Brian ist krank! Schwindsucht! Der Ausgang ist ungewiss! Mein Brian, mein Mündel! Achso! Ich dachte... Was ist denn jetzt mein... Jetzt sag... Was?! Jetzt sag nicht ich sterbe! Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Ich muss Pause machen! Ja, das ist okay! Ich muss auch mal lesen, ganz kurz! Oh! Mein Erbe ist krank! Aber ich habe noch mehrere! Also ist alles gut! Das ist, wenn der jetzt stirbt, ist nicht ganz so schlimm! Was hat deiner denn? Äh... Der ist gerade in eine Seuche reingelaufen, aber hat wohl noch nichts bekommen! Ich kann den Hofarzt rufen! Arzt rufen, Hauptsitz isolieren! Ja, es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht den Hauptsitz isolieren müssen! Wir lassen mal weiter laufen! Okay, warte! Ich muss Pause machen! Ich glaube, ich muss hin! Ich lasse meinen Sonnen die Wahl treffen! Shit! Ich muss wirklich meinen Hauptsitz ab! Den heiligen Stuhl desinfizieren! Mach doch schnell einen Sohn! So, infiziere! Desinfiziere den heiligen Stuhl! Äh... Wie mache ich den denn? Chat, wie mache ich denn? Wie isoliere ich denn meinen Hauptsitz? Ich habe das DLC doch noch nicht gespielt! Das ist doch jetzt das erste Mal mit DLC! Wo ist meine Armee? Wo ist denn die Krankheit, dass das... Hä, die ist doch... Wo ist denn die Krankheit? Ja, da oben ein bisschen! Bei Entscheidung... Hauptsitz isolieren! Da habe ich jetzt den Hauptsitz isoliert! Hm... Ähm... Ja, warte mal! Ist der Hauptsitz isoliert? Da, jetzt ist es isoliert! Eine kurze Frage! Nein! Wenn... Wo ist denn meine Armee jetzt? Wenn ich die brauche zum Kriegen? Äh... Dann musst du die einfach neu ausheben wieder! Also einfach auf die Fahne wieder? Ja! Und äh... Hier alle ausheben oder lokale Armee ausheben? Alle! Weil sonst hebst du wirklich nur die aus der Provinz aus! Okay! Und da stehen jetzt... Ah! Da kommen sie alle wieder! Okay! Dankeschön! Dann kriegen wir! Arken Bugi! Bugi Bugi! Bugi Bug! Ich könnte jetzt natürlich den noch angreifen! Weil ich so ein hübsches Kerlchen bin! Oder den! Okay! Dadurch, dass die Leute immer mehr gestorben sind, habe ich immer größere Ländereien und immer größere Armeen bekommen! Soll mal einer sagen? Das lohnt sich nicht! Das ist praktisch! So! Krieg wird erklärt! Alle ausheben! Ah! Das sind 742! Das sind ein paar viele! Wie erklärt man denn jemanden den Krieg? Also, wenn zwei Parteien sich hassen und dann gegenseitig Groll hegen, dann kommen Menschen, die sich nicht kennen und töten sich für Männer, die sich nicht leiden können, aber trotzdem miteinander essen? Mhm! Ist das Krieg erklären? Oh! Ich glaube schon, oder? Es könnte jetzt knapp werden! Ich habe 1187, der hat 742! Wir können die Domäne nicht vergeben, sonst hat er denselben Rang wie wir! Wir sind immer noch nur ein Graf! Und wenn sie sich gegenseitig die Mütter wegheiraten? Mhm! Ich bin immer noch dabei, sie geradezu komplottieren! Deine Mutter! Ich bin noch nicht so ganz überzeugt! Deine Mutter! Das ist, äh... Mutter und Herzogin! Äh... Ranger! Da kommen gerade noch mehr! Kannst du mir helfen? Oh Gott! Die machen mich fertig! Das war ein... Hilfe! Du musst... Du musst mich... Du musst mich in den Krieg rufen! Hast du unterstützt! Mach! Mach Pause! Mach Pause! Mach Pause! Oh Gott! So! Ach! Du musst oben auf das Mosaik klicken! Ja! Kaus Queenie, dankeschön für dein Sub im dritten Monat! Ja! Und dann muss da seinen Verbündeten in den Krieg rufen! Ja, wir... Wer wüsste noch mal! Jetzt mach's gut! Du hast meine Mutter geheiratet! Du wirst ja wohl wissen, wie ich heiße, Papa! Du mach nicht, Stefan! Äh... Ich weiß auch nicht, wie ich heiße! Ich bin Achim! Ah! Ah! Da! Okay! Wegen wen kämpfst du denn? Ja, die sind ja gar nicht so stark! Da oben kommen aber noch 718! Ja! Ich helf dir mal! Dankeschön! Ich hab nur noch 277! Du, äh... Sohn, äh... Wie immer du heißt! Ich komme! Ja! Ich hab auch noch jemand anderen mitgerufen! Ach, bin ich dir nicht mehr genug, Daddy? Ich wusste, ich war schon immer das 30s liebste Kind von dir! 29 liebstes Kind! Übertreib es nicht! Das... Das fasst, glaube ich, auch die Zuschauer-Experience bei Crusader Kings 3 zusammen! CK3 hat schon für den einen oder anderen Lacher gesorgt! Ich check das Spiel zwar nicht, aber es macht trotzdem Spaß! Oh Gott! Sie haben mich vernichtet! Oder? Ja, sie haben dich vernichtet! Oh nein! Jetzt greifen sie mich an! Dann, äh... Musst du gleich... Dann musst du gleich einfach zu meiner Armee kommen, sobald deine Armee stehen bleibt! Anregender Geruch! Ach, jetzt kann ich auch ein schützendes Säckchen kaufen! So, kaufe mal mir ein Suspensorium! So! Wann kommt das CK3-MP-RP-Event von Hause Weindrossel? Oh Gott! Oh Gott! Wir könnten uns nicht darauf einigen, wer, äh... Wer, äh... Im Endeffekt... Das Sagen hat! Ja, genau! Ja, Rangelius natürlich! Also, welche eine Frage wird denn hier gestellt? Oh nein! Jetzt haben die Fliegen um sich rum! Wie, die haben Fliegen um sich rum? Geh weg von meiner Armee! Oh Gott! Die tragen die Seuche! Nein! Geh weg! Warte! Ich... Ich geh zu den Gegnern! Dann erledigt sich das von selbst! Oh Gott! Da bleiben wirklich die Fliegen! Äh... Jetzt... Jetzt... Jetzt wirst du natürlich die ganze Seuche durch deine... Durch deine Region tragen! Zombies! Ah... Ja gut! Ich habe heute viel gelernt! Das war schön mit dir! Hm... Oh, die Fliegen sind weg! Bin fliegen, 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 fliegen hinterher! Komm schnell zu der Region, wo ich bin! Ach du Scheiße! Ja, ich... Bin doch schon mal auf dem Weg! Ach du Scheiße! Was passiert hier? Der Gegner kommt und... Massakriert mir! Meine Kehle! Oh meine Seele! Alles ist verloren! Ich sterbe! Und das ohne Erbe! Ich komm! raus! rein! Ich steck das Spiel zwar nicht, aber Ranger ist cool! Ranger lohnt sich auch so zum Anschauen! Also egal, ob ihr was davon versteht oder nicht! Da habt ihr definitiv immer Spaß! Und blöde Witze! Bei mir? Nee! Bei mir gibt es nur Serious Gaming! Ich verstehe mich selbst als... ähm... als Lektor! Aha! Als Lehrer! Aha! Als Schule des Lebens! Aha! Deswegen werde ich auch demnächst auf Instagram ein Seminar anbieten! Die Schule des Lebens provided by Ranger Area! Und da reden wir dann darüber! Ähm... Ich sterbe da schon wieder gerade! Ja! In der Schule des Lebens hättest du gelernt, warum! Die sind sehr stark! Greif die nicht nochmal an! Nimmt der mir das Übel? Schauen wir uns mal genauer an die sogenannte Schule des Lebens! Sagt nur Krankmeldung für den Arbeitgeber, damit man Ranger schauen kann! Stimmt! Gestern haben wir angefangen, Krankmeldung für die Arbeitgeber zu formulieren! Ähm... ...damit man nicht arbeiten muss und Ranger gucken kann! Vielleicht willst du das auch für Ivraldas übernehmen? Das... Äh... Für meine Leute? Nö, nö, nö... Die sollen mal schön arbeiten gehen! Und wenn sie dann Geld überhaben, dann können sie das in Subs investieren! So sieht es aus! Oder ihr lasst bei ihr einfach einen Primesub! Weil Twitch Prime ist mehrkostenfrei! Habt ihr das schon gewusst? Oh... Schön! Schön, schön, schön! Okay, ein Druck mehr gegen mich ist verfolgt! Sag mal... Greift er mich jetzt an? Vielleicht sollten wir wirklich mal zusammen angreifen. Ich will erst mal meine Wunden lecken. Ist das okay? Das kann nur der Lektor. Oh Gott. Kann ich diese Armee jetzt irgendwie auflösen? Das steht gar nicht da. Nee, 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 nee. Weil das dauert dann ewig, bis die wieder mobil sind im Krieg. Ah, okay. Aber du bist jetzt natürlich wieder in die Seuchenregion reingelaufen. Ja, ich weiß auch nicht. Warte mal, ich könnte mal den Arzt dorthin schicken. Sind nicht gut. Thor kommt mit dem Hammer. Bedeutet dann, leckt Thor eigentlich nur, dass Thor an seinem Hammer leckt? Okay, das hört sich verdammt seltsam an. So war das jetzt nicht... Ich kann mir aber vorstellen, dass das... ...Tronen vorgekommen ist. Ich muss prüsten ja los. In gewissen Fandoms. Lalalalalalalalalalalalala. Mein Prestige ist bei minus 65. Das war irgendwie mal besser. Ich habe minus 129, sehe ich gerade. Okay, dann ist ja alles gut. Dann mache ich mir keine Kranken. Meine Frau ist schon wieder eingeschüchtert von mir. Verstehe ich nicht. Krankenlager mit dem DLC, meinst du, für die Krankheiten? Man kann sehen, was das für eine Seuche ist. Das ist jetzt die Kalt-Säfte-Grippe. Die geht auch durch den ganzen Westen durch. Tief im Westen, wo Kalt-Säfte verstauben. Ist das Fest, man glaubt. Der hat übrigens auch ein Lied über Currywurst gesungen. Und da sagt er auch Currywurst mit Darm. Aber das ist die falsche Currywurst. Aber Herbert Grönemeyer. Falsche Currywurst. Herbert, sie meint es nicht so. Alles gut. So ist es wirklich nicht gemeint. Lass uns mal in in definitiv falsche Wurst mit Darm. Geistiger Zusammenbruch. Bin ich gleich auch nah. Als ich verdrossen durch die Gänge meines Palastes streifte, schwadronieren meine Höflinge schier endlos über ein Ärgernis, das es wohl in Tormund gibt. An solchen Tagen, wie ihre Worte zu meinen stumpfen, nervtötenden Surren in meinem Ohr werden, würde ich das ganze Pack am liebsten aufhängen. Irgendwas an den Gesprächen klingt jedoch vertraut. War diese Gesetze nicht meine Idee? Ist das etwa mein Fehler? Ich habe Anspannungsstufe 1 erreicht. Jetzt kannst du dir eine negative Eigenschaft aussuchen. Ah. Lass uns mal in Loch Garmann treffen. Ach da. Möchtest du wirklich meine Leute mit der Pest haben? Die ist ja weg, bis die da angekommen sind. Nimm die große Strecke, bitte. Nimm das unten. Nein, ich habe das oben genommen, weil ich das so spät gelesen habe. No. Hast du eigentlich hast du denen den Krieg erklärt? Ja. Und dann kommt diese Situation? Lass mich. Ich war vielleicht abgelenkt durch das Daddy. Ja, ist mir leid. Wir sollten, wenn wir das das nächste Mal irgendwann nochmal machen, vielleicht also. Sie hat gewebert, ja. Du hast gewebert. Scheiße. Ja, wir kriegen das schon hin zusammen. Also zusammen haben wir eine Stärke von 2500. Wir warten kurz, bis ich mich eingeschifft habe und dann ausgeschifft habe. Und dann hast du... Hallo, das heißt so beim Schiff. Das ist ja... Jetzt geht es hier aber richtig los. Alles klar. Das heißt so... Entschuldigung, bis ich aufs Boot gegangen bin und wieder vom Boot runter. So. Halte die Windeln bereit. Ranger ist halt in einem gewissen Alter. Er ist noch nicht stubenrein. Windeln und Daddy. Oh mein Gott, ich war gleich überhaupt so nett. Schön. Freundschaftsversprecher. Ab einem gewissen Alter ist es halt egal, ob man sich... Sie sollten gleich angreifen. Steu... Warte mal, steuerst du jetzt? Oder steuere ich dann? Warte mal. Nee, du musst einmal... Klick mal deine Armee an. Das ist die Festung daneben. Ich möchte die Armee haben. Und dann unten in der Mitte, da ist so eine Kette. Da drückst du auf die Kette. Ja, hab ich. Und jetzt müssten mal... Ja, jetzt folgen wir deine Einheiten. Okay, sehr gut. Wir müssen noch warten. Der Baumeister. Sandbogen im Sand. Ja, mein Siebenjähriger hat die wichtigen Themen gerade parat. Im Krieg. Ja, nun. Ist halt... Wichtig. Weinen zum Grußen. Mein Sohn. Wieso gehen die jetzt gerade nach rechts? Wie... Oder hab ich auch so was geklickt? Was tust du? Was du... Ich seh es, was du tust. Deine Einheiten rennen weg. Halt, stopp. Nein, jetzt nicht. Lass die... Drück wieder auf die andere Provinz. Ich hab doch gar nichts. Doch, die laufen da weg. Wo sind wir denn jetzt? Wo bist du denn? Wo ist denn deine Armee jetzt hin? Achso, die stehen da wieder. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay, ich drück einfach gar nichts mehr an. Lass dich machen. Mein Rad ist unvollständig. Oh mein Gott. Wo sind die denn alle hin? Ja, Gottstundele. Lieber zwei Damen im Arm als... Ach, egal. Hä? Lieber zwei Damen im Arm als... Ach, egal. Lieber zwei Arme im Darm... Ach, zwei Damen. Jetzt verstehe ich's. Lieber zwei Arme im Darm. Oh, der Fluch endet. Die Launen und Wendungen des Schicksals sind nicht immer zu meinen Gunsten. Die höchsten Mächte wissen, dass ein Fluch auf mir lastete, seit ich... äh... Dingsdabums da... Der Typ, der mich die ganze Zeit gehasst hat, kennenlernte. Heute endet dieser Fluch jedoch. Das Schicksal war mir heut und hat mir dieses widerwärtige Monstrum ins Grab geschickt. Ja! Er ist tot! Ich... Ich merke immer, unsere Kombination ist immer... ist immer Gift, äh... Gift in Anführungsstrichen für meinen Chat, was die Witze angeht. Jetzt habe ich nämlich den Witz verstanden. Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. Hahaha. Hahaha. Das kommt auch noch vom Cutter. Schön. Das ist ja unfassbar. Wie ist es so, Rangers Videos zu schneiden? Du darfst offen und ehrlich sein. Oh. Sag nichts über den Podcast. Der schneidet auch den Podcast. Ui. Warte mal, muss man euch zusammenschneiden? Ja, wir... Wir reden... Wir reden ja nicht miteinander. Also, ich nehme so meine Tonspur auf und rede, ähm... Und dann einen Tag später nimmt Ecke seine Tonspur auf und redet und dann legen wir halt übereinander. Das hat doch einigermaßen passt. Wirklich? Ja, klar. Ich rede erst mal über das Spiel. Yo, also, ne? Können wir vor Barsch sein bei dir? Du kriegst allein im Podcast gefüllt. Und dann redet Ecke und dann wird das ihm noch nach reingepackt. Ne. Oh Gott. Nur Ecke muss geschnitten werden. Oh. Ja, Hauptsache sieht gut aus. Ähm... Was ist denn hier schon wieder los, ey? Oh Mann, das ist so... Das kann doch alles nicht sein. Oh Gott. Wann ist denn hier wieder normal? Deine Armee muss sich mitbewegen. Ah. Das ist nicht. Ich weiß nicht, ich hab das doch angeklickt. Warte, bleibst du jetzt da stehen oder bewegst du dich noch? Nee, ich bleib da stehen. Wir beide sollten echt öfter zusammen streamen. Ecke und ich? Achso, ihr meint überall das. Okay, ich hab mich wieder an dich gekoppelt und ich klicke jetzt nichts anderes mehr. Aber jetzt sind wir nur 1115. Wir waren noch mehr. Du siehst... Du siehst gerade nur die Armee, die du ausgewählt hast. Deine Armee. Du musst wegklicken. Werden einmal damit. Aber wenn ich jetzt wegklicke, dann geht's doch kaputt. Nein. Hast du die Kette benutzt? Ja, die hab ich jetzt gedrückt. Ja, dann bewegen die sich mit. Alles gut. Okay, okay, okay. Ich drücke jetzt einfach gar nichts mehr. Ja, einfach nichts machen. Ich bewege jetzt die Armee. Gut. Warum steht bei mir Affäre erholt sich? Was hab ich denn mit ihr gemacht? Dass ich meine Affäre erholen muss. Hallo? Warum Affäre? Was ist mit meiner Mutter? Ja, was hab ich mit deiner Mutter gemacht? Ach, meine Mutter ist deine Affäre? Ja, ne doch. Ich hab sie aber, glaube ich, auch geheiratet. Die ist schwanger. Ich weiß es gerade nicht. Krieg'n Bruder. Ich würde gerne nachgucken, aber ich trau mich nicht, weil hier dann irgendwas wieder kaputt geht. Sie sieht ein bisschen dünn aus, oder? Wie, die sieht ein bisschen dünn aus. Sie sind ausgewählten. Sie hat auch Schwindsucht. Sie hat auch Schwindsucht. Die hat die Krankheit bekommen. Ja. Siehst du nicht mit den Wangenknochen rausgucken? Das muss so. Ja, komm, wir gehen mal auf Risiko. Ich meine, wir haben doppelt so viele Truppen. Wie kann das denn ohne ausgehen? Oh, meine Tochter. Ich hab' ne Tochter bekommen. Chat. Wer von euch will mein Kind sein? Und von Rangers Mama. Wer möchte Rangers Bruder sein? Töchterchen. Sternchenblub hat sich als erstes gemerkt. Stief, Bruder, überrascht mich in der Kammer. Sternchenblub, herzlich willkommen. Bei uns. Ich werde dich weiter heiraten. Mein Chat findet dich sympathisch. Dankeschön. Wir haben ja aber schon öfter gehört, die Libby Gefalles. Rust-A-Lot, Hell-Divers und irgendwann mal hat Suns of the Forest ein fruchtbarer. Ich spiele morgen früh früh in Suns of the Forest und ich bin dann gerade nicht im Horror-Part, sondern ich baue eine schöne Basismodus. Dann gucke ich sehr gerne zu. Also sonst so, das geht doch auch. Es ist nicht alles gleich Gruselmusel. Aber das ist, da sind komische, komische Wesen. Wir haben gewonnen bei der Schlacht. Ja, haben wir geschafft. Ich bin grandios. Du bist einzigartig. Ich kann den Herzogtitel von Mann übernehmen. Du darfst den Titel davon gerne haben. Ich glaube, ich brauche den nicht. Das ist aber nett. So, aber erstmal nehmen wir die dort ein. Und dann darfst du dich abkoppeln. Vorher nicht. Wir sind bei minus drei Prozent. Dauert nur noch einen Moment. Kann doch nicht immer im Stream sein. Leider muss ich auch mal arbeiten. Du musst nicht arbeiten mit der reellen Krankschreibung. Das habe ich am Wochenende gesagt. Also, nee, gestern habe ich es gesagt. Gestern, gestern war. Gestern, gestern. Ich habe jetzt nach dem Stream hier übrigens Wochenende. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Oh, cool. Ich habe nur sieben Tage Streamen, woche. Ich weiß auch nicht, wie das wieder passiert. Ich verstehe echt nicht, wie ihr das alles schafft. Also, ich habe da großen Respekt vor. Aber Ecke kann ja auch so viel streamen. Ich kriege das nicht hin. Ich bin da, glaube ich, schon zu alt für. Mein Sonntag wird total wild. So früh streamen. So bis 16 Uhr. Dann eine Stunde Pause. Dann Pen & Paper. Während das noch auf anderen Kanälen live. Und danach direkt Podcast. Alter, Verwalter. Das ist auch ein sehr gutes Pensum, muss man sagen. Minus 5 Prozent. Das dauert aber lange. Hast du dir schon den Charakter-Editor angeguckt von Dragons Dogma auf Steam? Also, ich habe ihn so gesehen. Ich möchte es aber noch nicht machen, weil ich wirklich warten möchte, bis es rauskommt. Ich möchte es auf der Playstation spielen. Ich habe es ja angespielt auf der Playstation. Und deswegen werde ich dort auch direkt, weil ich dann mit der Steuerung schon einigermaßen drin war. Das ist also wirklich, je nachdem. Ich habe so, ich durfte ja drei Stunden anspielen. Anderthalb Stunden für jeden Charakter. Und die Zeit brauchst du, um auch dort reinzukommen. Deswegen also da definitiv auch mit Controller spielen. Sag erst mal's gut. Ich werde das wahrscheinlich auch Controller, aber hier am PC auf jeden Fall auch machen. Wir haben am Sonntag haben wir den Evitor mal benutzt und haben uns Bolo-Jawolo zusammen geschustert. Das ist so, ich möchte mich halt noch so ein bisschen, also das Ding ist, es kommt halt am 22. aus. Und das nervt mich so dermaßen, weil da die Leipziger Buchmesse ist. Aber ich möchte halt, also es kommt auf den Freitag raus, ich möchte aber nicht auf den Samstag auf die Leipziger Buchmesse. Deswegen werde ich wahrscheinlich den Freitag auf die Leipziger Buchmesse und dann Samstag so einfach so 12, 14 Stunden streamen rein dort. Und dann machen wir alles von Anfang an. Also du gehst auf jeden Fall Freitag dann auf die Buchmesse erstmal? Ja, sehr wahrscheinlich. Das ist so. Ich würde gerne anspielen, aber ich möchte halt nicht auf den Samstag auf die Buchmesse. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich freue mich schon so auf den Freitag. Ich freue mich da so richtig drauf. Das wird richtig, richtig cool. Deswegen, ich würde auch gerne Freitag rein, aber die Messe sausen lassen möchte ich halt auch nicht. Ja, das kann ich verstehen. Vor allem, weil das ja auch für deinen Podcast halt mega wichtig ist. Ja, und ich möchte halt auch bei Ulysses vorbeischauen, bei Bücherbüchse, bei Chester Fandoms, eine befreundete halt, nicht Artist, sondern halt Schmuckausstellerin, halt Forinaco ist auch da, bei der möchte ich auch vorbeischauen und Co. Und sonst auch ein paar andere StreamerInnen. Ich hoffe, dir geht's so weit. Und dort auch mal hallo sagen. Das ist immer ganz schön, wenn man ein bisschen die Person mal wieder privat sieht einfach. Von Ulysses habe ich letztens ein Raid bekommen. Ja, die sind lieb. Die sind alle sehr lieb. Wir haben Pen & Paper da gespielt. Pen & Paper, auch so ein Konzept, das ich mega cool finde zum Zugucken, habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Noch nie? Nee, noch nie. Das ist, haben sie gekämpft wieder? Ja, hoffe, dass wir das schaffen. Also im Prinzip sollten wir das schaffen. Aber. Gerätisch. Ja. Der Befehlshaber bei denen ist halt besser. Aber der sollte nicht so viel Einfluss haben. Nee, da gewinnen wir. Ja, nur ein Ritter erschlagen. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Pen & Paper, super, super cool. Also gerade, dass es auf Twitch jetzt immer mehr auch Thema wird. Deswegen, dass am Sonntag ist zum Beispiel ein One-Shot. Die drei Stunden. Und ich habe heute meinen Charakter so ein bisschen in groben Zügen halt. Ich werde eine alte Dame spielen, die Kuscheltiere sammelt und sich in Schulden gestürzt hat, als sie einen Container von einem anderen verstorbenen Sammler aufgekauft hat. Und dort aber nicht, dass er hoffte, selten ein Stück drin war. Und jetzt auf den Schulden sitzt. Und deswegen an deiner Game Show einnehmen muss. Oh, cool. Heute entwickelt, muss ich nur noch alles zu Papier bringen. Ich sollte die Armee anführen. Oh nö, ich lasse Mausen schon ganz okay. Ich glaube, ich ging das hin. Ich gucke mal, ob ich einen besseren Befehl zeige. Nein, habe ich nicht. Wir sind bei plus 5 Prozent. Wir waren vorher im Minusbereich. Es wird. Es wird. Ja, wir haben gleich die Region auch eingenommen. Wir haben jetzt schon die maximalen... Nee, noch nicht. Über gewonnene Schlachten können wir 50 Prozent erreichen. Und hinterher über Gebiets-Territorien können wir 50 Prozent erreichen. Ja, das mache ich dann. Dann müssen wir nach oben gehen. Zur Baronie von Dung-Padraik. Wieder da. Wie stellt sich überall das an? Sehr gut, muss ich sagen. Echt? Ja. Also von der Lernfähigkeit her. Dafür, dass das halt so ein Frontalunterricht, so eine Frontalbeschallung war am Anfang. Hast du es gut hinbekommen. Aber dafür klicke ich jetzt nichts mehr, weil ich meine Armeen einfach nicht im Griff habe. Wenn ich irgendwo hinklicke, dann sind die weg. Das heißt, alles, was jetzt passiert, kann ich nicht beeinflussen. Ja, aber ich meine auch erstmal hier die ganzen Mechaniken schon drin zu haben mit wie erkläre ich den Krieg und weiß ich nicht was. Oder von alleine das Kind zu unterrichten und keine Ahnung. Also das ist schon... Ein Anfang? Ne, das ist mehr als ein Anfang. Also normalerweise wären jetzt schon viele dem Untergang geweiht. Besser als Ranger. Ja, alles klar. Danke. Der arme Kleine. Ich werde immer geärgert von dem. Ich frage mich, wenn ich Donnerstag so ein Spiel starte... Wie mache ich das? Oh, 100%. Jetzt können wir die Armeen auflösen, oder? Oh, ja. Ja, du musst schnell die Forderung durchklicken. Unten rechts. Forderung... Forderung erzwingen. Genau. Habe ich. Sehr schön. Alle auflösen. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ah, schön. Kontrolle 0. Das muss man schnell ändern. Ich hatte nochmal Kontrolle gemacht. Das war leer hier. Und zack, dort hin. Sehr gut. Okay. Wenn ich dann Donnerstag ein Spiel starte... Ja. Gibt es sowas, was anfängerfreundlich ist? Du kannst auch das hier weiterspielen. Du kannst das ja parat für dich speichern. Aber dann habe ich ja dich nicht dabei. Das ist ja doof. Ne, aber Monster ist halt sehr... Oder Monster ist halt sehr einsteigerfreundlich. Ansonsten, ähm... Aber ich kann das ja auch mit anderen Typen dann machen. Mit anderen... Dass ich vielleicht eine andere Strategie fahre, als böse zu sein, oder? Ja. Äh... Was halt sehr vorteilhaft ist, wenn du... Ähm... Wenn du das Spiel startest, dann hast du... Vordefinierte Charaktere. Und dann nimmst du davon einen am besten. Mhm. Da steht auch eine Schwierigkeit bei. Da musst du hier nicht selber einen raussuchen. Ich möchte mal sagen, meine Frau sieht wirklich krank aus. Die hat extreme Augen. Wie redest du von meiner Mutter? Tut mir leid, aber deine Mutter ist wirklich sehr abgemagert. Ja, weil du die in die Pesthölle geholt hast. Das war nicht Pesthölle, das war die Schwindsucht. Übertreib's mal nicht. Guten Zoom, ich kann mal daran, dass man da steht geärgert wird. Ach, Mann. Ist die Krankheit denn wenigstens mittlerweile vorbei? Ja. Warum hat die noch Spinnsucht? Moment, muss ich dann jetzt hier mal langsam wieder meine, äh, äh... Oder sie sieht einfach so dünn aus. Das kann auch sein. Das möchte ich mir nicht anmaßen, zu beurteilen. Bei dem Sohn kein Wunder, dass die Mutti so aussieht. Yo! Ich habe keine Amme angestellt. Ja, ich hole mir auch nicht selber eine Amme. Für Komplotte muss ich mindestens zwölf Jahre alt sein. Entschuldigung, für Komplott müssen sie zwölf Jahre alt sein, ja? Oh, schön. Ach, hey. Heidewitzker, Herr Kapitän. Ehrlich. Aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich Feierabend machen.